Einleitung Erstens Unsere Aufgabe Von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen Von Jakob Christoph Burkhardt Einleitung Erstens Unsere Aufgabe Die Aufgabe, die wir uns für diesen Kursus gestellt haben, besteht darin, eine Anzahl von geschichtlichen Beobachtungen und Erforschungen an einen halb zufälligen Gedankengang anzuknüpfen, wie ein Andermal an einen anderen Nach einer allgemein einleitenden Darlegung unserer Ansicht über dasjenige, was in den Kreis unserer Betrachtung gehört gehört, werden wir von den drei großen Potenzen Staat, Religion und Kultur zu sprechen haben. Dann zunächst deren Dauernde und allmähliche Einwirkung aufeinander, besonders die des Bewegten, der Kultur auf die beiden stabilen behandeln, weiterhin zur Betrachtung der beschleunigten Bewegungen des ganzen Weltprozesses übergehen, Der Lehre von den Krisen und Revolutionen, auch von der sprungartigen, zeitweisen Absorption aller anderen Bewegungen, dem Mitgären des ganzen übrigen Lebens, den Brüchen und Reaktionen, also zu dem, was man Sturmlehre nennen könnte. Darauf von der Verdichtung des Weltgeschichtlichen, der Konzentration der Bewegungen in den großen Individuen sprechen, In welchen das bisherige und das neue zusammen als ihren Urhebern oder ihrem Hauptausdruck momentan und persönlich werden. Und endlich in einem Abschnitt über Glück und Unglück in der Weltgeschichte unsere Objektivität gegen Übertragung des Wünschbaren in die Geschichte zu wahren suchen. Wir wollen nicht eine Anleitung zum historischen Studium im gelehrten Sinne geben, sondern nur Winke zum Studium des Geschichtlichen in den verschiedenen Gebieten der geistigen Welt. Wir verzichten ferner auf alles Systematische. Wir machen keinen Anspruch auf weltgeschichtliche Ideen, sondern begnügen uns mit Wahrnehmungen und geben Querdurchschnitte durch die Geschichte. Und zwar in möglichst vielen Richtungen. Wir geben vor allem keine Geschichtsphilosophie. Diese ist ein Kentauer, eine Kontradiktio in Adjekto. Denn Geschichte, das heißt das Koordinieren, ist nicht Philosophie, und Philosophie, das heißt das Subordinieren, ist nicht Geschichte. Die Philosophie aber, um uns zunächst mit ihr selbst auseinanderzusetzen, steht, wenn sie wirklich dem großen allgemeinen Lebensrätsel direkt auf den Leib geht, hoch über der Geschichte, Welche im besten Falle dies Ziel nur mangelhaft und indirekt verfolgt. Nur muss es eine wirkliche, das heißt voraussetzungslose Philosophie sein, welche mit eigenen Mitteln arbeitet. Denn die religiöse Lösung des Rätsels gehört einem besonderen Gebiet und einem besonderen inneren Vermögen des Menschen an. Was nun die Eigenschaften der bisherigen Geschichtsphilosophie betrifft, So ging sie der Geschichte nach und gab Längendurchschnitte. Sie verfuhr chronologisch. Sie suchte auf diese Weise zu einem allgemeinen Programm der Weltentwicklung durchzudringen, meist in höchst optimistischem Sinne. So Hegel in seiner Philosophie der Geschichte. Er sagt, Seite 12 folgende, Der einzige Gedanke, den die Philosophie mitbringe, sei der einfache Gedanke der Vernunft. Der Gedanke, dass die Vernunft die Welt beherrsche, Dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei. Und das Ergebnis der Weltgeschichte müsse sein, Dass sie der vernünftige, notwendige Gang des Weltgeistes gewesen sei. Was alles doch erst zu beweisen und nicht mitzubringen war. Er spricht, Seite 18, von dem, von der ewigen Weisheit bezweckten Und gibt seine Betrachtung als eine Theodicée aus, Vermöge der Erkenntnis des Affirmativen, In welchem das Negative, Populär das Böse, Zu einem Untergeordneten und Überwundenen verschwindet. Er entwickelt, Seite 21, Den Grundgedanken, Die Weltgeschichte sei die Darstellung, Wie der Geist zu dem Bewusstsein dessen komme, Was er an sich bedeute. Es soll eine Entwicklung zur Freiheit stattfinden, In dem im Orient einer, Dann bei den klassischen Völkern, Wenige frei gewesen, Und die neuere Zeit, Alle frei mache. Auch die behutsam eingeleitete Lehre Von der Perfektibilität, Das heißt, Dem bekannten sogenannten Fortschritt, Findet sich bei ihm, Seite 54, Wir sind aber nicht eingeweiht In die Zwecke der ewigen Weisheit Und kennen sie nicht. Dieses kecke Antizipieren eines Weltplanes Führt zu Irrtümern, Weil es von irrigen Prämissen ausgeht. Es ist aber überhaupt die Gefahr Aller chronologisch angeordneten Geschichtsphilosophien, Dass sie im günstigsten Fall In Weltkulturgeschichten ausarten, In welchem abusiven Sinne Man den Ausdruck Geschichtsphilosophie Kann gelten lassen. Sonst aber einen Weltplan zu verfolgen, Prätendieren und dabei Keiner vor Aussetzungslosigkeit fähig Von Ideen gefärbt sind, Welche die Philosophen Seit dem dritten oder vierten Lebensjahr Eingesogen haben. Freilich ist nicht bloß Bei Philosophen der Irrtum Gänge und gäbe, Unsere Zeit sei die Erfüllung Aller Zeit Oder doch nahe daran Und alles Dagewesene Sei als auf uns berechnet Zu betrachten, Während es samt uns Für sich, Für das Vorhergegangene, Für uns und für die Zukunft Vorhanden war. Ihr besonderes Recht Hat die religiöse Geschichtsübersicht, Für die das große Vorbild Augustins Werk Dequitate Dei ist, Das an der Spitze Aller Theodisseen steht. Uns geht sie hier Nichts an. Auch andere Weltpotenzen Mögen die Geschichte Nach ihrer Art Ausdeuten Und ausbeuten. Zum Beispiel Die Sozialisten Mit ihren Geschichten Des Volkes. Unser Ausgangspunkt Ist der Vom einzigen Bleibenden Und für uns Möglichen Zentrum Vom duldenden Strebenden Und handelnden Menschen Wie er ist Und immer war Und sein wird Daher unsere Betrachtung Gewissermaßen Pathologisch Sein wird. Die Die Geschichtsphilosophen Betrachten das Vergangene Als Gegensatz Und Vorstufe Zu uns Als entwickelten Wir betrachten Das sich Wiederholende Konstante Typische Als ein In uns Anklingendes Und Verständliches Jene Sind mit Spekulation Über die Anfänge Behaftet Und müssten Deshalb Eigentlich Auch Von der Zukunft Reden Wir können Jene Lehren Von den Anfängen Entbehren Und die Lehre Vom Ende Ist nicht Von uns Zu verlangen Immerhin Ist man Dem Kentauren Den höchsten Dank Schuldig Und begrüßt ihn gerne Hier und Da An einem Waldesrand Der Geschichtlichen Studien Welches Auch sein Prinzip Gewesen Er hat Einzelne Mächtige Ausblicke Durch Den Wald Gehauen Und Salz In die Geschichte Gebracht Denken Wir Dabei Nur An Herder Übrigens Ist Jede Methode Bestreitbar Und Keine Allgültig Jedes Betrachtende Individuum Kommt Kommt Auf Seinen Wegen Die Zugleich Sein Geistiger Lebensweg Sein Mögen Auf Das Riesige Thema Zu Und Mag Dann Diesem Wege Gemäß Seine Methode Bilden Da Da Nun Unsere Aufgabe Insofern Eine Mäßige Ist Als Unser Gedankengang Keine Ansprüche Macht Ein Systematischer Zu Sein Dürfen Wir Uns Auch Heil Uns Beschränken Wir Dürfen Und Müssen Nicht Nur Absehen Von Vermutlichen Urzuständen Von Aller Betrachtung Der Anfänge Sondern Auch Uns Beschränken Auf Die Aktiven Rassen Und In Denselben Auf Die Völker Deren Geschichte Uns Kulturbilder Von Genügender Und Unbestrittener Deutlichkeit Gewährt Fragen Wie die Nach Einwirkung Von Boden Und Klima Und Die Nach Der Bewegung Der Welt Geschichte Von Osten Nach Westen Sind Einleitungsfragen Für Geschichts Philosophen Nicht Für Uns Und Daher Ganz Zu Übergehen So Wie Auch Alles Kosmische Die Lehre Von Den Rassen Die Geographie Der Drei Alten Weltteile Und Der Gleichen Überall Im Studium Mag Man Mit 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 Den Anfängen Beginnen Beschlusses Von Volk Von Volk Von Rasse Von Rasse Was Wir Als Anfänge Glauben Nachweisen Zu Können Sind Ohnehin Schon Ganz Späte Stadien Das Ägyptische Königtum Des Menes Zum Beispiel Deutet Auf eine lange Und große Vorgeschichte Hin Und Nun Sollten Wir Gar An Fragen Wie Die Herantreten Welches Die Menschheit Der Pfahlbauten War Wie Schwer Sehen Wir In Unsere Zeitgenossen Und Nächsten Und Wie Vollends In Menschen Anderer Rassen Und So Weiter Unumgänglich Ist Hier Eine Erörterung Über Die Große Gesamtaufgabe Der Geschichte Im Allgemeinen Über Das Was Wir Eigentlich Sollten Da Das Geistige Wie Das Materielle Wandelbar Ist Und Der Wechsel Der Zeiten Die Formen Welche Das Gewand Des Äußeren Wie Des Geistigen Lebens Bilden Unaufhörlich Mit Sich Rafft Ist Das Thema Der Geschichte Überhaupt Dass Sie Die Zwei In Sich Identischen Grundrichtungen Zeige Und Und Davon Ausgehe Wie Erstlich Alles Geistige Auf Welchem Gebiete Es Auch Wahrgenommen Werde Eine geschichtliche Seite Habe An Welcher Es Als Wandlung Als Bedingtes Als Vorübergehendes Moment Erscheint Das Das Ein Großes Für Uns Unermessliches Ganzes Aufgenommen Ist Und Wie Zweitens Alles Geschehen Eine Geistige Seite Habe Von Welcher Aus Es An Der Unvergänglichkeit Teilnimmt Denn Der Geist Hat Wandelbarkeit Aber Nicht Vergänglichkeit Und Neben Der Wandelbarkeit Steht Die Vielheit Das Nebeneinander Von Völkern Und Kulturen Welche Wesentlich Als Gegensätze Oder Als Ergänzungen Erscheinen Man Möchte Sich Eine Riesige Geistes Landkarte Auf Der Basis Einer Unermesslichen Ethnographie Denken Welche Materielles Und Geistiges Zusammen Umfassen Müsste Und Allen Rassen Völkern Sitten Und Religionen Im Zusammenhang Gerecht Zu Werden Strebte Obwohl Dann Auch In Späten Abgeleiteten Perioden Bisweilen Ein Scheinbares Oder Wirkliches Zusammenpulsieren Der Menschheit Eintritt Wie Wie die Religiöse Bewegung Des Sechsten Jahrhunderts Vor Christus Von China Bis Ionien Und Die Religiöse Bewegung Zu Luthers Zeit In Deutschland Und Indien Und Nun Das Große Durchgehende Hauptphänomen Es Entsteht Eine Geschichtliche Macht Von Höchster Momentaner Berechtigung Irdische Lebensformen Aller Art Verfassungen Bevorrechtete Stände Eine Tief Mit Dem Ganzen Zeitlichen Verflochtene Religion Ein Großer Besitzstand Eine Vollständige Gesellschaftliche Sitte Eine Bestimmte Rechtsanschauung Entwickeln Sich Daraus Oder Hängen Sich Daran Und Halten Sich Mit Der Zeit Für Stützen Dieser Macht Ja Für Allein Mögliche Träger Der Sittlichen Kräfte Der Zeit Allein Der Geist Ist Ein Wühler Und Arbeitet Weiter Freilich Widerstehen Diese Lebensformen Einer Änderung Aber Der Bruch Sei Es Durch Revolution Oder Durch Allmähliche Verwesung Der Sturz Von Moralen Und Religionen Der Vermeintliche Untergang Ja Weltuntergang Kommt Doch Inzwischen Inzwischen Aber Baut Der Geist Etwas Neues Dessen Äußeres Gehäuse Mit Der Zeit Dasselbe Schicksal Erleiden Wird Gegenüber Gegenüber Von Solchen Geschichtlichen Mächten Pflegt Sich Das Zeitgenössische Individuum In Völliger Ohnmacht Zu Fühlen Es Fällt In Der Regel Der Angreifenden Oder Der Widerstrebenden Partei Zum Dienst Anheim Wenige Zeitgenossen Haben Für Sich Einen Archimedischen Punkt Außerhalb Der Vorgänge Gewonnen Und Vermögen Die Dinge Geistig Zu Überwinden Und Vielleicht Ist Dabei Die Satisfaktion Nicht Groß Und Sie Können Sich Eines Elegischen Gefühls Nicht Erwehren Weil Sie Alle Anderen In Der Dienstbarkeit Lassen Müssen Erst In Späterer Zeit Wird Der Geist Vollkommen Frei Über Solcher Vergangenheit Schweben Die Wirkung Des Haupt Phänomens Ist Das Geschichtliche Leben Wie Es Tausend Gestaltig Komplex Unter Allen Möglichen Verkappungen Frei Und Unfrei Daherwogt Bald Durch Masse Bald Durch Individuen Sprechend Bald Optimistisch Bald Pessimistisch Gestimmt Staaten Religionen Kulturen Kulturen Gründend Und Zerstörend Bald Sich Selbst Ein Dumpfes Rätsel Mehr Von Dunkeln Gefühlen Die 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 Fantasie Vermittelt Sind Als Von Reflexionen Geführt Bald Von Lauter Reflexion Begleitet Und Dann Wieder Mit Einzelnen Vorahnungen Des Viel Später Erst Sich Erfüllenden Diesem Ganzen Wesen Dem Wir Als Menschen Einer Bestimmten Zeit Unvermeidlich Unseren Passiven Tribut Bezahlen Müssen Wir Zugleich Beschauend Gegenüber Treten Und Nun Gedenken Wir Auch Der Größe Unserer Verpflichtung Gegen Die Vergangenheit Als Ein Geistiges Continuum Welches Mit Zu Unserem Höchsten Geistigen Besitz Gehört Alles Was Im Entferntesten Zu Dieser Kunde Dienen Kann Muss Mit Aller Anstrengung Und Aufwand Gesammelt Werden Bis Wir Zur Rekonstruktion Ganzer Vergangener Geistes Geistes Horizonte Gelangen Das Verhältnis Jedes Jahrhunderts Zu Diesem Erbe Ist an Sich Schon Erkenntnis Das Heißt Etwas Neues Welches Von Der Nächsten Generation Wieder Als Etwas Historisch Gewordenes Das Heißt Überwundenes Zum Erbe Geschlagen Werden Wird Auf Diesen Vorteil Verzichten Zunächst Nur Barbaren Welche Ihre Kulturhülle Als Eine Gegebene Nie Durchbrechen Ihre Barbarei Ist Ihre Geschichtslosigkeit Und Wiese Versa Sie Haben Etwa Stammsagen Und ein Bewusstsein Des Kontrastes Mit ihren Feinden Also Historisch Ethnographische Anfänge Allein Das Tun Bleibt Rassenhaft Unfrei Schon Von Der Gebundenheit Der Sitte Und So Weiter Durch Symbole Kann Erst Das Wissen Von Einer Vergangenheit Freimachen Und Sodann Verzichten Auf Das Geschichtliche Noch Amerikaner Das Heißt Ungeschichtliche Bildungsmenschen Welche Es Dann Doch Von Der Alten Welt Her Nicht Ganz Los Werden Es Hängt Ihnen Alsdann Unfrei Als Trödel An Dahin Gehören Die Wappen Der New Yorker Reichen Die Absurdesten Formen Der Kalvinistischen Religion Der Geisterspuk Und Und Zu Welchem Allem Aus Der Bunten Einwanderung Noch Die Bildung Eines Neuamerikanischen Leiblichen Typus Von Zweifelhafter Art Und Dauerhaftigkeit Kommt Unser Geist Geist Aber Zu Dieser Aufgabe In Hohem Grade Von Der Natur Ausgerüstet Der Geist Ist Die Kraft Jedes Zeitliche Ideal Aufzufassen Er Ist Idealer Art Die Dinge In ihrer Äußeren Gestalt Sind Es Nicht Unser Auge Ist Sonnenhaft Sonst Sähe Es Die Sonne Nicht Der Geist Muss Die Erinnerung An Sein Durchleben Der Verschiedenen Erdenzeiten In Seinen Besitz Verwandeln Was Einst Jubel Und Jammer War Muss Nun Erkenntnis Werden Wie Eigentlich Auch Im Leben Des Einzelnen Damit Erhält Auch Der Satz Historia Vitae Magistra Einen Höheren Und Zugleich Bescheideneren Sinn Wir Wollen Durch Erfahrung Nicht Sowohl Klug Für Ein Andermal Als Weise Für Immer Werden Wie Wie weit Ist Nun Das Resultat Skeptizismus Gewiss Hat Der Wahre Skeptizismus Seine Stellung In Einer Welt Wo Anfänge Und Ende Unbekannt Sind Und Die Mitte In Beständiger Bewegung Ist Denn Die Aufbesserung Von Seiten Der Religion Bleibt Hier Auf Sich Beruhen Vom Unechten Läuft Zu Gewissen Zeiten Die Welt Ohnehin Voll Und Wir Sind Nicht Daran Schuld Bisweilen Kommt Er Dann Plötzlich Aus Der Mode Vom Echten Könnte Man Nie Genug Haben Das Wahre Gute Schöne Braucht Bei Unserer Betrachtung Richtig Gefaßt Keine Not Zu Leiden Das Wahre Und Gute Ist Mannigfach Zeitlich Gefärbt Und Bedingt Auch Zum Beispiel Das Gewissen Ist Zeitlich Bedingt Aber Die Hingebung Zumal Die Mit Gefahren Und Opfern Verbundene An Das Zeitlich Bedingte Wahre Und Gute Ist Etwas Unbedingt Herrliches Das Schöne Freilich Könnte Über Die Zeiten Und Ihren Wechsel Erhaben Sein Bildet Überhaupt Eine Welt Für Sich Homer Und Phidias Sind Noch Schön Während Das Wahre Und Gute Jener Zeit Nicht Mehr Ganz Das Unserige Ist Unsere Kontemplation Ist aber Nicht Nur Ein Recht Und Eine Pflicht Sondern Zugleich Ein Hohes Bedürfnis Sie ist Unsere Freiheit Mitten Im Bewusstsein Der Enormen Allgemeinen Gebundenheit Und Und Des Stromes Der Notwendigkeiten Aber Freilich Kommen Wir Auf Das Bewusstsein Der Allgemeinen Und Individuellen Mängel Unseres Erkenntnis Vermögens Und Der Sonstigen Gefahren Wodurch Die Erkenntnis Bedroht Ist Oft Zurück Vor allem Müssen Wir Das Verhältnis Der Beiden Pole Erkenntnis Und Absichten Bedenken Schon In Der Geschichtlichen Aufzeichnung Begegnet Unser Verlangen Nach Erkenntnis Oft Einer Dichten Hecke Von Absichten Welche Sich Im Gewand Von Überlieben Lieferungen Zu Geben Suchen Außerdem Aber Können Wir Uns Von Den Absichten Unserer Eigenen Zeit Und Persönlichkeit Nie Ganz Los Machen Und Dies Ist Vielleicht Der Schlimmere Feind Der Erkenntnis Die Deutlichste Probe Hierfür Ist Sobald Die Geschichte Genzen In In Welches Dunkel Wir Dennoch Beständig Die Blicke Richten Und In Welches Die Zahllosen Fäden Der Vergangenheit Hinein Hinein Deutlich Und Und Für Unsere Ahnung Evident Aber Ohne Dass Wir Sie Verfolgen Können Wenn Die Geschichte Uns Irgendwie Das Große Und Schwere Rätsel Des Lebens Auch Nur Geringsten Teils Soll Lösen Helfen So müssen Wir Wieder Aus Den Regionen Des Individuellen Und Zeitlichen Bangens Zurück In Eine Gegend Wo Unser Blick Nicht Sofort Egoistisch Getrübt Ist Vielleicht Ergibt Sich Aus Der Ruhigeren Betrachtung Aus Größerer Ferne Ein Anfang Der Wahren Sachlage Unseres Erdentreibens Und Glücklicherweise Sind In Der Geschichte Des Altertums Einige Beispiele Erhalten Wo Wir Das Werden Blühen Und Vergehen Nach Hauptvorgängen Und Geistigen Politischen Und Ökonomischen Zuständen Jeder Richtung Bis Auf Einen Hohen Grad Verfolgen Können Vor Allem Die Geschichte Von Athen Besonders Gerne Verkappen Sich Aber Die Absicht Auch Als Patriotismus Sodass Die Wahre Erkenntnis In Der Beschränkung Auf Die Geschichte Der Heimat Ihre Haupt Konkurrenz Findet Wohl 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 gibt Es Dinge Worin Die Heimatliche Geschichte Für Jeden Ihre Ewigen Vorzüge Haben Wird Und Sich Mit Ihr Zu Zu Beschäftigen Ist Eine wahre Pflicht Allein Sie Würde Als Korrektiv Ein Großes Anderes Studium Bedürfen Wäre Es Auch Nur Weil Sie In So Hohem Grade Mit Unseren Wünschen Und Befürchtungen Verflochten Ist Weil Wir Bei Ihr Unaufhörlich Gestimmt Sind Von Der Seite Der Erkenntnis Auf Die Seite Der Absichten Hinüber Zuneigen Ihre Anscheinend So Viel Größere Verständlichkeit Beruht Zum Teil Auf Einer Optischen Täuschung Nämlich Auf Unserem Viel Nachdrücklicheren Entgegenkommen Welches Mit Großer Blindheit Geschehen Kann Der Patriotismus Den Wir Dabei Zu Entwickeln Glauben Ist Oft Nur Ein Hochmutziger Gegenüber Von Anderen Völkern Und Schon Deshalb Außerhalb Des Pfades Der Wahrheit Oft Aber Gar Nur Eine Art Der Parteisucht Innerhalb Des Eigenen Vaterländischen Kreises Ja Er Besteht Oft Nur Im Wehetun Gegen Andere Die Geschichte Die Geschichte Dieser Art Ist Publizistik Neben Heftigen Feststellungen Metaphysischer Begriffe Heftigen Definitionen Des Guten Und Rechten Nämlich Nämlich sich Auszubilden Zum Erkennenden Menschen Dem Die Wahrheit Und Die Verwandtschaft Mit Allem Geistigen Über Alles Geht Und Der Aus Dieser Erkenntnis Auch Seine Wahre Bürgerpflicht Würde Ermitteln Können Wenn Wenn sie Ihm Nicht Schon Mit Seinem Temperament Angeboren Ist Vollends Im Reiche Des Gedankens Gehen Alle Schlagbäume Billig In die Höhe Es Ist Des Höchsten Nicht So Viel Über Die Erde Zerstreut Dass Heute Ein Volk Sagen Könnte Wir Genügen Uns Vollständig Oder Auch Nur Wir Bevorzugen Das Einheimische Hält Man Es Doch Nicht Einmal Wegen Der Industrie Produkte So Sondern Greift Bei Gleicher Qualität Zoll Und Transport Mit Berechnet Einfach Nach Dem Wohl Feilern Oder Bei Gleichen Preisen Nach Dem Besseren Im Geistigen Gebiet Muss Man Einfach Nach Dem Höheren Und Höchsten Greifen Das Man Erreichen Kann Das Das Wahrste Studium Der Vaterländischen Geschichte wird Dasjenige sein Welches Die Heimat In Parallele Und Zusammenhang Mit dem Weltgeschichtlichen Und Seinen Gesetzen Betrachtet Betrachtet Als Teil Des Großen Weltganzen Bestrahlt Von Denselben Gestirnen Die Auch Anderen Zeiten Und Völkern Geleuchtet Haben Und Bedroht Von Denselben Abgründen Und Einst Heimfallend Derselben Ewigen Nacht Und Demselben Fortleben In Der Großen Allgemeinen Überlieferung Schließlich Wird Durch Das Streben Nach Reiner Erkenntnis Auch Die Eliminierung Oder Beschränkung Der Begriffe Glück Und Unglück Für Die Weltgeschichte Notwendig Die Darlegung Weshalb Dies Zu Geschehen Hat Möge Dem Letzten Kapitel Dieses Kursus Vorbehalten Bleiben Hier aber Möge Nun Zunächst Auch Von Der Diesen Mängeln Und Gefahren Gegenüberstehenden Speziellen Befähigung Unserer Zeit Zum Studium Des Geschichtlichen Gesprochen Werden Ende Von Einleitung Erstens Unsere Aufgabe Einleitung Zweitens Die Befähigung Des Neunzehnten Jahrhunderts Für Das Historische Studium Teil 1 Von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten, fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Einleitung Zweitens Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 1 Ob wir eine spezifisch höhere geschichtliche Erkenntnis besitzen, lässt sich fragen. Lasso meint sogar, dass von dem Leben der heutigen Völker Europas bereits so viel abgelaufen sei, dass die nach einem Ziel konvergierenden Direktionslinien Erkannt werden, ja, Schlüsse auf die Zukunft gezogen werden können. Aber so wenig als im Leben des Einzelnen ist es für das Leben der Menschheit wünschenswert, die Zukunft zu wissen. Und unsere astrologische Ungeduld danach ist wahrhaft töricht. Ob wir uns das Bild eines Einzelnen vorstellen, der zum Beispiel seinen Todestag und die Lage, in der er sich dann befinden würde, vorauswüsste, Oder das Bild eines Volkes, welches das Jahrhundert seines Untergangs vorauskennte. Beide Bilder müssten als notwendige Folge zeigen, eine Verwirrung alles Wollens und Strebens, welche sich nur dann völlig entwickelt, wenn es blind, das heißt, um seiner selbst willen, den eigenen inneren Kräften folgend, lebt und handelt. Die Zukunft bildet sich ja nur, indem dies geschieht. Und wenn es nicht geschehe, so würde auch Fortgang und Ende des Menschen oder Volkes sich anders gestalten. Eine vorausgewusste Zukunft ist ein Widersinn. Abgesehen von der Nichtwünschbarkeit ist das Voraussehen des Künftigen für uns aber auch nicht wahrscheinlich. Vor allem stehen ihm die Irrungen der Erkenntnis durch unser Wünschen, Hoffen und Fürchten im Wege, sodann unsere Unkenntnis alles dessen, was man latente Kräfte, materielle wie geistige, nennt, und das Unberechenbare geistiger Kontagien, welche plötzlich die Welt umgestalten können. Ferner kommt hier auch die große akustische Täuschung in Betracht, in der wir leben, insofern seit 400 Jahren die Reflexion und ihr Räsonement durch die Presse bis zu völliger Ubiquität verstärkt, mit ihrem Lärm alles übertönt und scheinbar auch die materiellen Kräfte völlig von sich abhängig hält. Und doch sind diese vielleicht ganz nahe an einer großen, siegreichen Entfaltung anderer Art. Oder es wartet eine ganz entgegengesetzte, geistige Strömung vor der Tür. Siegt dann diese, so nimmt sie die Reflexion samt deren Trompeten in ihren Dienst bis wiederum auf ein weiteres. Endlich mögen wir uns, auch was die Zukunft betrifft, unserer geringen Kenntnis der Völkerbiologie von der physiologischen Seite bewusst sein. Wohl aber ist unsere Zeit zur Erkenntnis der Vergangenheit besser ausgerüstet als eine frühere. Als äußere Förderungen hat sie hierbei die Zugänglichkeit aller Literaturen durch das viele Reisen und Sprachenlernen der neueren Welt und durch die große Ausbreitung der Philologie, ferner die Zugänglichkeit der Archive, die dem Reisen verdankte Zugänglichkeit der Denkmäler vermittelst der Abbildungen, zumal der Fotografien, die massenhaften Quellenpublikationen durch Regierungen und Vereine, die jedenfalls vielseitiger und mehr auf das Geschichtliche als solches gerichtet sind, als dies bei der Kongregation von Saint-Maur und bei Muratori der Fall war. Dazu kommen innere Förderungen und zwar zunächst negativer Art. Dahin gehört vor allem die Indifferenz der meisten Staaten gegen die Resultate der Forschung, von welcher sie für ihren Bestand nichts fürchten, während ihre dermalige zeitliche Form, die Monarchie, unendlich viel nähere und gefährlichere Feinde hat, als jene je werden kann. Überhaupt die allgemeine Praxis des Laisse aller e Laisse dir, weil man noch ganz anderes aus der täglichen Gegenwart in jeder Zeitung muss passieren lassen. Und doch ließe sich behaupten, dass Frankreich die Sache zu leicht genommen hat. Der radikale Zweig seiner Historiografie hat eine große Einwirkung auf die seitherigen Tatsachen geübt. Sodann ist hier auch auf die Machtlosigkeit der bestehenden Religionen und Konfessionen gegenüber jeder Erörterung ihrer Vergangenheit und ihrer jetzigen Lage hinzuweisen. Eine gewaltige Forschung hat sich der Betrachtung jener Zeiten, Völker und Zustände zugewandt, wo sich die ursprünglichen Vorstellungen bildeten, von welchen die Religionen sind mitbestimmt oder geschaffen worden. Eine große, vergleichende Mythologie, Religions- und Dogmengeschichte ist auf die Länge nicht auszuschließen gewesen. Und nun die Förderungen positiver Art. Vor allem haben die gewaltigen Änderungen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts etwas in sich, was zur Betrachtung und Erforschung des früheren und des seitherigen gebieterisch zwingt, selbst abgesehen von aller Rechtfertigung oder Anklage. Eine bewegte Periode wie diese 83 Jahre Revolutionszeitalter, wenn sie nicht alle Besinnung verlieren soll, muss sich ein solches Gegengewicht schaffen. Nur aus der Betrachtung der Vergangenheit gewinnen wir einen Maßstab der Geschwindigkeit und Kraft der Bewegung, in welcher wir selber leben. Sodann gewöhnte das Schauspiel der französischen Revolution und ihre Begründung in dem, was vorhergegangen, den Blick an die Erforschung nicht bloß materieller, sondern vorzugsweise geistiger Kausalitäten und an deren sichtbares Umschlagen in materielle Folgen. Die ganze Weltgeschichte, soweit die Quellen reichlicher fließen, könnte eben dasselbe lehren. Allein diese Zeit lehrt es am unmittelbarsten und deutlichsten. Es ist also ein Vorteil für die geschichtliche Betrachtung heutiger Zeit, dass der Pragmatismus viel höher und weiter gefasst wird als früher. Die Geschichte in Auffassung und Darstellung ist unendlich interessanter geworden. Dazu haben sich durch den Austausch der Literaturen und durch den kosmopolitischen Verkehr des 19. Jahrhunderts überhaupt die Gesichtspunkte unendlich vervielfacht. Das Entfernte wird genähert. Statt eines einzelnen Wissens um Kuriosa entlegener Zeiten und Länder tritt das Postulat eines Totalbildes der Menschheit auf. Endlich kommen hierzu die starken Bewegungen in der neueren Philosophie, bedeutend an sich und beständig verbunden mit allgemeinen weltgeschichtlichen Anschauungen. So haben die Studien des 19. Jahrhunderts eine Universalität gewinnen können wie die früheren nie. Ende von Einleitung Zweitens Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 1 Einleitung Zweitens Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 2 Von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Einleitung Einleitung Zweitens Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 2 Was aber ist nun unsere Aufgabe bei der Enormität des geschichtlichen Studiums, das sich über die ganze sichtbare und geistige Welt erstreckt, mit weiter Überschreitung jedes früheren Begriffs von Geschichte? Zur vollständigen Bewältigung würden tausend Menschenleben mit vorausgesetzter höchster Begabung und Anstrengung lange nicht ausreichen. Denn tatsächlich herrscht die stärkste Spezialisierung bis in Monographien über die kleinsten Einzelheiten hinein. Wobei auch sehr wohlmeinenden Leuten bisweilen jeder Maßstab abhanden kommt, indem sie vergessen, welche Quote seines Erdenlebens ein Leser, der nicht ein bestimmtes persönliches Interesse am Gegenstand hat, auf ein solches Werk wenden kann. Man sollte bei Abfassung einer Monographie jedes Mal Tacitus Agricola neben sich haben und sich sagen, je weitläufiger, desto vergänglicher. Schon jedes Handbuch über eine einzelne Epoche oder über einen einzelnen Zweig des geschichtlichen Wissens weist in eine Unendlichkeit von ermittelten Tatsachen hinein. Ein verzweiflungsvoller Anblick beim Beginn des geschichtlichen Studiums. Für den, welcher sich vollständig diesem Studium und sogar der historischen Darstellung widmen will, haben wir hier auch gar nicht zu sorgen. Wir wollen keine Historiker und vollends keine Universal-Historiker bilden. Unseren Maßstab entnehmen wir hier von derjenigen Fähigkeit, welcher jeder akademisch Gebildete bis zu einem gewissen Grade in sich entwickeln sollte. Wir handeln ja, wie gesagt, nicht sowohl vom Studium der Geschichte als vom Studium des Geschichtlichen. Jede einzelne Erkenntnis von Tatsachen hat nämlich neben ihrem speziellen Werte als Kunde oder Gedanke aus einem speziellen Reiche noch einen universalen oder historischen, als Kunde einer bestimmten Epoche des wandelbaren Menschengeistes und gibt zugleich in den richtigen Zusammenhang gebracht Zeugnis von der Kontinuität und Unvergänglichkeit dieses Geistes. Neben der unmittelbaren Ausbeutung der Wissenschaften für das Fach eines jeden gibt es eine zweite, auf welche hier hingewiesen werden soll. Vorbedingung von allem ist ein festes Studium. Theologie, Jurisprudenz oder was es sei, muss ergriffen und akademisch absolviert werden. Und zwar nicht nur um des Lebensberufes willen, sondern um konsequent arbeiten zu lernen, die Gesamtheit der Disziplinen eines bestimmten Fachs respektieren zu lernen, den nötigen Ernst in der Wissenschaft zu befestigen. Daneben aber sollen diejenigen propädeutischen Studien fortgeführt werden, welche die Zugänge zu allem Weiteren bilden, besonders zu den verschiedenen Literaturen, also die beiden alten Sprachen und womöglich einige neuere. Man weiß nie zu viele Sprachen und so viel oder wenig man gewusst habe, darf man die Übung nie völlig einschlafen lassen. Gute Übersetzungen in Ehren, aber den originellen Ausdruck kann keine ersetzen und die Ursprache ist in Wort und Wendung schon selber ein historisches Zeugnis höchsten Ranges. So dann muss negativ empfohlen werden die Vermeidung alles dessen, was nur die Zeit vertreiben soll, die man doch kommen heißen und festhalten müsste, die Zurückhaltung gegenüber der jetzigen Verwüstung des Geistes durch Zeitungen und Romane. Für uns handelt es sich überhaupt nur um solche Köpfe und Gemüter, welche der ordinären Langeweile nicht ausgesetzt sind und eine Aufeinanderfolge von Gedanken aushalten können, welche Fantasie genug eigen haben, um der stofflichen Fantasie anderer nicht zu bedürfen, oder wenn sie dieselbe in sich aufnehmen, ihr nicht untertan werden, sondern sie wie ein anderes Objekt sich gegenüber zu halten vermögen. Überhaupt muss man imstande sein, sich temporär von den Absichten völlig wegwenden zu können zur Erkenntnis, weil sie Erkenntnis ist. Man muss zumal Geschichtliches zu betrachtend fähig sein, auch wenn es sich nicht direkt oder indirekt auf unser Wohl- oder Übelergehen bezieht. Und auch wenn es sich darauf bezieht, so soll man es objektiv betrachten können. Ferner darf die Geistesarbeit nicht bloß Genuss sein wollen. Alle echte Überlieferung ist auf den ersten Anblick langweilig, weil und insofern sie fremdartig ist. Sie kündet die Anschauungen und Interessen ihrer Zeit für ihre Zeit und kommt uns gar nicht entgegen, während das modern Unechte auf uns berechnet, daher pikant und entgegenkommend gemacht ist, wie es die fingierten Altertümer zu sein pflegen. Dahin gehört besonders der historische Roman, den so viele Leute für Geschichte lesen, die nur ein wenig arrangiert, aber im Wesentlichen wahr sei. Für den gewöhnlichen, halbgebildeten Menschen ist schon alle Poesie überhaupt, mit Ausnahme der Tendenzpoesie, und aus der Vergangenheit auch das Vergnüglichste, Aristophanes, Rabelais, Don Quixote und so weiter, unverständlich und langweilig, weil ihm nichts davon auf den Leib zugeschnitten ist, wie die heutigen Romane. Aber auch dem Gelehrten und Denker ist die Vergangenheit in ihrer Äußerung anfangs immer fremdartig und ihrer Aneignung eine Arbeit. Vollends ein vollständiges Quellenstudium über irgendeinen bedeutenden Gegenstand nach den Gesetzen der Erudition ist ein Unternehmen, das den ganzen Menschen verlangt. Die Geschichte zum Beispiel einer einzigen theologischen oder philosophischen Lehre könnte allein schon Jahre in Beschlag nehmen und gar die ganze eigentliche Theologie, selbst mit Ausschluss der Kirchengeschichte, Kirchenverfassung und so weiter, bloß als Dogmengeschichte und Geschichte der kirchlichen Wissenschaft gefasst, erscheint als eine Riesenarbeit, wenn wir an alle Patres, Concilia, Bularia, Scholastiker, Heretiker, neueren Dogmatiker, Homiletiker und Religionsphilosophen denken. Zwar bei tieferem Eindringen sieht man, wie sie einander abschreiben, auch lernt man die Methoden kennen und aus einem kleinen Teil das Ganze erraten, läuft aber Gefahr, die wichtige halbe Seite, welche irgendwo in dem Wust verborgen steckt, zu übersehen, wenn nicht ein glückliches Ahnungsvermögen das Auge vermeintlich zufällig, doch darauf führt. Und dann die Gefahr des Erlahmens, wenn man zu lange mit lauter homogenen Sachen von beschränktem Interesse zu tun hat. Buckle hat sich an den schottischen Predigten des 17. und 18. Jahrhunderts seine Gehirnlähmung geholt Und nun vollends der Polyhistor, der nach der heutigen Fassung des Begriffs eigentlich alles studieren müsste. Denn alles ist Quelle, nicht bloß die Historiker, sondern die ganze Literatur und Denkmälerwelt. Ja, letztere ist für die ältesten Zeiten die einzige Quelle. Alles irgendwie überlieferte, hängt irgendwie mit dem Geiste und seinen Wandlungen zusammen und ist Kunde und Ausdruck davon. Für unsere Zwecke aber soll nur vom Lesen ausgesuchter Quellen, Aber als solcher die Rede sein. Der Theologe, der Jurist, der Philologe möge einzelne Schriftwerke entlegener Zeiten sich aneignen. Nicht nur insofern deren Sachinhalt sein Fach im engeren Sinne berührt, sondern zugleich im historischen Sinne als Zeugnisse einzelner bestimmter Stadien der Entwicklung des Menschengeistes. Für den, welcher wirklich Lernen, das heißt geistig reich werden will, kann nämlich eine einzige glücklich gewählte Quelle, das unendlich viele gewissermaßen ersetzen, indem er durch eine einfache Funktion seines Geistes das Allgemeine im Einzelnen findet und empfindet. Es schadet nichts, wenn der Anfänger das Allgemeine auch wohl für ein Besonderes, das sich von Selbstverstehende für etwas Charakteristisches, das Individuelle für ein Allgemeines hält. Alles korrigiert sich bei weiterem Studium. Ja, schon das Hinzuziehen einer zweiten Quelle erlaubt ihm, durch Vergleichung des Ähnlichen und des Kontrastierenden, bereits Schlüsse, die ihm zwanzig Folianten nicht reichlicher gewähren. Aber man muss suchen und finden wollen. Man muss glauben, dass in allem Schutt Edelsteine der Erkenntnis vergraben liegen, sei es von allgemeinem Wert, sei es von individuellem für uns. Eine einzelne Zeile in einem vielleicht sonst wertlosen Autor kann dazu bestimmt sein, dass uns ein Licht aufgehe, welches für unsere ganze Entwicklung bestimmend ist. Und nun hat die Quelle gegenüber der Bearbeitung ihre ewigen Vorzüge. Vor allem gibt sie das Faktum rein, sodass wir erst erkennen müssen, was daraus zu ziehen sei, während die Bearbeitung uns letztere Aufgabe schon vorwegnimmt und das Faktum schon verwertet wiedergibt. Das heißt, eingefügt in einen fremden und oft falschen Zusammenhang. Die Quelle gibt ferner das Faktum in einer Form, die seinem Ursprung oder Urheber noch nahe. Ja, etwa dessen Werk ist. In ihrer originalen Diktion liegt ihre Schwierigkeit, aber auch ihr Reiz und ein großer Teil ihres allen Bearbeitungen überlegenen Wertes. Auch hier mögen wir wieder der Bedeutung der Originalsprachen und ihrer Kenntnis gegenüber den Übersetzungen gedenken. Auch geht unser Geist die richtige chemische Verbindung nur mit der Originalquelle in vollständigem Sinne ein, wobei freilich zu konstatieren ist, dass das Wort Original eine relative Bedeutung hat, in dem, wo jene verloren ist, auch Sekundäre und Tertiäre ihre Stelle vertreten können. Die Quellen aber, zumal solche, die von großen Männern herrühren, sind unerschöpflich, sodass jeder die tausendmal ausgebeuteten Bücher wieder lesen muss, weil sie jedem Leser und jedem Jahrhundert ein besonderes Antlitz weisen und auch jeder Altersstufe des Einzelnen. Es kann sein, dass im Thucydides zum Beispiel eine Tatsache ersten Ranges liegt, die erst in hundert Jahren jemand bemerken wird. Vollends ändert sich das Bild, welches vergangene Kunst und Poesie erwecken, unaufhörlich. Sophocles könnte auf die, welche jetzt geboren werden, schon wesentlich anders wirken als auf uns. Es ist dies auch gar kein Unglück, sondern nur eine Folge des beständig-lebendigen Verkehrs. Wenn wir uns um die Quellen aber richtig bemühen, so winken uns als Preis auch die bedeutenden Augenblicke und vorher bestimmten Stunden, da uns aus dem vielleicht längst zu Gebote stehenden und vermeintlich längst Bekannten eine plötzliche Intuition aufgeht. Nun aber die schwierige Frage, was soll der Nichthistoriker aus den ausgewählten Quellen notieren und exzapieren. Den materiellen Sachinhalt haben zahllose Handbücher längst ausgebeutet. Nimmt er diesen heraus, so türmen sich Exzapte auf, die er nachher wohl nie mehr ansieht. Und ein spezielles Ziel hat der Leser ja noch nicht. Es kann sich ihm aber eines ergeben, wenn er sich ansehnlich weit und noch ohne zu schreiben in seinen Autor hineingelesen hat. Dann beginne er frisch von vorn und notiere nach jenem einzelnen Ziele hin, lege aber eine zweite Reihe von Notizen über alles dasjenige an, was ihm überhaupt besonders merkwürdig vorkommt. Und wären es nur die Kapitelangaben, respektive die Seitenzahlen mit zwei Worten in Betreff des Inhaltes. Über der Arbeit ergibt sich dann vielleicht ein zweites und drittes Ziel, Parallelen und Kontraste mit anderen Quellen finden sich hinzu und so weiter. Freilich, mit alledem wird ja lauter Dilettantismus gepflanzt, welcher sich ein Vergnügen aus dem macht, woraus sich andere löblicherweise eine Qual machen. Das Wort ist von den Künsten her im Verruf, wo man freilich entweder nichts oder ein Meister sein und das Leben an die Sache wenden muss, weil die Künste wesentlich die Vollkommenheit voraussetzen. In den Wissenschaften dagegen kann man nur noch in einem begrenzten Bereiche Meister sein, nämlich als Spezialist und irgendwo soll man dies sein. Soll man aber nicht die Fähigkeit der allgemeinen Übersicht, ja, die Würdigung derselben einbüßen, so sei man doch an möglichst vielen anderen Stellen dilettant, wenigstens auf eigene Rechnung zur Mehrung der eigenen Erkenntnis und Bereicherung an Gesichtspunkten. Sonst bleibt man in allem, was über die Spezialität hinausliegt, ein Ignorant und unter Umständen im Ganzen ein roher Geselle. Dem Dilettanten aber, weil er die Dinge liebt, wird es vielleicht im Lauf seines Lebens möglich werden, sich auch noch an verschiedenen Stellen wahrhaft zu vertiefen. Ende von Einleitung Einleitung Zweitens Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 2 Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 3 von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Einleitung Zweitens Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 3 Endlich gehört hierher auch noch ein Wort über unser Verhältnis zu den Naturwissenschaften und der Mathematik als unseren einzigen uneigennützigen Kameraden während Theologie und Jus uns meistern oder doch als Arsenal benutzen wollen und die Philosophie welche über allen stehen will eigentlich bei allen hospitiert Ob das Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften ihrerseits alle geschichtliche Betrachtung schlechterdings ausschließe Fragen wir dabei nicht Jedenfalls sollte sich die Geschichte des Geistes nicht von diesen Fächern ausschließen lassen Eine der riesigsten Tatsachen dieser Geschichte des Geistes war die Entstehung der Mathematik Wir fragen uns ob sich von den Dingen zuerst Zahlen oder Linien oder Flächen loslösten und wie schloss sich bei den einzelnen Völkern der nötige Konsensus hierüber Welches war der Moment dieser Kristallisation Und die Naturwissenschaften Wann und wie lösten sie zuerst den Geist von der Furcht vor der Natur und ihrer Anbetung von der Naturmagie Wann und wo wurden sie zuerst annähernd ein freies Ziel des Geistes Freilich hatten auch sie ihre Wandlungen ihren Zeitweiligen Dienst und ihre Systematische Beschränkung und gefährliche Heiligung innerhalb bestimmter Grenzen bei Priestern Aufs Schmerzlichste ist die Unmöglichkeit einer geistigen Entwicklungsgeschichte Ägyptens zu beklagen die man höchstens in hypothetischer Form etwa als Roman geben könnte Bei den Griechen kamen dann für die Naturwissenschaften die Zeiten der völligen Freiheit nur taten sie relativ wenig dafür weil Staat Spekulation und plastischer Kunst trieb die Kräfte vor Wegnahmen Auf die alexandrinische römische und byzantinisch arabische Zeit folgt dann das okzidentalische Mittelalter und die Dienstbarkeit der Naturwissenschaften unter der Scholastik welche nur das Anerkannte stützt Aber für die Zeit seit dem 16. Jahrhundert sind sie einer der wichtigsten Gradmesser des Genius der Zeiten Was sie etwa retardiert sind sehr häufig die Akademiki und Professoren Ihr Vorwiegen und ihre Popularisierung im 19. Jahrhundert ist ein Faktum bei dem wir uns unwillkürlich fragen worauf es hinaus wühle und wie es sich mit dem Schicksal unserer Zeit verflechte Und nun besteht zwischen ihnen und der Geschichte nicht nur deshalb Freundschaft weil sie wie gesagt allein nichts von ihr verlangen sondern weil diese beiden Wissenschaften allein ein objektives absichtsloses Mitleben in den Dingen haben können Die Geschichte ist aber etwas anderes als die Natur Ihr Schaffen und Entstehen und Untergehen lassen ist ein anderes Die Natur bietet die höchste Vollendung des Organismus der Spezies und die größte Gleichgültigkeit gegen das Individuum Ja sie statuiert feindliche kämpfende Organismen die bei annähernd gleich hoher organischer Vollendung einander ausrotten miteinander ums Dasein kämpfen Auch die Menschengeschlechter im Natur Zustand gehören noch hierher Ihre Existenz mag den Tierstaaten ähnlich gewesen sein Die Geschichte dagegen ist der Bruch mit dieser Natur Vermöge des Erwachenden Bewusstseins Zugleich aber bleibt noch immer genug vom Ursprünglichen übrig um den Menschen als reißendes Tier zu zeichnen Hohe Verfeinerung der Gesellschaft und des Staates besteht neben völliger Garantielosigkeit des Individuums und neben beständigem Triebe andere zu knechten um nicht von ihnen geknechtet zu werden In der Natur besteht Regnum Genus Species in der Geschichte Volk Familie Gruppe Durch einen urtümlichen Trieb schafft jene konsequent organisch in unendlicher Varietät der Gattungen bei großer Gleichheit der Individuen Hier ist die Varietät freilich innerhalb der einzigen Species Homo lange nicht so groß Es gibt keine scharfen Abgrenzungen die Individuen aber drängen auf Ungleichheit Gleich Entwicklung Während die Natur nach einigen Urtypen Wirbellose und Wirbeltiere Phanerogamen und Kryptogamen und so weiter schafft ist ist beim Volk der Organismus nicht so sehr Typus als allmähliches Produkt Er ist der spezifische Volksgeist in seiner allmählichen Entwicklung Jede Species der Natur besitzt vollständig was zu ihrem Leben gehört Besäße sie es nicht so lebte sie nicht und pflanzte sich nicht fort Jedes Volk ist unvollständig und sucht sich zu ergänzen je höher es steht umso mehr Dort ist der Entstehungs Prozess der Spezies dunkel Vielleicht ist er in Aufsummierung von Erlebnissen begründet welche zur Anlage hinzutreten aber viel langsamer und altertümlicher Der Entstehungs und Modifikations Prozess des Volkstums beruht erweislich teils auf der Anlage teils ebenfalls auf Aufsummierung von Erlebtem Nur Nur ist er weil der bewusste Geist hier mithilft viel rascher als in der Natur mit nachweisbarer Wirkung der Gegensätze und der Verwandtschaften auf die das Volkstum trifft Während in der Natur die Individuen gerade bei den höchsten Tierklassen für die anderen Individuen ausgenommen etwa als stärkere Feinde oder Freunde nichts bedeuten findet in der Menschenwelt eine beständige Einwirkung bevorzugter Individuen statt Dort bleibt die Spezies relativ unverändert Bastarde sterben aus oder sind von Anfang an unfruchtbar Im geschichtlichen Leben ist alles voll Bastardtum als gehörte dasselbe wesentlich mit zur Befruchtung für größere geistige Prozesse Das Wesen der Geschichte ist die Wandlung In der Natur erfolgt der Untergang nur durch äußere Gründe Erdkatastrophen Klimatische Katastrophen Überwucherung schwächerer Spezies durch frechere edlerer durch gemeinere In der Geschichte wird er stets vorbereitet durch innere Abnahme durch Ausleben Dann erst kann ein äußerer Anstoß allem ein Ende machen Ende von Zweitens Die Befähigung des 19. Jahrhunderts für das historische Studium Teil 3 und Ende von Einleitung Von den drei Potenzen und Von den drei Potenzen Erstens Der Staat Von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Von den drei Potenzen Unser Thema werden Staat, Religion und Kultur in ihrem gegenseitigen Verhältnis sein. Hierbei sind wir uns der Willkür unserer Trennung in diese drei Potenzen wohl bewusst. Es ist als nähme man aus einem Bilde eine Anzahl von Figuren heraus und ließe den Rest stehen. Auch soll die Trennung bloß dazu dienen uns eine Anschauung zu ermöglichen und ohnehin muss er freilich jede fachweise trennende Geschichtsbetrachtung so verfahren, wobei die Fachforschung jedes Mal ihr Fach für das Wesentlichste hält. Die drei Potenzen sind unter sich höchst heterogen und nicht koordinierbar und ließe man auch die beiden stabilen Staat und Religion in einer Reihe gehen, so wäre doch die Kultur etwas wesentlich anderes. Staat und Religion, die der Ausdruck des politischen und des metaphysischen Bedürfnisses sind, beanspruchen wenigstens für das betreffende Volk, ja für die Welt, die universelle Geltung, die dem materiellen und dem geistigen Bedürfnis im engeren Sinn entsprechende Kultur, aber ist für uns hier der Inbegriff alles dessen, was zur Förderung des materiellen und als Ausdruck des geistig-sittlichen Lebens spontan zustande gekommen ist, alle Geselligkeit, alle Techniken, Künste, Dichtungen und Wissenschaften, sie ist die Welt des beweglichen, freien, nicht notwendig, universalen, desjenigen, was keine Zwangsgeltung in Anspruch nimmt. Eine unnütze Prioritätsfrage könnte zwischen den Dreien aufgeworfen werden. Wir sind hier davon, wie von aller Spekulation über die Anfänge dispensiert. Unser Hauptgegenstand wird zunächst ihre kurze Charakteristik und als dann die Erörterung ihrer gegenseitigen Einwirkung aufeinander sein. Bisweilen scheinen sie sogar in der Funktion abzuwechseln. Es gibt vorzugsweise politische und vorzugsweise religiöse Zeiten oder wenigstens Momente und unendlich Zeiten, die vorzugsweise den großen Kulturzwecken zu leben scheinen. Ferner wechselt ihr Bedingen und Bedingt Sein oft in raschem Umschlag. Oft täuscht sich der Blick noch lange darüber, welche die Aktive und welche die Passive ist. Und jedenfalls existiert in Zeiten hoher Kultur immer alles auf allen Stufen des Bedingens und der Bedingtheit gleichzeitig, zumal, wenn das Arbe vieler Epochen schichtweise übereinander liegt. Von den drei Potenzen erstens der Staat Eitel sind alle unsere Konstruktionen von Anfang und Ursprung des Staates und deshalb werden wir uns hier über diese Primordien nicht wie die Geschichtsphilosophen den Kopf zerbrechen. Nur so viel Licht, dass man sehe, was für ein Abgrund vor uns liegt, sollen die Fragen geben. Wie wird ein Volk zum Volk und wie zum Staat? Welches sind die Geburts Krisen? Wo liegt die Grenze der politischen Entwicklung? Von welcher an wir von einem Staat sprechen können? Absurd ist die Kontrakthypothese für den zu errichtenden Staat, die bei Rousseau auch nur als ideale hypothetische Aushilfe gemeint ist, indem er nicht zeigen will, wie es gewesen sei, sondern wie es nach ihm sein sollte. Noch kein Staat ist durch einen wahren, das heißt ist von allen Seiten freiwilligen Kontrakt inter volentes entstanden. Denn Abtretungen und Ausgleichungen wie die zwischen zitternden Romanen und siegreichen Germanen sind keine echten Kontrakte. Darum wird auch künftig keiner so entstehen. Und wenn einer so entstände, so wäre es eine schwache Schöpfung, weil man beständig um die Grundlagen rechten könnte. Die Überlieferung, welche Volk und Staat nicht unterscheidet, bleibt gerne bei der Idee von der Abstammung stehen. Das Volk kennt namens Heroen und zum Teil Eponyme Archägeten als mythische Repräsentanten seiner Einheit. Oder es hat eine dunkle Kunde bald von einer Urvielheit, die ägyptischen Nomen, bald von einer Ureinheit, die sich später getrennt habe, der Turm von Babel. Aber alle diese Kunde ist kurz und mütig. Was für Kunde geht etwa aus dem Nationalcharakter in Betreff der Anfänge des Staates hervor? Jedenfalls nur eine sehr bedingte, da er nur in einer unbestimmbaren Quote aus ursprünglicher Anlage besteht, Sonst aber aus aufsummierter Vergangenheit als Konsequenz von Erlebnissen, also zum Teil erst durch die nachherigen Schicksale des Staates und Volkes entstanden ist. Oft widerspricht sich die Physiognomie und das politische Schicksal eines Volkes total durch späte Verschiebung und Vergewaltigung. Ferner kann der Staat zwar um so viel mächtiger sein, je homogener er einem ganzen Volkstum entspricht, aber er entspricht einem solchen nicht leicht, sondern einem tonangebenden Bestandteil, einer besonderen Gegend, einem besonderen Stamm, einer besonderen sozialen Schicht. Oder hätte das Rechtsbedürfnis allein schon den Staat geschaffen? Ach, das hätte noch lange warten müssen, etwa bis die Gewalt sich selber so lange gereinigt hätte, dass sie zu ihrem eigenen Vorteil und um das ihrige sicher zu genießen, auch andere aus der Verzweiflung zur Ruhe zu bringen für gut fände. Auch dieser einladenden optimistischen Ansicht, wonach die Gesellschaft, das Prius und der Staat zu ihrem Schutze entstanden wäre, als ihre negative, abwehrende, verteidigende Seite, sodass er und das Strafrecht identischen Ursprung hätten, können wir also nicht beitreten. Die Menschen sind ganz anders. Welches waren die frühesten Notformen des Staates? Wir möchten dies zum Beispiel gerne für die Fahrbauleute wissen, aber die Verweisung auf Neger und Rothäute hilft nicht, so wenig als die auf die Neger Religion bei der Religionsfrage. Denn die weiße und gelbe Rasse sind gewiss von Anfang an anders verfahren. Die Dunkeln können für sie nicht maßgebend sein. Etwas wesentlich anderes sind ferner die Tierstaaten, bei weitem vollkommener als die Menschenstaaten, aber unfrei. Die einzelne Ameise funktioniert nur als Teil des Ameisenstaates, welcher als ein Leib aufzufassen ist. Das Ganze, was da vorgeht, ist dem einzelnen Individuum ganz unverhältnismäßig überlegen. Ein Leben in vielen Atomen. Schon die höheren Tierklassen aber leben bloß als Familie, höchstens als Rudel. Nur der Menschenstaat ist eine Gesellschaft, das heißt eine irgendwie freie, auf bewusster Gegenseitigkeit beruhende Vereinigung. So ist denn nur zweierlei wahrscheinlich. A die Gewalt ist wohl immer das Prius. Um ihren Ursprung sind wir nie verlegen, weil sie durch die Ungleichheit der menschlichen Anlagen von selbst entsteht. Oft mag der Staat nichts weiter gewesen sein, als ihre Systematisierung. Oder B Wir ahnen sonst einen höchst gewaltsamen Prozeß, zumal der Mischung. Ein Blitzstrahl schmilzt mehreres zu einem neuen Metall zusammen, etwa zwei stärkere und ein schwächeres oder umgekehrt. So dürften sich zum Zweck einer Eroberung oder bei Anlass einer solchen die drei Dürrier fühlen und die drei Gotenstämme zusammengetan haben. Eine schreckliche Gewalt, an die sich das Vorhandene ansetzte und die dann zur Kraft wurde, sind auch die Normannen in Unteritalien. Von den furchtbaren Krisen bei der Entstehung des Staates, von dem, was er ursprünglich gekostet hat, klingt noch etwas nach in dem enormen absoluten Vorrecht, das man ihm von jeher gewährt hat. Dies erscheint uns wie eine aprioristische Selbstverständlichkeit, während es wohl zum Teil verhüllte Überlieferung ist, wie dies noch von manchem gilt. Denn viele Überlieferung geht unausgesprochen durch die bloße Zeugung von Geschlecht zu Geschlecht. Wir können dergleichen nicht mehr ausscheiden. Ist die Krise eine Eroberung gewesen, so ist der früheste Inhalt des Staates seine Haltung, seine Aufgabe, ja, sein Pathos wesentlich, die Knechtung der Unterworfenen. In den frühesten Bildern vom Staate braucht das Älteste Überlieferte nicht gerade das Altertümlichste zu sein. Wüstenvölker auch von hoher Rasse, von denen das einzelne Individuum, sobald es in eine andere Umgebung kommt, sogleich in das moderne Leben hineinwächst, behaupten bis in unsere Tage hinein einen sehr urtümlichen Zustand, den patriarchalischen, während die ältesten erhaltenen Staatsbilder, Inder, vor der Gangeszeit Juden, Ägypter, schon einen höchst abgeleiteten Zustand geben, der die Zeiten der Zähmung der Natur, das heißt Jahrtausende, hinter sich hat. Alles erscheint hier schon durch Reflexion hindurch gegangen, zum Teil in später Redaktion und im heiligen Recht dieser Völker. Manu, Moses, Zendavesta, ist gewiss schon vieles aufgezeichnet, wonach man leben sollte, aber bereits nicht mehr lebte, während also das Ägypten des Menes circa Viertausend vor Christus erst beginnt, nachdem der patriarchalische Zustand längst überwunden ist, dauert er hart daneben in Arabien bis auf den heutigen Tag. Das Altertum begnügte sich mit der Betrachtung der drei aristotelischen Verfassungsformen und ihrer ausgearteten Nebenformen. Aber die wirkliche Stufenreihe ist viel ungeheurer und geht nicht in diese Einteilung hinein. Etwas ganz Besonderes ist zum Beispiel das Königtum im Mittelalter, in dem es erstens streng erblich ist und Thron wechseln und Usurpationen nur selten unterliegt, zweitens ein persönliches Recht und Eigentum das Gegenteil aller Volkssouveränität ist, sodass das Volk auf keine Weise als Quelle der Macht erscheint. Drittens Einzelrechte ausstellt, deren Beobachtung man von ihm durch Fehde und durch Verweigerung der Steuern und des Kriegsdienstes erzwingen kann. Viertens einen sehr beschränkten Kreis der Tätigkeit hat, indem es von Kirche, Universitäten, Orden, Städten, Korporationen rings umgeben ist, welche lauter Republiken und durch Privilegien und Statuten gedeckt sind. Fünftens ein unauslöschliches, nicht einschlafendes, selbst im größten Elend, nicht sterbendes Königsrecht besitzt. Auch von den Weltmonarchien, von den Vereinigten Staaten, von den verschiedenen Formen der Eroberung, das heißt, der wirklichen mit Assimilation oder Verdrängung der Einwohner und der Unechten mit deren bloß oberflächlicher Beherrschung Vom Kolonialbesitz und dem Unterschied zwischen bloßer Kontorherrschaft und echtem Kolonialwesen sowie vom Gesetz der Emanzipation der Kolonien wäre hier zu sprechen. Je nach der Uranlage und den späteren Erlebnissen und je nach der Einwirkung von Religion und Kultur sind eben die Staaten enorm verschieden. Daher bei Anlass der beiden letzteren Einwirkungen von diesen Dingen zu reden sein wird. Hier möge nur der Gegensatz des Großstaates und des Kleinstaates und deren Verhältnis zur inneren Beschaffenheit berührt werden. Der Großstaat ist in der Geschichte vorhanden zur Erreichung großer äußerer Zwecke, zur Festhaltung und Sicherung gewisser Kulturen, die sonst untergingen, zur Vorwärtsbringung passiver Teile der Bevölkerung, welche als Kleinstaat sich selbst überlassen, verkümmern würden. Zur Rügen Ausbildung großer Kollektiver Kräfte. Der Kleinstaat ist vorhanden, damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die größtmögliche Quote der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne sind. Ein Ziel, wobei die griechischen Polis in ihrer bessern Zeit trotz ihres Sklaven Wesens in großem Vorsprung gegen alle jetzigen Republiken bleiben. Kleine Monarchien haben sich diesem Zustand möglichst zu nähern. Kleine Tyrannien wie die des Altertums und der italienischen Renaissance sind die unsicherste Staatsform und haben die beständige Neigung in einem größeren Ganzen aufzugehen. Denn der Kleinstaat hat überhaupt nichts als die wirkliche tatsächliche Freiheit, wodurch er die gewaltigen Vorteile des Großstaates selbst dessen Macht ideal völlig aufwiegt. Jede Ausartung in die Despotie entzieht ihm seinen Boden. Auch die in die Despotie von unten trotz allem Lärm, womit er sich dabei umgibt. Welches auch der Ursprung eines Staates der politischen Zusammenfassung eines Volkstums sei. Er wird seine Lebensfähigkeit nur beweisen, wenn er sich aus Gewalt in Kraft verwandelt. Zwar, solange das äußere Wachstum dauert, strebt jede Macht nach völliger Ausrundung und Vollendung nach innen und außen und hält kein Recht der Schwächeren für gültig. Völker und Dynastien handeln hier ganz gleich, nur dass bei jenen mehr Massengelüste bei diesen mehr die Staatsräson entscheidet. Es ist nicht bloße Eroberungssucht, sondern eine sogenannte Notwendigkeit, für die das Reich der Karolinger als Beispiel dienen könnte. Abgesehen davon, was die Macht nach innen tut, wie der Aufhebung aller übernommenen Spezialrechte und der Ausdehnung des Machtbegriffes auf alles und jedes, angeblich im Interesse des Allgemeinen bis zur letzten Konsequenz des Letat Semois stellt sich ihr Tun nach außen in seiner naivsten Gestalt in den alten Weltmonarchien dar, wo man erobert und knechtet und plündert und Brand schatzt, so weit und breit als man kann und gefolgt von Beute und Sklaven in Theben oder Ninive mit Triumph einfährt und beim Volk als gottgeliebter König gilt, bis eine stärkere, neue Weltmonarchie entsteht. Im neueren Europa aber wechseln Zeiten längerer Ruhe mit Zeiten Territorialer Krisen, weil an irgendeiner Stelle das sogenannte Gleichgewicht, das gar nie existiert hat, gestört worden ist. Und nun zeigt es sich, man denke dabei an Louis XIV, an Napoleon und an die revolutionären Volksregierungen, dass die Macht an sich böse ist, Schlosser, dass ohne Rücksicht auf irgendeine Religion das Recht des Egoismus, das man dem Einzelnen abspricht, dem Staate zugesprochen wird. Schwächere Nachbarn werden unterworfen und einverleibt oder irgendwie sonst abhängig gemacht, nicht, damit sie selbst nicht mehr feindlich auftreten, denn das ist die geringste Sorge, sondern damit sie nicht ein anderer nehme oder sich ihrer politisch bediene. Man knechtet den möglichen politischen Verbündeten eines Feindes. Und auf dieser Bahn angelangt ist dann kein anhaltens mehr. Alles wird exkusabel, denn mit der bloßen Beschaulichkeit wäre man zu nichts gelangt, sondern frühe von anderen Bösewichtern gefressen worden. Und die anderen machen's auch so. Das nächste ist, dass der Gleichen im Vorrat geschieht, ohne irgendeinen besonderen Anlass. Nach dem Grundsatz nehmen wir es zur rechten Zeit, so sparen wir einen künftigen gefährlichen Krieg. Endlich bildet sich ein permanentes Gelüste des Arrandierens. Man nimmt was einem gelegen liegt und was man erwischen kann. Namentlich unentbehrliche Küstenstriche und benutzt dabei alle Schwächen, innern Krankheiten und Feinde des Schlachtopfers. Der Grad der Wünschbarkeit namentlich des Zusammenlegens kleinerer Gebiete, die Aussicht auf Vervierfachung des Wertes bei bloßer Verdoppelung des Gebietes und so weiter wird unwiderstehlich. Vielleicht wünschen die betreffenden Bevölkerungen selbst, zumal Kleinstaaten ohne Freiheit eine Reunion, weil ihnen dabei Erweiterung von Zollgebiet und Industriezone in Aussicht steht, der modernen künstlichen Schmerzens Schreie und so weiter zu geschweigen. Missetaten müssen womöglich naiv geschehen. Denn grässlich ist die ästhetische Wirkung der Rechtsdeduktionen und der Rekrimination von beiden Seiten. Man schämt sich nämlich, der heißersehnten und mit allen Verbrechen erreichten macht, da das Recht noch immer einen Zauberklang hat, den man bei den Menschen nicht entbehren will. So kommt man zu einer Sophistik, wie sie zum Beispiel Friedrich der Zweite beim Ersten Schlesischen Kriege sich gestattete und zu der sauberen Lehre von den unberechtigten Existenzen. Die spätere wirklich erreichte Amalgamierung des Geraubten ist keine sittliche Lossprechung des Räubers, wie überhaupt nichts Gutes Folgendes ein Böses vorangegangenes entschuldigt. Auch auf das Schrecklichste, was geschehen, muss ja die Menschheit sich wieder einrichten, ihre noch heilen Kräfte herbeibringen und weiterbauen. Auch der auf lauter Fluch errichtete Staat wird gezwungen, mit der Zeit einer Art von Recht und Gesittung zu entwickeln, weil sich die Gerechten und Gesitteten seiner allmählich zu bemächtigen wissen. Endlich kommt noch die große indirekte Exkuse, dass ohne Vorauswissen des Täters durch seine Tat große, einstweilen fernliegende weltgeschichtliche Zwecke gefördert werden. So resonieren besonders später Lebende, die ihren zeitlichen Vorteil auf das seither gewordene gegründet wissen. Aber es erheben sich die Gegenfragen, was wissen wir von Zwecken und wenn solche existierten, konnten sie nicht auch auf anderem Wege erreicht werden? Und ist die Erschütterung der allgemeinen Sittlichkeit durch das gelungene Verbrechen so gar nichts? Eines wird immerhin von den meisten zugegeben, das Königsrecht der Kultur zur Eroberung und Knechtung der Barbarei, welche nun blutige innere Kämpfe und scheußliche Gebräuche aufgeben und sich den allgemeinen sittlichen Normen des Kulturstaates fügen müsse. Vor allem darf man der Barbarei ihre Gefährlichkeit, ihre mögliche Angriffskraft benehmen. Fraglich aber ist, ob man sie wirklich innerlich zivilisiert, was aus den Nachkommen von Herrschern und von überwundenen Barbaren, zumal anderer Rassen Gutes kommt, ob nicht ihr Zurückweichen und Aussterben wie in Amerika wünschbarer ist, ob dann der zivilisierte Mensch auf dem fremden Boden überall gedeiht. Jedenfalls darf man nicht in den Mitteln der Unterwerfung und Bändigung die bisherige Barbarei selber überbieten. Was den Staat nach innen betrifft, so ist er nicht entstanden durch Abdikation der individuellen Egoismen, sondern er ist diese Abdikation. Er ist ihre Ausgleichung, sodass möglichst viele Interessen und Egoismen dauernd ihre Rechnung dabei finden und zuletzt ihr Dasein mit dem Seinigen völlig verflechten. Das Höchste, wozu er es bringt, ist dann das Pflichtgefühl der Bessern, der Patriotismus, der auf seinen beiden Stufen, nämlich der der Primitiven und der der abgeleiteten Kulturen, im Volke mehr unwillkürlich als hohe Rassetugend erscheint, teilweise gespeist vom Hasse gegen die, welche nicht wir sind, in den gebildeten Geistern, aber als Bedürfnis der Hingebung an ein Allgemeines, der Erhebung über die Selbstsucht des Einzelnen und der Familie, soweit dies Bedürfnis nicht von der Religion und von der Gesellschaft absorbiert wird. Es ist eine Ausartung und philosophisch bürokratische Überhebung, wenn der Staat direkt das Sittliche verwirklichen will, was nur die Gesellschaft kann und darf. Wohl ist der Staat die Standarte des Rechts und des Guten, welche irgendwo aufgerichtet sein muss, aber nicht mehr. Die Verwirklichung des Sittlichen auf Erden durch den Staat müsste tausendmal scheitern an der inneren Unzulänglichkeit der Menschennatur überhaupt und auch der der Besten insbesondere. Das Sittliche hat ein wesentlich anderes Forum als den Staat. Es ist schon enorm viel, dass dieser das konventionelle Recht aufrecht hält. Er wird am ehesten gesund bleiben, wenn er sich seiner Natur, vielleicht sogar seines wesentlichen Ursprungs als Notinstitut bewusst bleibt. Die Wohltat des Staates besteht darin, dass er der Hort des Rechtes ist. Die einzelnen Individuen haben über sich Gesetze und mit Zwangsrecht ausgerüstete Richter, welche sowohl die zwischen Individuen eingegangenen Privatverpflichtungen als auch die allgemeinen Notwendigkeiten schützen. Weit weniger durch die wirklich ausgeübte Gewalt als durch die heilsame Furcht von ihr. Die Sekurität, deren das Leben bedarf, besteht in der Zuversicht, dass dies auch in Zukunft geschehen werde. Das heißt, dass man nie mehr nötig haben werde innerhalb des Staates, solange derselbe überhaupt besteht, gegeneinander zu den Waffen zu greifen. Jeder weiß, dass er mit Gewalt weder habe noch Macht vermehren, sondern nur seinen Untergang beschleunigen wird. Der Staat hat weiter zu verhindern, dass sich die verschiedenen Auffassungen des bürgerlichen Lebens an den Haaren nehmen. Er soll über den Parteien stehen. Freilich sucht jede Partei, sich seiner zu bemächtigen, sich für das Allgemeine auszugeben. Endlich in späten gemischten Staatsbildungen, welche Schichten von verschiedenen, ja entgegengesetzten Religionen und religiösen Auffassungen beherbergen und in letzterem Sinn sind jetzt alle Kulturstaaten paritätisch. sorgt der Staat wenigstens dafür, dass nicht nur die Egoismen, sondern auch die verschiedenen Metaphysiken einander nicht aufs Blut befäden dürfen, was noch heute ohne den Staat unvermeidlich geschehen würde, denn die Hitzigsten würden anfangen und die andern nachfolgen. Ende von Von den drei Potenzen Erstens der Staat Von den drei Potenzen Zweitens Die Religion Teil 1 Von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten, fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Von den drei Potenzen Zweitens Die Religion Teil 1 Die Religionen sind der Ausdruck des ewigen und unzerstörbaren metaphysischen Bedürfnisses der Menschennatur. Ihre Größe ist, dass sie die ganze übersinnliche Ergänzung des Menschen, alles das, was er sich nicht selber geben kann, repräsentieren. Zugleich sind sie der Reflex ganzer Völker und Kulturepochen in ein großes anderes hinein oder der Abdruck und Kontur, welchen diese ins Unendliche hineinziehen und bilden. Dieser aber ist, obwohl sich für stabil und ewig haltend wandelbar. Er ist es partiell oder ganz, allmählich oder plötzlich. Unmöglich ist es zu vergleichen, welcher Prozess der größere gewesen. Die Entstehung des Staates oder die einer Religion. Des betrachtenden Geistes aber bemächtigt sich eine Doppelempfindung. Neben dem Betrachten, Vergleichen und Zersetzen hat er das Mitgefühl der Größe und nimmt das riesige Bild einer Sache auf, die in ihrem Entstehen vielleicht individuell war und in ihrer Ausbreitung weltgroß, universell, säkulär wurde. Wir haben hier den höchsten Gegenstand für das Studium der Herrschaft eines Allgemeinen über unzählige Geister bis zur völligen Verachtung alles irdischen bei sich und anderen, das heißt bis zum Selbstmord durch Askese und bis zum Martyrium, das man mit Freuden aufsucht, aber auch über andere verhängt. Freilich sind die metaphysischen Anlagen und Schicksale der Völker überaus verschieden. Gleich ausgeschieden mögen hier die Religionen der geringeren Rassen, die der Negervölker und so weiter, der Wilden und Halbwilden werden. Sie sind für die Primordien des Geistigen noch weniger maßgebend als der Negerstaat für die Anfänge des Staates überhaupt. Denn diese Völker sind von Anfang an die Beute einer ewigen Angst. Ihre Religionen gewähren uns nicht einmal einen Maßstab für die Anfänge der Entbindung des Geistigen, weil der Geist dort überhaupt nie zu spontaner Entbindung bestimmt ist. Aber auch bei höheren Kulturvölkern findet sich dem Inhalt nach eine große Stufenreihe von der Verehrung von Reichsgöttern, die in öder Weise eroberten aufgezwungen worden sind. Vom Orgiasmus und Bachantentum und ähnlichen Formen unfreier Besessenheit vom Gotte bis zu der reinsten Gottes Verehrung und Kindschaft unter einem himmlischen Vater. Ebenso groß ist die Stufenreihe im Verhältnis der Religionen zur Sittlichkeit. Man darf aus ihnen noch nicht auf die religiös sittliche Anlage der betreffenden Völker schließen. Bei den Griechen zum Beispiel war die Sittlichkeit von der Religion wesentlich unabhängig und hing jedenfalls enger mit der idealen Auffassung des Staates zusammen. Auch halte man Völker, die es nicht über eine Naturreligion hinausbrachten, deshalb noch nicht für geistig oder sittlich geringer angelegt. Es war ein Schicksal, dass sich bei ihnen die Religion auf einem sehr naiven Stadium ihrer Geschichte fixierte, und das später dann nicht mehr dagegen aufzukommen war. Denn der Moment der Fixierung ist bei der Religion wie beim Staatswesen von entscheidender Wichtigkeit und unabhängig vom Wollen oder Laufen der Völker. Was die Entstehung der Religionen betrifft, so scheint eine große Unmöglichkeit abzuschweben, uns die primitive Entbindung des Geistigen überhaupt vorzustellen, denn wir sind später abgeleitete Leute. Gegen das Primus in Orbe Deos Fecit Timor wendet sich Renan, indem er ausführt, dass, wenn die Religionen bloß durch Berechnung des Schreckens entstanden wären, der Mensch nicht in seinen erhöhten Momenten religiös sein würde. Sie seien auch nicht, wie die italienischen Sophisten des 16. Jahrhunderts glaubten, durch die Einfältigen und die Schwachen erfunden, sonst wären nicht die edelsten Naturen die religiösesten. Vielmehr sei die Religion eine Schöpfung des normalen Menschen. So richtig dies ist, gibt es doch Religion der Bangigkeit genug. Wir finden bei den Urvölkern einen teils verehrenden, teils erschrockenen Kult von Natur Gegenständen, Natur Kräften und Natur Erscheinungen, so dann den Kult der Ahnen und den Kult von Fetischen, wobei der Mensch das Gefühl seiner Abhängigkeit in einen einzelnen, ihm individuell gehörenden Gegenstand legt. Diese Religionen entsprechen zum Teil unheimlichen Kinderträumen, deren Schreck Gestalten versöhnt werden, zum Teil dem Staunen vor den Himmelslichtern und Elementen. Sie sind bei den Nationen, die noch keiner Literatur fähig sind, die bisweilen einzige Urkunde des Geistes. Richtiger als die Annahme eines ursprünglichen Gottesbewusstseins ist jedenfalls die eines langen unbewussten metaphysischen Bedürfnisses. Ein großer oder schrecklicher Moment oder ein zum Religionsstifter begabter Mensch bringt dies zum Bewusstsein. Das, was in den begabteren Stammesgenossen ohnehin schon verhüllt lebt, findet seinen Ausdruck. Der Prozess kann sich bei Neumischung und Trennung der Völker wiederholen. Entscheidend ist jedenfalls das Gefühl der Abhängigkeit von einem Gewaltigeren, das Bangen mitten im Gefühl der subjektiven Kraft und Gewalt tat. Da nun der Anlässe zum Schrecken das heißt zur Versöhnung des Furchtbaren viele sind, so hat die stärkste Präsumption der Priorität der Polytheismus für sich. Jene Einheit des primitiven Gottes Bewusstseins ist nichts als ein Traum. Das Urgefühl des Bangens war vielleicht ein Großartiges, Denn sein Objekt war das Unendliche. Dagegen gewährte der Beginn der Religion eine Begrenzung, Verkleinerung, Definition, welche etwas sehr Wohltuendes haben mochte. Man glaubte vielleicht plötzlich zu wissen, wie man dran sei. Die Angst mochte sich dann im Fetisch und Dämonendienst ihren neuen Winkel suchen. Wie weit sind die Religionen gestiftet? Jedenfalls sind sie wesentlich als die Schöpfungen einzelner Menschen oder einzelner Momente, das heißt eben der Fixierungsmoment ruckweise strahlenweise entstanden. Ein Teil der Menschen hält mit, weil der Stifter oder das Ereignis gerade den Punkt des metaphysischen Bedürfnisses getroffen hat, der in den lebendigsten Menschen empfunden wird. Die große Masse hält mit, weil sie nicht widerstehen kann und weil alles bestimmte ein Königsrecht hat gegenüber dem dumpfen, unsicheren und anarchischen. diese Massen hangen freilich hernach auch am festesten und mühelosesten an der äußeren Form und den Begehungen der betreffenden Religion und halten sie, sind mal ihnen der Kern jeder Religion unzugänglich bleibt aufrecht, bis eine stärkere Macht, welche genugsam Schale gewonnen hat, sodass sie sich nun hieran halten können, sie auch äußerlich umstößt, worauf sie sich dieser anschließen. Allmählich können die Religionen nicht wohl entstanden sein, sonst besäßen sie den siegreichen Glanz ihrer Blütezeit nicht, welcher der Reflex eines großen einmaligen Momentes ist. Die uns historisch Bekannten nennen ihre Stifter oder Erneuerer, das heißt Lenker großer Krisen und selbst die teilweise Natur Religionen und Polytheistischen Religionen können durch bloßes späteres Zusammenschmelzen früher entstandener einmal gestifteter Kulte entstanden sein. Es waren teils plötzliche, teils allmähliche Wandlungen und Reunionen, aber kein allmähliches Entstehen. Bisweilen verpflicht sich ihr Entstehen mit dem eines Staates. Ja, die Religion gründet den Staat, Tempelstaaten. Ob sie sich ihn erst später dienstbar macht und wie sie sich sonst zu ihm verhält, wird später zu erörtern sein. Welches sind die geeigneten Völker und Kulturstufen? Das metaphysische Bedürfnis haben alle Völker und alle Zeiten und alle halten eine einmal ergriffene Religion fest. Allein zum ersten Fest Wurzeln einer Religion, welche über das Gewöhnliche hinausgeht, taugen weniger die Völker des Welt Lebens und der Arbeit als die der Kontemplation. Die, welche mit weniger Arbeit schon ihr Leben gewinnen, daher auch eine Art von Bildung sehr allgemein sein kann, ohne die Scheidung der jetzigen Zeit in Gebildete und Nicht Gebildete Ferner Völker von großer Sobrietät und nervöser Erregbarkeit, bei welchen ein feiner, präziser Geist herrschen kann, ohne dem Wunder, dem Übernatürlichen, den Visionen, Eintrag zu tun. Bei solchen Völkern kann auch eine längere Vorbereitung eine religiöse Schwangerschaft stattfinden. Dass er solche Zustände in Konkreto kennt und seiner Geschichte des Urchristentums zugrunde legt, darauf beruht Renan's große Bedeutung. Völker des Weltlebens und der Arbeit nehmen wohl die Religion aus den Händen von extatisch- kontemplativen Völkern an und erfüllen sie allmählich mit ihrem Geiste. So noch bei der Reformation England und Holland die keinen originalen Reformator hatten und doch an die Spitze des Protestantismus kamen. Auch Griechen und Römer als Völker des Weltlebens vermochten wenigstens nicht mehr wie die Hindus ihre Religion aus eigener Kraft umzuwälzen, sondern waren ad hoc auf Juden, Christen angewiesen. Wir begreifen die großen religiösen Krisen schwer und daher kommt auch unser ewiger Streit über die spekulativen Ideen in den Religionen. Den einen werden sie immer urtümlich den anderen später hineingetragen erscheinen ohne dass man sich verständigen kann. Jene werden darin immer Reste einer Urweisheit, ja einer lichteren Jugend des Menschengeschlechts erkennen, die anderen einen mühsamen späteren Erwerb. Aber trotz unserer geringen Fähigkeit uns einen Begriff zu machen von dem Zustand der Exaltation bei der Geburt einer Religion und zumal von der völligen Kritiklosigkeit solcher Zeiten und Menschen ist doch gerade dieser Zustand so kurz er dauern mag für die ganze Zukunft entscheidend. Er gibt der betreffenden Religion ihre Farbe und ihre Mythen, ja bisweilen schon ihre Einrichtungen und ihr Priestertum. Die späteren Einrichtungen einer Religion sind nämlich einzelne Reste oder Nachklänge aus dem Gesamtzustand bei ihrer Entstehung, wie denn zum Beispiel die Klöster der Rest des anfänglichen gemeinsamen Lebens der Urgemeinde sind. Sodann mag aus Gründern und Zeugen der Entstehung einer Religion durch Ergänzung ein bleibendes Kollegium entstehen und hiemit mag zusammentreffen das Bedürfnis einer Korporation für die heiligen Begehungen mit allmählichem Alleinrecht auf Opfer Bann und so weiter. Bei späteren Religionen mag dergleichen noch historisch nachweisbar sein. Die alten Religionen dagegen werden uns überliefert als kaum entrollbares Konvolut von Metaphysischem alten Trümmern früherer geschichtlicher und Kulturüberlieferung alten Volkserinnerungen aller Art längst als eins geschaut von den betreffenden Völkern selbst ja zum allgemeinen untrennbaren Sinnbild ihrer Psyche geworden. Die Religionen werden von LaSol in die drei folgenden großen Gruppen eingeteilt. A. Die pantheistischen Systeme des Orients und die polytheistischen des Oxidens jene mit den Indern diese mit den Hellenen als höchsten Repräsentanten B. Den Monotheismus der Juden und dessen Nachzügler den Islam wobei LaSol auch den persischen Dualismus hätte unterbringen müssen. C. Die Trinitätslehre die von Anfang an nicht als nationale sondern als Weltreligion wobei sie freilich auch ein Weltreich vorfindet auftritt. Dies auftreten als Weltreligion gilt aber auch vom Buddhismus. Dieser Einteilung nach Grundanschauungen und Ursprüngen ließe sich aber mehr als eine andere gegenüber stellen. So vor allem eine welche nicht nur die Religionen zueinander anders gruppiert sondern auch durch die einzelnen Perioden und Bekennerschichten einer und derselben Religion mitten durchschneidet. Es würden sich hier nach ergeben a Religionen welche ein stark betontes vergeltendes jenseits und außerdem etwa noch eine Eschatologie haben und b solche die dies wesentlich oder ganz entbehren wie die der Griechen welche bei ihrer hellen Einsicht in das Menschliche und in die Grenzen des Individuellen nur ein farbloses Jenseits statuierten und wenig daran dachten die Eschatologie aber als ein physisches Problem den Philosophen überließen. Diese Philosophen aber hingen zum Teil der dritten Lösung an nämlich C der Metem Psychose deren offenes oder verschwiegenes Korrelat die Ewigkeit der Welt ist. Dies ist der große Glaube der Inder der unter anderem in der Albigenser Lehre in das Abendland einzudringen versucht. Buddha aber will d die Menschen auch von dieser Art des Weiterlebens durch Nirvana erlösen. Höchst merkwürdig ist das ungemein starke Zusammenstimmen in der Grundidee des Weltuntergangs bei Christen und Skandinavien Umso mehr als die Letzteren Daneben vom persönlichen Jenseits des Einzelnen keinen sonderlichen Gebrauch machen und ihr Valhalla auf gefallene Helden beschränken. Die großartige umständliche Eschatologie, welche sich bei Otto von Freisingen auf die biblische Lehre vom Antichrist kurz vor dem Weltuntergang oder von der Losgebundenheit Satans nach den tausend Jahren seiner Fesselung aufbaut, gibt im Ganzen die Ansichten des christlichen Mittelalters über diese Dinge. Nach der skandinavischen Tradition sind es drei Jahre der äußersten sittlichen Verderbnis, welche den großen Erdkatastrophen vorangehen. Diese Verfinsterung der sittlichen Mächte ist die Verfinsterung der Götter. Ragnarök mit welchem Worte also nicht die Folge, sondern die Ursache des Untergangs der Welt bezeichnet wird. Die Götter und die von ihnen in Valhalla gesammelten Helden fallen dabei im Kampfe gegen die Mächte der Nacht und es erfolgt der Welt Brand worauf freilich endlich die neu geborene Welt mit einem neuen ungenannten obersten Gotte und dazu auch ein verjüngtes Menschengeschlecht kommt. Zwischen beiden Vorstellungen steht der Muspili, wo Elias mit dem Antichrist streitet, aber indem er ihn tötet, selbst verwundet wird und aus seinem Blut, sobald es auf die Erde träuft, sofort der Weltbrand entsteht. Die gemeinsame Anschauung bei Christen und Skandinaven ist, das Ideal weiß gleichsam, dass ihm, auch wenn es sich verwirklicht hat, tödliche Feinde drohen, die stärker sein und ihm den Untergang bringen werden, worauf dann aber bald nach Cyril von Jerusalem nach Dreieinhalb Jähriger, auch nach Otto von Freisingen, nach zweiundvierzig monatlicher Herrschaft des Antichrists, die allgemeine Vergeltung folgt. Das Ideal fühlt, dass es zu heilig für diese Welt sei. Mit diesem stärkeren oder schwächeren Hereinragen der Lehre vom Jenseits und den letzten Dingen hängt bisweilen obgleich nicht immer die größere oder geringere Ausbildung der Priestermacht zusammen, als welche über die Verbindung mit diesem Jenseits mehr oder weniger zu verfügen hat. Diese mag freilich auch noch andere diesseitige Quellen und Gründe haben, so die Kraft ihres Rituals zum Götterzwang, die Theurgie, die Leitung von Gottes Urteilen zur Ermittlung von Tatbeständen, endlich die Verflechtung von Priestertum und Heilkunde, teils durch das nähere Verhältnis zu den Göttern, teils durch priesterliche Wissenschaft, teils durch die Anschauung, dass Krankheiten Strafen für Vergangenes auch in einem früheren Dasein Begangenes oder Wirkungen von Dämonen seien, denen der Priester begegnen könne. Von selbst versteht sich schließlich die Macht der Priester von Staats oder Volkes Religionen. Missionieren werden im Ganzen nur Jenseits Religionen und nicht einmal diese alle, zum Beispiel taten es die Ägypter und Zehnt Leute nicht. Der Eifer des Missionierens ist nicht bloß von der Stärke einer Religion bedingt, denn gerade sehr starke Religionen begnügen sich etwa das, was nicht ist, wie sie zu verachten, zu vernichten, höchstens zu bemitleiten, sondern er ist bedingt von ihrem Inhalt und zwar wesentlich von ihrem Jenseitigen, denn wegen des Erdenlebens nehme man sich die Mühe nicht und würde auch schwerlich viele Proselyten machen. Es drängt sich daher die Frage auf, ob das Judentum, als es sich 50 vor Christus bis 50 nach Christus im vorderen Orient und im Imperium ausdehnte, nicht etwa eine pharisäische Jenseitslehre in sich hatte. Oder schloss man sich daran auch ohne Mission von seiner Seite? Vertraten irdisch messianische Hoffnungen das Jenseits? Jedenfalls bezogen sich sämtliche orientalische Mysterien Kulte, die im Imperium Eingang fanden, auf das Jenseits. Und das Christentum selbst wirkte bei den Römern wesentlich durch seine Verheißung der seligen Unsterblichkeit. Ja, vielleicht haben überhaupt nur die Jenseits Religionen, die zugleich dogmatisch stark ausgestattete Religionen sind, diejenigen eifrigen Persönlichkeiten im Vorrat, welche entweder werben oder alles zersprengen müssen. Besonders aus den Proselyten selbst, die vorher heftige Gegner waren, erwachsen die eifrigsten Boten. Ganz logisch und nur scheinbar paradox rechnen wir hierher auch die Verbreiter des Buddhismus, welcher die orientalische Gestalt des Jenseits die Seelenwanderung Stille zu stellen verspricht. In vollem Gegensatz aber zu den missionierenden Religionen steht der klassische Römer der römische Polytheismus, welcher wohl seine Götter in den Westen verbreitet, hauptsächlich aber die Götter anderer Völker in sein Pantheon einlädt. Er ist eine Nationalreligion, welche zur Reichsreligion geworden ist, sich aber dabei stark modifiziert hat. Ende von von den drei Potenzen zweitens die Religion Teil 1 von den drei Potenzen zweitens die Religion Teil 2 von weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhard von den drei Potenzen zweitens die Religion Teil 2 und hier kommen wir nun auf den Gegensatz der Nationalreligionen und der Weltreligionen welcher mit dem durch das Verhalten zum jenseits bedingten Gegensatz teilweise koinzidiert Beide geben das menschlich übermenschliche auf ganz verschiedenen Stufen die einen mit Hülle die andern ohne Hülle die Nationalreligionen sind die früheren sie sind mit Erinnerungen Kultur und Geschichte der betreffenden Völker eng verflochten haben Götter welche dieses bestimmte Volk oder diesen bestimmten Staat zu schützen oder zu schrecken haben sind sind in ihrem Benehmen heroisch und stolz solange das Volk gedeiht lassen allenfalls eine allgemeine Hoffnung wie die zu dass einst alle Völker auf Moria zur Anbetung Jehovas erscheinen werden sind aber einstweilen national abgegrenzt ja durch eine heilige Sprache ebenso wohl im Innern gestärkt als nach außen isoliert und einstweilen auch nicht proselytisch gegen andere sind sie bald wie wir dies soeben von den Griechen und Römern gesehen haben polytheistisch freundlich einladend Affinitäten erkennend zum Göttertausch geneigt bald verachtungsvoll doch mit Ausnahme der Perser nicht verfolgerisch diesen gegenüber stehen die Welt Religionen Buddhismus Christentum und Islam sie sind spät gekommen ihr stärkstes Vehikel ist meist ein soziales indem sie die Aufhebung von Kasten mit sich bringen und sich als armen Religionen und Sklaven Religionen daher an sich auch antinational geben während der Islam eine Religion von Siegern ist sie abstrahieren von einer heiligen Sprache und übersetzen ihre Urkunden ausgenommen der Islam der seinen Koran arabisch behauptet und die Völker zu einer beschränkten Kenntnis des Arabischen zwingt nur eine beschränkte Beibehaltung einer heiligen Sprache ist es wenn der katholische Kultus mit einem großartigen praktischen Zweck das Lateinische beibehalten hat und ein vereinzelter Fall ist das merkwürdige Schicksal der koptischen Nationalsprache die dadurch zur heiligen Sprache geworden ist dass die Kopten die jetzt nur noch Arabisch sprechen und verstehen die ehemals in skoptische übersetzten heiligen Schriften und Ritualien in dieser ihnen nun unverständlichen Landessprache beibehalten haben die Weltreligionen sind es welche die größten historischen Krisen herbeiführen sie wissen von Anfang an dass sie Weltreligionen sind und wollen es sein enorm verschieden ist die Bedeutung der verschiedenen Religionen im Leben vergleichen wir sie zunächst untereinander so finden wir die einen fast ohne kenntliche Dogmen sie haben keine Urkunden gehabt oder sie verloren und die Poesie und Kunst dafür angenommen sie sind zufrieden mit gelinderer oder strengerer Verehrung und Sühnung der Götter mit prächtigeren oder mäßigeren Zeremonien das Leben ist wenig von der Religion bedingt Philosophie und Aufklärung mögen eine solche Religion frühe zersetzen und ausschwatzen sodass wir alles erfahren die anderen haben Urkunden einen Priesterstand einen strengen Ritus bis ins Kleinlichste hinein ihr Dogmatismus mag sehr künstlich sein sich rechts in Sekten und links in Philosophie verlaufen das Volk erfährt wenig davon und begnügt sich mit der äußeren Schale aber sein Leben kann hart und fest in den Kultus eingeschnürt sein so die Brahminen Religion endlich kommen die großen wesentlich dogmatischen Weltreligionen wo das Dogma nicht wie dort der Ritus die einzelne Seele zu beherrschen verlangt die Taxation des Irdischen hat sich hiemit abzufinden wie sie kann viel schwieriger aber ist die Beurteilung des jeweiligen Geltungsgrades einer und derselben Religion nach Zeiten und nach Schichten ihrer Bekenner Zeitlich hätte man etwa zu unterscheiden das primäre Stadium des originalen Glaubens oder das naive Stadium das Sekundäre da der Glaube Tradition geworden und das Tertiäre da er sich bereits auf sein Altertum beruft und zugleich aufs stärkste mit den nationalen Erinnerungen verflochten ja stellenweise der nationale Anhalt geworden ist von der schichtweisen Geltung der Religion wäre etwa zu sagen dass die Religionen der höheren Kulturvölker immer auf diesen drei und auf noch viel mehr Stadien zugleich leben je nach sozialen Schichten und Kultur Einflüssen Man möge hierbei an den Polytheismus der gebildeten Römer denken oder an das Christentum von heute das bei den einen hierarchisch äußerlich bei andern dogmatisch bei den dritten fromm gemütlich bei vielen zur bloßen Religiosität verinnerlicht oder verblasst erscheint Groß ist hier die Unsicherheit unseres Urteils Es ist uns zum Beispiel zweifelhaft inwiefern die byzantinische Religion noch Religiosität gewesen ist Woneben spitzfindigem dogmatischem Hader der geistlichen die größte Veräußerlichung in pathetischem Symbol Dienst und Zeremoniell und eine despotische Entwürdigung des Menschen einhergeht Und doch darf man auch hier nicht zu früh aburteilen Die besten byzantinischen Eigenschaften sind immer noch in Verbindung mit jener Religion vorhanden gewesen welche auch jetzt noch verdient das Salz der dortigen Erde genannt zu werden Und nun die Auflösung der Religionen und ihre Gegenwehr Eine Religion gründet zum Beispiel früh ein heiliges Recht Das heißt sie verschlingt sich enge mit einem Ganzen von ihr garantierten öffentlichen Zustand oder sie gründet ihre Hierarchie neben den Staaten aber im politischen Rapport mit ihnen Diese ihrer äußeren Einrichtungen enge mit allem materiellen verflochten und auf die Massen und deren Gewöhnung gestützt können eine solche Religion unendlich lang äußerlich aufrecht erhalten wie alte Bäume innen ganz morsch von ihrer Rinde und ihren Blättern Leben und noch große Figur damit machen Der Geist aber ist schon lange teilweise daraus gewichen und nur noch nicht im Besitz eines neuen klar bewussten metaphysischen Elementes auf welches er eine neue des Kampfes und Sieges fähige gegen Religion aufbauen könnte was er inzwischen einzelnes aufstellt heißt dann Heresie und wird als solche verfolgt oder doch exekriert auch die schärfst beaufsichtigten Völker deren ganzer Gedankenkreis sorgfältig auf die herrschende Religion orientiert schien fallen bisweilen plötzlich schichtweise der Heresie anheim Man denke an die unter dem Einfluss des Manische Ismus entstandene Heresie der Mazdag im Sassanidenreiche die Staaten gründenden Heresien des Islams die Albigänser des 12. und 13. Jahrhunderts diese Neumannichäer mit ihrem Seelen Wanderungsglauben der zu der Frage verführen könnte ob die Metempsychose nicht vielleicht bestimmt sei noch einmal das Christentum zu durchkreuzen jedes Mal ist die Heresie ein Zeichen dass die herrschende Religion dem metaphysischen Bedürfnis das sie einst geschaffen nicht mehr genau entspricht sehr verschieden ist nun die Widerstandskraft der Religionen je nach der Schicht oder Macht welche sie verteidigt Kleinstaaten wo die Sakra enge mit dem Bürgertum oder Staat verflochten sind können eine neue Ketzerei oder Religion vielleicht besser abwehren als große Weltreiche mit nivellierter Kultur und allgemeinem Verkehr welche die Kleinstaaten unterworfen haben weil dieselben schon müde waren solchen ist auch vielleicht schon die Bändigung der politisch dagegen und nun hat es zwar sehr leichte rasche und massenhafte Übergänge von Religion zu Religion gegeben in in Thesis aber verlangen alle Religionen mindestens so ewig zu sein als die sichtbare Welt und jede hat einen bleibenden menschlichen Gehalt in sich welcher sie hierzu teilweise berechtigt schrecklich sind nun die religiösen Kämpfe zumal bei den Religionen wo der Gedanke des Jenseits sehr vorherrscht oder wo die Sittlichkeit sonst total an die gegebene Religionsform gebunden erscheint oder wo die Religion sehr stark national geworden ist und in und mit ihr ein Volkstum sich verteidigt am schrecklichsten geht es gerade bei den zivilisierten Völkern zu die Mittel des Angriffs und der Verteidigung haben keine Grenzen die gewöhnliche Sittlichkeit und das Recht werden dem höheren Zweck zu gefallen völlig suspendiert Transaktionen und Vermittelungen verabscheut man kann nur alles oder nichts haben was das Entstehen von Verfolgungen betrifft so ist zunächst ein Urstadium zu konstatieren in der Bestrafung der Blasphemie Man fürchtet von den Lästerungen eines Gottesfeindes eine Strafe der Gottheit und wünscht ihr deshalb den Betreffenden auszuliefern um nicht mitleiden zu müssen solches kann man möge an die athenischen Asebi-Prozesse denken bei den tolerantesten Polytheismen vorkommen sobald sie direkt trotz erfahren hiervon wesentlich verschieden ist das verfahren besonders von Weltreligionen und Jenseits Religionen diese erwidern nicht bloß geschehene Angriffe sondern bekämpfen schon das bloße wenn auch geheime Dasein einer von der ihrigen abweichenden Metaphysik mit den äußersten Mitteln solange sie können die Zehntreligion begehrt zwar nicht zu bekehren zeigt aber ihren äußersten Hass gegen alles was nicht Ormuts Lehre ist Kambyses zerstört die ägyptischen Tempel und tötet den Apis Xerxes verwüstet die Heiligtümer Griechenlands auch auch der Islam missioniert nicht oder doch nur Zeit und Stellenweise solange er kann wenigstens dehnt er sich nicht durch Mission sondern sondern durch Eroberung aus und findet das Dasein Zinsender Giauers sogar bequem Tötet Tötet sie aber durch Verachtung und Misshandlung und massakriert sie in Wutanfällen auch etwa das Christentum aber verlangt seit dem vierten Jahrhundert Seele und Gewissen des Einzelnen für sich allein zu besitzen und nimmt wovon später noch die Rede sein soll den weltlichen Arm in Anspruch als verstände sich dies von selbst gegen Heiden und ganz besonders gegen christliche Ketzer dieselbe Religion deren Sieg ein Triumph des Gewissens über die Gewalt war operiert nun auf die Gewissen mit Feuer und Schwert los furchtbar ist die Stärke seiner Affirmation der Märtyrer wird wenn er seine Qualen überlebt hat konsequent Verfolger nicht sowohl aus Vergeltung als vielmehr weil ihm seine Sache über alles geht Ohnehin war vielleicht sein äußeres Leben wenig wert er hatte sogar Lust zu leiden und zu sterben der dergleichen auch außerhalb des Christentums ja außerhalb der Religion vorkommt ohne dass damit der geringste Beweis für den objektiven Wert der betreffenden Sache geleistet wäre Jetzt mit ihrer unendlichen Bekümmernis für die Seele des Einzelnen lässt die Kirche demselben nur die Wahl zwischen ihrem Dogma ihren Syllogismen und dem Scheiterhaufen Ihre schreckliche Voraussetzung ist dass der Mensch ein Recht über die Meinungen von seinesgleichen haben müsse Subintelligiert oder oft zugestanden wird das Irrlehre gleich ewiger Verdammnis daher deren Verbreitung über unschuldige Seelen ja über ganze Völker durch alle Mittel zu verhindern sei daß der Tod relativ weniger nicht in Betracht komme gegen die ewige Verdammnis ganzer Nationen bei bei den Massen wird allenfalls grobe Unwissenheit des Wahren bei den Irrlehrern kaum je etwas anderes als Bosheit vorausgesetzt indem ja der wahre Glaube völlig einleuchte Seelen 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 geht allem voran auch durch Kinderraub und gewaltsame Erziehung Von den Kirchen Lehrern ist schon Sankt Augustin für die blutige Verfolgung der Donatisten Nicht wir sind es die euch verfolgen sondern eure eigenen Werke Das heißt, weil ihr euch aus Gottlosigkeit von der Kirche getrennt habt. Was für ein Unrecht soll darin liegen, wenn diejenigen für ihre Sünden und auf Befehl der Regierung gestraft werden, welche Gott durch dies gegenwärtige Gericht und Züchtigung ermahnt, sich dem ewigen Feuer zu entziehen? Sie sollen zuerst beweisen, dass sie weder Heretiker noch Schismatiker sind und sich dann beklagen. Sankt Hilarius und Sankt Hieronymus äußern sich nicht Gelinder und im Mittelalter verpflichtet und bedroht Innocenz der Dritte, die weltlichen Herren, und ladet gegen die Ketzer zu einem Kreuzzuge ein mit Landprämien und Ablass wie für das Heilige Land. Freilich wurde man den Gegner, Heiden oder Ketzer wirklich nur durch materielle Vernichtung los. Man hat die Albigenser wirklich ausgerottet. Die Nemesis lag darin, dass die Kirche mehr und mehr ein Polizeiinstitut wurde und dass die Hierarchen danach rochen. Die Reformatoren dachten über die ewige Verdammnis nicht anders als die katholische Kirche, stellten aber die Sache in Praxi wesentlich Gott anheim, etwa schwere Fälle von Blasphemie ausgenommen, womit man wieder in jenes Urstadium des Verfolgens zurücktrat. Die großen geistigen Bewegungen des 18. Jahrhunderts machten einen starken Riß in die Verfolgungen. Abgesehen davon, dass der weltliche Arm sich nicht mehr hergab, weil ein neuer Begriff des Staates aufgekommen war, war wohl ganz wesentlich entscheidend, dass, mit unter dem Einfluss des kopernikanischen Systems, die Beschäftigung mit dem Jenseits zurücktrat, dass es Mauvais, Genre und Zeichen eines harten Herzens wurde, sich mit der ewigen Verdammnis anderer Seelen abzugeben und dass allmählich eine gelinde Seligkeit für jedermann postuliert werden konnte. Die Aufklärungsphilosophie und Toleranz des 18. Jahrhunderts, welche eifrige, überzeugte Bekenner und selbst Märtyrer gehabt und die Geisterwelt umgestaltet hat, ohne dass ein Mensch auf einen Paragraphen vereidigt gewesen wäre, war freilich ihrerseits auch eine Art von Religion, was man etwa auch von dieser oder jener Philosophie des Altertums, zum Beispiel von der Stoa, behaupten könnte, können doch, um das Phänomen im Allgemeinen zu nennen, bloße Denkweisen ohne Dogma, Versammlungen und spezielle Verpflichtungen bei großer Varietät unter ihren Bekennern selbst völlig den Wert einer Religion oder Sekte annehmen. Und nun der Untergang der Religionen. Hierzu genügt noch lange nicht, was man die innere Zersetzung nennt. Die geistige Abwendung einzelner Kategorien der Bevölkerung, sei es als Sekte innerhalb der Bevölkerung oder als gebildete, reflektierende Sozietät. Ja, es genügt noch nicht, die Anwesenheit einer neuen, dem zeitweiligen, metaphysischen Bedürfnis viel besser entsprechenden Religion. Sekten können verfolgt und ausgerottet oder ihrer eigenen Unbeständigkeit und Metamorphose überlassen werden. Die gebildeten Stände, welche durch Kultureinflüsse der herrschenden Religion entzogen worden sind, kehren wohl, wie dies das Schicksal fast sämtlicher romanischer Völker ist, wieder zu ihr zurück oder arrangieren sich wieder mit ihr aus Klugheitsrücksichten, während beim Volk von Alters her die Religion das wesentliche Stück der Kultur ist. Eine neue Religion kann sich neben die alte Stellen sich mit ihr in die Welt teilen, aber von sich aus sie unmöglich verdrängen, selbst nicht, wenn sie die Massen für sich hat, falls nicht die Staatsgewalt eingreift. Jede ausgebildete Religion höheren Ranges ist vielleicht relativ ewig, das heißt, so weit ewig als das Leben der sie bekennenden Völker, wenn nicht ihre Gegner diese Macht gegen sie aufzubieten vermögen. Vor der Gewalt unterliegen sie alle, wenn dieselbe konsequent gehandhabt wird, und zumal, wenn es sich um ein einziges unentrinnbares Weltreich wie das Römische handelt. Ohne Gewalt oder doch ohne gleichmäßig gehandhabte Gewalt leben sie fort und tränken ihre Macht stets neu aus dem Geiste der Massen. Ja, am Ende bekommen sie den weltlichen Arm wieder auf ihre Seite, so die Religionen des Orients. Mithilfe der staatlichen Gewalt konnte der Buddhismus in Indien durch die Brahminen-Religion ausgerottet werden. Ohne die Kaisergesetzgebung von Konstantin bis auf Theodosius würde die römisch-griechische Religion noch bis heute leben. Ohne ein wenigstens zeitweises völliges, vom weltlichen Arm gehandhabtes, nötigenfalls mit den äußersten Mitteln verbündetes Verbot würde die Reformation sich nirgends behauptet haben. Sie hat alle diejenigen Territorien wieder verloren, wo sie diesen Vorteil des weltlichen Arms nicht besaß und irgendeine beträchtliche Quote von Katholiken musste fortleben lassen. So kann selbst eine junge und kräftig scheinende Religion partiell, gebietweise untergehen, vielleicht für solche Gegenden auf immer. Denn es fragt sich, ob später wieder ein neuer Andrang mit einem günstigen Fixierungsmoment zusammentreffen wird. Von den drei Potenzen Drittens Die Kultur Von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Von den drei Potenzen Drittens Die Kultur Kultur nennen wir die ganze Summe derjenigen Entwicklungen des Geistes, welche spontan geschehen und keine universelle oder Zwangsgeltung in Anspruch nehmen. Sie wirkt unaufhörlich modifizierend und zersetzend auf die beiden stabilen Lebenseinrichtungen ein. Ausgenommen insofern dieselben sie völlig dienstbar gemacht und zu ihren Zwecken eingegrenzt haben. Sonst ist sie die Kritik der beiden die Uhr welche die Stunde verrät da in jenen Form und Sache sich nicht mehr decken. Ferner ist sie derjenige millionengestaltige Prozess durch welchen sich das naive und rassenmäßige Tun in reflektiertes Können umwandelt. Ja, in ihrem letzten und höchsten Stadium in der Wissenschaft und speziell in der Philosophie in bloße Reflexion. Ihre äußerliche Gesamtform aber gegenüber von Staat und Religion ist die Gesellschaft im weitesten Sinne. Jedes ihrer Elemente hat so gut wie Staat und Religion sein Werden blühen das heißt völliges sich verwirklichen vergehen und weiterleben in der allgemeinen Tradition soweit es dessen fähig und würdig ist. Unzähliges lebt auch unbewusst weiter als Erwerb der aus irgendeinem vergessenen Volk in das Geblüt der Menschheit übergegangen sein kann. Ein solches unbewusstes Aufsummieren von Kultur Resultaten in Völkern und Einzelnen sollte man überhaupt immer in Rechnung ziehen. Dies Wachsen und Vergehen folgt höheren unergründlichen Lebensgesetzen. An der Spitze aller Kultur steht ein geistiges Wunder. Die Sprachen, deren Ursprung unabhängig vom Einzelfolke und seiner Einzelsprache in der Seele liegt. Sonst könnte man überhaupt keinen Taubstummen zum Sprechen und zum Verständnis des Sprechens bringen. Nur durch den entgegenkommenden inneren Drang der Seele den Gedanken in Worte zu kleiden ist dieser Unterricht erklärlich. Dann aber sind die Sprachen die unmittelbarste höchst spezifische Offenbarung des Geistes der Völker. Das ideale Bild desselben, das dauerhafteste Material, in welches die Völker die Substanz ihres geistigen Lebens niederlegen, zumal in den Worten großer Dichter und Denker. Ein unermessliches Studium hat sich hier eröffnet, sowohl aufwärts nach dem ursprünglichen Grundbegriff der Wörter etymologisch mit Hilfe der vergleichenden Sprachforschung als abwärts nach der grammatischen und syntaktischen Ausbreitung hin, von der Wurzel ausgehend, die man durch Verbum, Substantiv, Adjektiv und deren endlose Flexionen verfolgen mag. Im Ganzen zeigt sich die Sprache je früher, desto reicher. Die hohe Geisteskultur mit ihren Meisterwerken tritt erst ein, wenn sie schon im Abblühen ist. Am Anfang in ihrem Aufblühen muss die Sprache ein höchst anmutiges Spiel gehabt haben. Alle Organe scheinen feiner gewesen zu sein, besonders das Ohr, auch bei Griechen und Germanen. Der große Flexions Reichtum muss spätestens schon zugleich mit dem sachlichen Sprachschatz ja vielleicht schon früher vorhanden gewesen sein. Und so wird man das Werkzeug in seiner Vollkommenheit schon vor dem Gebrauche besessen haben, sodass man schon alles Mögliche hätte sagen können, als man nur erst wenig zu sagen hatte. Erst das raue geschichtliche Leben und die Überwältigung der Sprache durch die Sachen, durch den Gebrauch stumpften sie ab. Enorm ist aber auch die Rückwirkung der einmal vorhandenen Sprache auf die Geistesgeschichte der einzelnen Völker. Nach LaSol Seite 28 wäre die Reihenfolge in der Kultur die gewesen, dass auf den Bergbau, das heißt irgendeinen Grad der Metallbereitung, Viehzucht, Ackerbau, Schifffahrt, Handel, Gewerbe, bürgerlicher Wohlstand gefolgt wären. Dann erst wären aus dem Handwerk die Künste und aus diesen zuletzt die Wissenschaft entstanden. Dies ist eine scheinbare Vermengung, indem die einen dieser Dinge ihren Ursprung im Materiellen, die anderen im geistigen Bedürfnis haben. Allein der Zusammenhang ist in der Tat ein sehr enger und die Dinge nicht zu sondern. Bei allem mit selbstständigem Eifer nicht rein knächtig betriebenen materiellen tun entbindet sich ein wenn auch nur geringer geistiger Überschuss. Dasselbe Vermögen funktioniert also rasch nacheinander in zweierlei Dienst. Das ist's ja, was den Menschen zieret und dazu ward ihm der Verstand, dass er im inneren Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand. Und dieser geistige Überschuss kommt entweder der Form des Geschaffenen zugute als Schmuck, als möglichste äußere Vollendung. Die Waffen und Geräte bei Homer sind herrlich, bevor von einem Götterbilde die Rede ist. Oder er wird bewußter Geist, Reflexion, Vergleichung, Rede, Kunstwerk. und und ehe es der Mensch selber weiß, ist ein ganz anderes Bedürfnis in ihm wach als das, womit er seine Arbeit begonnen und dieses greift und wirkt dann weiter. Im Menschen ist überhaupt nie bloß eine Seite ausschließlich, sondern immer das Ganze tätig, wenn auch einzelne Seiten desselben nur schwächer unbewusst. Ohnehin sind diese Dinge nicht nach der unendlichen Arbeitsteilung und Spezialisierung unserer Zeit zu beurteilen, sondern nach dem Bilde von Zeiten, da noch alles näher beisammen war. Und endlich ist nicht nötig für die Entbindung jedes Geistigen einen materiellen Anlass als Basis aufzufinden, obwohl er sich am Ende fände. Wenn der Geist sich einmal seiner selbst bewusst geworden, bildet er von sich aus seine Welt weiter. Das Außerordentlichste sind jedenfalls die Künste, rätselhafter als die Wissenschaften. Die drei bildenden Künste machen hier keinen Unterschied neben Poesie und Musik. Alle fünf sind scheinbar entweder aus dem Kultus hervorgegangen oder doch in früher Zeit mit ihm verbunden gewesen, aber doch auch vor ihm und ohne ihn vorhanden. Glücklicherweise sind wir auch hier der Spekulation über die Anfänge enthoben. Nicht ganz abschließend für die Stellung der Kunst in der Weltkultur sind Schillers Künstler. Es reicht nicht, dass das Schöne als Durchgangspunkt und Erziehung zum Wahren dargestellt wird. Denn die Kunst ist in hohem Grade um ihrer Selbstwillen vorhanden. Die Wissenschaften sind teils die geistige Seite des praktisch Unentbehrlichen und die systematische Seite des Unendlich Vielen, das heißt, die großen Sammlerinnen und Ordnerinnen dessen, was auch ohne ihr Zutun tatsächlich vorhanden ist. Teils dringen sie voran und entdecken dasselbe, sei es Einzelheit oder Gesetz. Endlich versucht die Philosophie die höchsten Gesetze alles Seienden zu ergründen. Aber wiederum als auch ohne sie und vor ihr nämlich ewig Bestehende. Ganz anders die Künste. Sie haben es nicht mit dem auch ohne sie vorhandenen zu tun, auch keine Gesetze zu ermitteln, weil sie eben keine Wissenschaften sind, sondern ein höheres Leben darzustellen, welches ohne sie nicht vorhanden wäre. Sie beruhen auf geheimnisvollen Schwingungen, in welche die Seele versetzt wird. Was sich durch diese Schwingungen entbindet, ist dann nicht mehr individuell und zeitlich, sondern sinnbildlich, bedeutungsvoll und unvergänglich. Die großen Alten wussten nichts von uns und wie weit sie selber an die Nachwelt dachten, mag fraglich bleiben, aber wer den besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt für alle Zeiten. Aus Welt, Zeit und Natur sammeln Kunst und Poesie allgültige, allverständliche Bilder, die das einzig irdisch bleibende sind, eine zweite ideale Schöpfung der bestimmten einzelnen Zeitlichkeit enthoben, irdisch und sterblich, eine Sprache für alle Nationen. Sie sind damit ein größter Exponent der betreffenden Zeitalter, so gut wie die Philosophie. Äußerlich sind ihre Werke den Schicksalen alles irdischen und überlieferten unterworfen. Aber es lebt genug davon weiter, um die spätesten Jahrtausende zu befreien, zu begeistern und geistig zu vereinigen. Und hierbei kommt uns späteren glücklich zu Hilfe unsere restaurierende Fähigkeit, welche aus Fragmenten mit Hilfe der Analogie das Ganze errät. Diese Kunst wirkt eben noch im Exzerpt, im Kontur, in der bloßen Andeutung. Ja, noch sehr stark im Fragment, seien es antike Skulpturen oder Stücke von Melodien. Von unserer Voraussetzung des Glückes bei den Schaffenden soll später die Rede sein. Bei den meisten Künsten, selbst bei der Poesie, kann freilich noch der Sach Inhalt, das Wünschbare, das Schreckliche, das sinnlich Begehrenswerte, in hohem Grade mitwirken, sowohl auf den Künstler als auf den Betrachtenden. Ja, die meisten Leute glauben, die Kunst sei die Nachahmung des physisch vorhandenen, einzelnen, gebrechlichen und eigentlich dazu da, um das, was ihnen aus anderen Gründen wichtig ist, recht eindringlich darzustellen und zu verewigen. Glücklicherweise aber gibt es eine Architektur, in welcher sich reiner als sonst irgendwo und unabhängig von jenem allem ein idealer Wille ausdrückt. Hier zeigt sich am deutlichsten, was Kunst ist, trotz ihrer freilich nicht zu leugnenden großen Abhängigkeit vom Zweck und ihres oft langen Ausruhens auf konventionellen Wiederholungen. Die Architektur beweist nun, wie frei von jenen stofflichen Nebenabsichten jede andere Kunst ist oder sein kann. ihre spezielle Parallele hierin ist die Musik, in der das Nachahmende auch gerade das verfehlteste ist. Der höchste und frühste Dienst der Künste, dem sie sich ohne Erniedrigung fügen, ist der bei der Religion. Freilich würde sie die Künste nicht immer entwickeln, denn das metaphysische Bedürfnis, das sie vertritt, kann derart sein, dass es sie, wie im Islam, teilweise, oder wie im Puritanismus gänzlich entbehrt oder sogar anfeindet. Von allem Irdischen aber nimmt die wahre Kunst nicht sowohl Aufgaben als Anlässe an und ergeht sich dann frei in der Schwingung, die sie daher erhalten. Wehe, wenn man sie präzis auf Tatsächliches festnagelt oder gar auf Gedankliches, am lehrreichsten ist hierin die Poesie, welche Neues Tatsächliches schafft, lieber als das sie Vorhandenes erzählt und in ihrer Art von Gedanken und Gefühlen den höchsten Gegensatz und die höchste Ergänzung zur Philosophie bildet. Wie wurden die Gedanken des Echyläischen Prometheus in der Philosophie lauten? Jedenfalls geben sie uns in der poetischen Darstellung das Gefühl des Ungeheuern. Innerhalb der Kultur verdrängen, ersetzen und bedingen sich die einzelnen Gebiete. Es findet ein beständiges Hin- und Herwogen statt. Einzelne Völker und einzelne Epochen zeigen vorherrschende Begabung und Vorliebe für die einzelnen Gebiete. Mächtige Individuen treten auf und geben Richtungen an, welchen sich dann ganze Zeiten und Völker bis zur vollen Einseitigkeit anschließen. Andererseits kann es für uns sehr schwer zu entscheiden sein, wie weit ein Kulturelement, das für uns jetzt eine ganze Epoche färbt, wirklich damals, das Leben beherrscht hat. Das Philisterium und die Macht haben immer daneben existiert und wir haben uns in Betreff alles geistig Großen in seiner Zeit stets vor optischen Täuschungen zu hüten. Die einzelnen Kulturelemente und die Kulturstadien verschiedener Gegenden wirken nun aufeinander anfänglich hauptsächlich durch den Handel, der die Produkte der Höher und speziell für gewisse Fächer entwickelten bei den übrigen herumbringt. Freilich nicht immer erwacht dann geistige Nacheiferung. Etrusker und Pontusvölker kaufen oder bestellen sich die schönen griechischen Sachen lieber und es bleibt beim bloßen Austausch. Doch ist die Kulturgeschichte noch immer überreich an magnetischen und schicksalsvollen Berührungen von Volk zu Volk von Fach zu Fach von Geist zu Geist Jedes Streben weckt Streben zum Mindesten den Anspruch das können wir auch bis endlich die verschiedenen Kulturvölker relativ gleichmäßig jene unendliche Komplikatur aller Tätigkeiten jenes allgemeine ineinandergreifen darstellen das uns jetzt selbst verständlich erscheint und endlich werden wir die großen geistigen Tauschplätze wie Athen Florenz und andere kennenlernen wo sich das starke lokale Vorurteil bildet dass man hier alles können müsse und dass hier die beste Gesellschaft und die größte ja einzige Anregung und Würdigung vorhanden sei diese Plätze produzieren deshalb auch aus ihren eigenen Mitbürgern eine unverhältnismäßige Menge von bedeutenden Individuen und Wirken durch diese weiter weiter auf die Welt Es ist nicht wie in den modernen Großstädten und selbst Mittelstädten die viele Bildungsgelegenheit Denn diese schafft bloß herauf geschraubte Mediokritäten welche die vorhandenen Positionen durch Abwarten und gesellige Vorteile an sich reißen und außerdem nur ein allgemeines kritisieren Sondern es ist Weckung der höchsten Kräfte durch das Außerordentliche Es wurden nicht Talente geweckt sondern der Genius rief dem Genius Eine Hauptbedingung aller höher vollendeten Kultur ist Auch abgesehen von solchen Tauschplätzen ersten Ranges die Geselligkeit Sie ist der rechte Gegensatz zu den Kasten mit ihrer einseitigen obwohl relativ hohen Partialkultur welche im technischen in der Erwerbung und Vollendung äußerlicher Geschicklichkeit Recht haben kann Im Geistigen aber wie das Hauptbeispiel der Ägypter lehrt jedenfalls Stillstand und Beschränkung und Dünkel gegen Außen herbeiführt Allerdings schützte vielleicht nur die Zwangserblichkeit der Gewerbe vor einem Rückfall in die Barbarei die Geselligkeit aber bringt und zwar dies auch bei Aufrechterhaltung von Ständen alle Elemente der Kultur vom höchsten geistigen bis zum geringsten technischen Treiben mehr mehr oder weniger in Berührung miteinander sodass sie eine große tausendfach durcheinander geschlungene Kette bilden welche durch einen elektrischen Schlag mehr oder weniger in ihren einzelnen Stellen affiziert wird eine bedeutende Neuerung im Gebiete von Geist und Seele kann auch scheinbar wenig beteiligte Menschen dahin bringen dass sie ihr gewöhnliches alltägliches tun anders auffassen endlich bildet das was höhere Geselligkeit heißt ein unentbehrliches Forum für die Künste insbesondere diese sollen nicht von ihr im Wesentlichen abhängig sein namentlich nicht von ihren falschen Nebensonnen vom Geschwätz moderner Salons und so weiter wohl aber sich aus der Geselligkeit das Maß des Verständlichen entnehmen ohne welches sie ins Blaue zu streben in Gefahr sind oder kleinen anbetenden Kreisen anheim fallen und nun zuletzt das wahre und das angebliche Verhältnis der Kultur zur Sittlichkeit Gustav Freitag Bilder aus der deutschen Vergangenheit Band 1 operiert zum Beispiel gegenüber dem 16. und 17. Jahrhundert mit der Zunahme von Pflichtgefühl und Redlichkeit Seite 13 oder Inhalt Tüchtigkeit und Redlichkeit Seite 16 aber die Argumentationen mit Bestechlichkeit Liederlichkeit und besonders mit Gewalttätigkeit der vergangenen Zeiten oder bei den Barbaren mit Grausamkeit Treulosigkeit und so weiter sind irrig man beurteilt eben alles nach demjenigen Grade der äußeren Lebens Sekurität ohne die wir nicht mehr existieren können und verurteilt die Vergangenheit daraufhin dass diese Lebensluft in ihr nicht existierte während sich doch auch jetzt sobald die Sekurität zum Beispiel im Kriege suspendiert ist alle Gräuel melden weder Seele noch Gehirn der Menschen haben in historischen Zeiten erweislich zugenommen die Fähigkeiten jedenfalls waren längst komplett daher ist unsere Präsumption im Zeitalter des sittlichen Fortschritts zu leben höchst lächerlich im Vergleiche mit riskierten Zeiten Deren freie Kraft des Idealen Willens in hundert hochtürmigen Kathedralen gen Himmel steigt dazu kommt unser abgeschmackter Hass des verschiedenen Vielartigen der symbolischen Begehungen und halb oder ganz schlafenden Rechte unsere Identifikation des Sittlichen mit dem Präzisen und unsere Unfähigkeit des Verständnisses für das bunte Zufällige freilich handelt es sich nicht darum uns ins Mittelalter zurückzusehnen sondern um das Verständnis unser Leben ist ein Geschäft das damalige war ein Dasein das Gesamtvolk existierte kaum das volkstümliche aber blühte was man also für Fortschritt der Sittlichkeit zu halten pflegt ist die a durch Vielseitigkeit und Fülle der Kultur und b durch die enorm gesteigerte Staatsmacht herbeigeführte Bändigung des Individuums welche bis zur förmlichen Abdikation desselben gedeihen kann zumal bei einseitigem Vorherrschen des Gelderwerbs der zuletzt alle Initiative absorbiert es ist genau ebenso viele Einbuße an Initiative und Kraft zu Angriff und Verteidigung eingetreten die Sittlichkeit als Potenz aber steht um nichts höher und ist nicht in reichlicherem Gesamtmaß vorhanden als in den sogenannten rohen Zeiten Aufopferung des Lebens für andere kam gewiss schon bei den Fall Menschen vor Gut und Böse sogar Glück und Unglück mögen sich in den verschiedenen Zeiten und Kulturen ungefähr und im Großen ausgeglichen haben Selbst die Steigerung der intellektuellen Entwicklung lässt sich bezweifeln weil mit fortschreitender Kultur die Arbeitsteilung das Bewusstsein des Einzelnen immer mehr verengern könnte In den Wissenschaften ist der Überblick bereits im Begriff vor lauter Spezialentdeckungen von Einzeltatsachen sich zu verdunkeln In keinem Lebensgebiet wächst die Kapazität der Einzelnen gleichmäßig mit der Zunahme des Ganzen Die Kultur könnte leicht über ihre eigenen Beine stolpern Es kommt im Einzelnen nicht darauf an in welchen Schattierungen die Begriffe Gut und Böse modifiziert sind denn dies hängt von der jeweiligen Kultur und Religion ab sondern darauf ob man denselben so wie sie sind mit Aufopferung der Selbstsucht pflichtgemäß nachlebe oder nicht erst die Zeit seit Rousseau hat sich übrigens sittlich über der Vergangenheit en bloc gewähnt wobei sie freilich davon ausging den Menschen überhaupt als wesentlich gut anzunehmen als hätte seine Güte nur bis jetzt nicht zu Worte kommen können und müßte sich nun glorreich offenbaren wenn er einmal zur Macht käme man legte sich damit in der französischen Revolution das Recht zum Prozess gegen die ganze Vergangenheit bei Aber mit vollem Dünkel Glauben an diese sittliche Superiorität der Gegenwart eigentlich erst unsere letzten Dezennien welche auch das Altertum nicht mehr ausnehmen Der geheime Vorbehalt dabei ist dass das Geldverdienen heute leichter und sicherer sei als je Mit dessen Bedrohung wird auch das betreffende Hochgefühl dahinfallen Das Christentum hatte wohl sich als rettenden Fortschritt betrachtet Indes nur für die Seinen und neben sich ein umso böseres Säkulum statuiert mit Ein Bedingung der Flucht von dieser Welt Eine Eigentümlichkeit höherer Kulturen ist ihre Fähigkeit zu Renaissance Entweder ein und dasselbe oder ein später gekommenes Volk nimmt mit einer Art von Erbrecht oder mit dem Recht der Bewunderung eine vergangene Kultur teilweise zu der seinigen an Diese Renaissance sind zu unterscheiden von den politisch religiösen Restaurationen mit welchen sie stellenweise gleichwohl zusammentreffen Wir möchten fragen wie weit letzteres der Fall war bei der Herstellung des Judentums nach dem Exil und bei der des Persertums durch die Sassaniden Bei Karl dem Großen kam beides zusammen Restauration des spätrömischen Imperiums und zugleich Renaissance der spätrömischen christlichen Literatur und Kunst Eine reine Renaissance dagegen war die italienisch europäische des 15. und 16. Jahrhunderts Ihre besonderen Kennzeichen sind ihre Spontaneität die Kraft der Evidenz wodurch sie siegt die stärkere oder schwächere Verbreitung über alle möglichen Gebiete des Lebens zum Beispiel über die Anschauung vom Staat endlich ihr europäischer Charakter Wenn wir nun die Kultur des 19. Jahrhunderts als Weltkultur betrachten so finden wir sie im Besitz der Traditionen aller Zeiten Völker und Kulturen und die Literatur unserer Zeit ist eine Welt Literatur Der höchste Gewinn hierbei ist auf Seiten der Betrachtenden Es besteht eine großartige allseitige stillschweigende Abrede Ein objektives Interesse an alles heranzubringen die ganze vergangene und jetzige Welt in geistigen Besitz zu verwandeln Selbst in beschränkten Verhältnissen genießt jetzt der edler gebildete seine paar Klassiker und die Anblicke der Natur viel tiefer und das Glück seines Lebens viel bewusster als Vorzeiten Staat und Kirche hemmen dies Bestreben wenig mehr und richten sich selber allmählich auf sehr vielseitige Gesichtspunkte ein Zur Unterdrückung fehlt teils die Macht teils die Absicht man getraut sich neben einer scheinbar schrankenlos entwickelten Kultur besser zu bestehen als bei der Repression wie sich dabei die Kultur tatsächlich dienstbar erweist davon soll später die Rede sein schon zweifelhafter ist der Gewinn der Erwerbenden welche wesentlich das vorwärts treibende Element sind und mit elementarer Leidenschaft erstens auf eine noch viel größere Beschleunigung des Verkehrs zweitens auf völlige Beseitigung der noch vorhandenen Schranken das heißt auf den Universalstaat hindrängen die Strafe dafür ist die enorme Konkurrenz vom größten bis ins geringste und die Rastlosigkeit der erwerbende Kulturmensch möchte gerne geschwind recht vieles mitlernen und mitgenießen muss aber mit Schmerzen das beste andern überlassen andere müssen für ihn gebildet sein wie für den großen Herrn des Mittelalters andere beteten und sangen freilich eine große Quote sind die amerikanischen Kulturmenschen welche auf das geschichtliche das heißt auf die geistige Kontinuität großen teils verzichtet haben und Kunst und Poesie nur noch als Formen des Luxus mitgenießen möchten Am unglücklichsten befindet sich in dieser Zeit Kunst und Poesie selber innerlich ohne Städte in dieser rastlosen Welt in dieser hässlichen Umgebung während alle Naivetät der Produktion ernstlich bedroht ist dass die Produktion das heißt die echte denn die unechte lebt leicht dennoch fortdauert ist nur durch den stärksten Trieb erklärbar das neuste in der Welt ist das Verlangen nach Bildung als Menschenrecht welches ein verhülltes Begehren nach Wohlleben ist Ende von von den drei Potenzen drittens die Kultur von den drei Potenzen viertens zur geschichtlichen Betrachtung der Poesie von weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt von den drei Potenzen Viertens zur geschichtlichen Betrachtung der Poesie Der Rangstreit zwischen Geschichte und Poesie ist endgültig geschlichtet durch Schopenhauer Die Poesie leistet mehr für die Erkenntnis des Wesens der Menschheit Auch Aristoteles hatte schon gesagt die Dichtung ist etwas Philosophischeres und Tieferes als die Geschichte Und zwar ist dies deshalb wahr weil das Vermögen welches der Poesie zugrunde liegt an sich ein viel Höheres als das des größten Historikers und auch die Wirkung wozu sie bestimmt ist eine viel höhere als die der Geschichte ist Dafür findet die Geschichte in der Poesie eine ihrer aller wichtigsten Quellen und eine ihrer aller reinsten und schönsten Zunächst darf sie der Poesie dankbar sein für die Erkenntnis des Wesens der Menschheit überhaupt so dann für die reichen Aufschlüsse über Zeitliches und Nationales Die Poesie ist für die geschichtliche Betrachtung das Bild des Je zu weilen Ewigen in den Völkern und dabei von allen einzelnen Seiten belehrend und überdies oft das einzige Erhaltene oder das Best Erhaltene Betrachten wir sie nun erstlich nach ihrer äußeren Stellung in den verschiedenen Zeiten Völkern und Volks Schichten indem wir jedes Mal fragen wer singt oder schreibt und für wen tut er es und so dann nach ihrem Stoff und Geist vor allem erscheint die Poesie von höchster Bedeutung als Organ der Religion Der Hymnus verherrlicht nicht nur die Götter sondern er deutet auf einen bestimmten Grad des Kultus auf eine bestimmte Höhe des Priestertums hin ob wir nun an die Hymnen der Aria am Indus denken oder an die Psalmen oder an die Hymnen des alten Christentums und des Mittelalters oder an das protestantische Kirchenlied als höchstes religiöses Zeugnis besonders des 17. Jahrhunderts eine der freisten und größten Äußerungen des ganzen alten Orients ist der hebräische Prophet und seine theokratisch politische Paränese der griechische Theogoniker Hesiod repräsentiert den Augenblick da die Nation einen Zusammenhang ihrer unermesslich reichen Mythen verlangte und erhielt die schon am Beginn des achten Jahrhunderts vorhandene Völuspa Rede der Wöhle Offenbarung der Seherin ist ein gewaltiges Zeugnis des mythologischen Gesanges bei den Skandinaven Sie umfasst außer dem sonstigen Mythos auch noch den Weltuntergang und die Entstehung einer neuen Erde aber auch die folgenden mythologischen Lieder der Edda sind außerordentlich reich an Mythen und Gestalten und endloser Nomenklatur das Bild der irdischen und der überirdischen Welt wiederum mit theogonischen Bestandteilen stellt sich in der eigentümlichsten Fantasie gespiegelt dar der Ton ist willentlich rätselhaft der echte Seherton so dann kommen das Epos und seine Sänger es ersetzt die ganze Geschichte und ein großes Stück Offenbarung als nationale Lebensäußerung und Zeugnis ersten Ranges für das Bedürfnis und die Fähigkeit eines Volkes sich selber typisch anzuschauen und darzustellen die Sänger in welchen diese Fähigkeit im höchsten Grade lebt sind große Männer ganz verändert erscheint die Geltung des Epos sobald die Zeit Literarisch die Poesie eine Literaturgattung und der ehemalige volkstümliche Vortrag zur Lektüre geworden ist vollends aber wenn die Scheidewand zwischen höher Gebildeten und Ungebildeten sich erhoben hat Man darf sich höchlich wundern dass Virgil bei alledem einen so hohen Rang einnehmen die ganze Folgezeit beherrschen und mütig werden konnte Wie gewaltig erscheint erst die Stufenreihe der Existenzen vom epischen Rapsoden bis zum heutigen Romanschriftsteller In den verschiedensten Stellungen zur Welt finden wir die antike Lyrik als Kollektiv Lyrik im Dienste der Religionen als gesellige Kunst im Dienste des Symposions dann bei Pindar als Ausruferin Argonaler Siege daneben als subjektive Lyrik bei den Eolyriern bis dann auch hier mit den Alexandrinern der Umschlag in eine Literaturgattung eintritt was auch die römische Lyrik und Elegie vorherrschend sind Im Mittelalter wird die Lyrik hierauf zu einer wesentlichen Lebensäußerung des großen kosmopolitischen Adelsvolkes Sie wird in verwandter Weise bei Südfranzosen Nordfranzosen Deutschen und Italienern geübt und die Art wie sie an den Höfen herumgetragen wird ist an sich schon ein kulturgeschichtliches Faktum hohen Ranges Bei den Meistersingern zeigt sich dann das Bestreben die Poesie so lange als nur möglich in schulmäßigem objektivem Betrieb zu erhalten Endlich aber tritt neben einer stets vorhandenen Volkspoesie in welcher sich das Objektive anscheinend subjektiv gibt die völlige Emanzipation der subjektiven Lyrik im neuern Sinne ein verbunden mit dilettantischer Freiheit der Form und in einem neuen Verhältnis zur Musik bei den Italienern noch kunstreich gepflegt unter der Aufsicht von Akademien vom Drama wird besser nachher die Rede sein das Schicksal der neuen Poesie überhaupt ist ihr literaturgeschichtlich bewusstes Verhältnis zur Poesie aller Zeiten und Völker welcher gegenüber sie als Nachahmung oder Nachklang erscheint Was aber die Dichter betrifft so dürfte es sich wohl lohnen der Persönlichkeit des Dichters in der Welt und ihrer enorm verschiedenen Geltung von Homer bis heute einmal eigens nachzugehen betrachten wir nun die Poesie nach ihrem Stoff und Geist so ergibt sich zunächst folgendes sie ist ohnehin oft lange die einzige Form der Mitteilung so dass man sogar von einer unfreien Poesie reden könnte sie ist selber die älteste Geschichte und auch den ganzen Mythos der Völker erfahren wir meist in poetischer Form und als Poesie ferner ist sie als gnomische didaktische Poesie das älteste Gefäß der Ethik im Hymnus verherrlicht sie direkt die Religion als Lyrik endlich verrät sie unmittelbar was den Menschen der verschiedenen Zeiten groß wert herrlich schrecklich war nun kommt aber die große Krise in der Poesie in den früheren Perioden sind 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 der Stoff und die notwendige strenge Form enge miteinander verbunden die ganze Poesie bildet nur eine national religiöse Offenbarung der Geist der Völker scheint direkt objektiv zu uns zu reden sodass die Stellung des Volks Liedes und der Volks Ballade von Herder mit dem Worte Stimmen der Völker in Liedern richtig gekennzeichnet erscheint Der Stil erscheint als ein Gegebener aus Inhalt und Form und trennbar gemischt Dann folgt bei allen höheren Kulturvölkern deren Literatur wir in einiger Vollständigkeit besitzen auf einem bestimmten Stadium der Entwicklung bei den Griechen möchte die Grenzscheide etwa Pindar bezeichnen die Wendung der Poesie vom Notwendigen zum Beliebigen vom Allgemein Volkstümlichen zum Individuellen von der Sparsamkeit der Typen zum Endlos Vielartigen Von da an sind die Dichter in einem ganz anderen Sinne Kunden ihrer Zeit und Nation als früher Sie offenbaren nicht mehr den objektiven Geist derselben sondern ihre eigene Subjektivität welche oft eine Oppositionelle ist sind aber als Kultur geschichtliche Zeugnisse ebenso belehrend wie die früheren nur von einer anderen Seite Dies offenbart sich besonders in der freien Wahl auch in Neuschöpfung der Stoffe Früher hatte er der Stoff den Dichter gewählt Das Eisen hatte gewissermaßen den Mann angezogen Jetzt ist es umgekehrt Hoch ist hier die geschichtliche Bedeutung des Eindringens der Artussage in die ganze Epik des dichtenden occidentalischen Adelsvolkes anzuschlagen Woneben bei den Deutschen die ganze alte Volkssage bei den Welchen die Karlssage relativ ins Dunkel zurück trat Der Stil verharrte aber im Gegenstand entwich man der Einzel Nationalität Und unter diesen Dichtungen des Artus Kreises gibt es einen deutschen Parzifal In der Folgezeit gehört es zu den wichtigsten Zeugnissen für jedes Jahrhundert für jede Nation was sie verlangt gelesen rezitiert gesungen haben Der alt germanische Sagenkreis der Karlskreis und der Artus Kreis hatten dann in Dichtung und Prosa Roman bei Franzosen Deutschen und Italienern mannigfache Schicksale In einem gewissen Grad behauptete sich auch die Legende daneben und zugleich lässt sich das Aufkommen und stellenweise überwiegen der Fablio Tales Schwenke und Novellen das Breittreten der Tierfabel und so weiter beobachten während das Märchen seine besondere kulturgeschichtliche Bedeutung für den Neuen Orient hat Endlich erfährt der Karlskreis eine ganz neue stilistische Behandlung bei den großen Italienern Bojardo und Ariost Wir finden hier ein fast völlig freies Weiter Ersinnen des Stoffs in klassischer Form Dann kommt der Ausgang des Epischen in den Roman der je nach dem Grade seiner Herrschaft und seines Inhalts und nach der Beschaffenheit seines Leserkreises sein ganzes Zeitalter charakterisieren hilft Er ist wesentlich die Dichtung für isoliertes Lesen Nur hier stellt sich auch der quantitative Hunger nach stets neuem Stoffe ein Er mag die einzige Form sein unter welcher die Poesie derjenigen großen Masse die sie zu Lesern wünscht noch nahe kommen kann als als breitestes Bild des Lebens mit beständiger Anknüpfung an die Wirklichkeit also dem was wir Realismus nennen mit dieser Eigenschaft findet er sogar internationale Leserkreise Ein Land liefert nicht mehr genug und das Publikum ist überreizt geworden Darum besteht ein Austausch freilich ein sehr ungleicher zwischen Frankreich Deutschland England und Amerika Hier ist nun auch des Dramas sowohl nach seiner äußeren Stellung als nach Stoff und Geist zu gedenken Dieses beweist schon durch sein Dasein und durch die Art seiner Geltung einen bestimmten sozialen Zustand und zwar meist im Zusammenhang mit dem Kultus Vollends aber nach seinem Inhalt ist es eines der größten Zeugnisse für die betreffenden Völker und Zeiten nur aber eben deshalb kein Unbedingtes weil es eines Zusammentreffens glücklicher Umstände bedarf und selbst bei der höchsten Anlage des betreffenden Volkes durch äußere Hindernisse gehemmt ja getötet werden kann es hat bisweilen man denke an das englische Theater und die englische Revolution seine tödlichen Feinde was aber nur wieder ein Beweis seiner Kraft und Wichtigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für seine Möglichkeit besteht auch in der Existenz von Aufführungen und Theatern Um des bloßen Lesens willen wäre das Drama nie entstanden Die Anlage zum Dramatischen steckt tief im Menschen wie schon das Drama der Halbkultur Völker lehrt das etwa durch Pantomimen mit Geheul und Gymnastik eine possenhafte Nachahmung des Wirklichen erstrebt Das chinesische Drama geht nicht über bürgerlichen Realismus hinaus Was wir von dem relativ spät und vielleicht erst auf griechische Einwirkung hin entstandenen Indischen kennen ist eine Kunstpoesie von kurzer Blütezeit Der Ursprung ist zwar auch hier ein religiöser die Feste des Vishnu Dienstes aber man brachte es zu keinem Theater Seine Hauptbeschränkung und in dieser Beschränkung ist es lehrreich besteht in dem geringen Wert der auf das Erdenleben und dessen Kämpfe gelegt wird und in dem mangelnden Bewusstsein einer starken mit dem Schicksal ringenden Persönlichkeit Das Attische Drama dagegen wirft Ströme von Licht auf das ganze Attische und griechische Dasein Zunächst war die Aufführung eine soziale Angelegenheit ersten Ranges Agonal im höchsten Sinne die Dichter im Wettstreit Untereinander was dann freilich alsbald zum Mitbewerb von Dilettanten führte und sodann hat man es hier in Bezug auf Stoff und Behandlung mit jener mysteriösen Entstehung der Tragödie aus dem Geiste der Musik zu tun Der Protagonist bleibt ein Weiterhall des Dionysos und der ganze Inhalt ist nur Mythos mit Vermeidung der sich öfter herandrängenden Geschichte Es herrscht ein fester Wille das Menschliche nur in typischen nicht in Wirklichkeits gemäßen Gestalten zur Darstellung zu bringen und damit verbunden die Überzeugung von der Unerschöpflichkeit der göttlich heroischen Vorzeit Was brauchte es ferner bis aus den kleinen dionysischen Begehungen eine alte attische Komödie wurde jenes wesentliche Lebensorgan einer geistig unerhört aufgeregten Zeit und Stadt sie sie ist auf ein späteres Theater nicht verpflanzbar kosmopolitisch mittelbar waren erst die mittlere und neuere Komödie mit Ständekomik und Liebesintrig diese gingen zu den Römern über und bildeten endlich die Basis auch des neueren Lust Spiels sind aber nirgends wesentliche Lebensorgane geworden ohne welche man sich die Völker nicht denken könnte bei den Römern war das Theater ohnehin frühe die Städte einer abgestumpften Schaulust welche der Tod der dramatischen Poesie ist als sie im Mittelalter wieder erwachte war nur Geistliches als Stoff möglich das antike Theater war seit den Kirchenvätern in tiefster Verdammnis die Schauspieler Histriones waren zwar vorhanden aber so gut wie ehrlos man spielte also in den Klöstern und dann auch in den Städten in Kirchen oder auf freien Plätzen Weihnachts und Osterspiele Ludie de Nativitate Domini Ludie Paschalis So kommt eine Religion welche den Drang hat sich in Zyklen von Malereien Portal Skulpturen Fenstern und so weiter tausendfach bildlich auszuprägen in völlig naiver Weise auch auf die Dramatisierung der heiligen Geschichte und Legende von ihren theologischen Lenkern aus gesellt sich auch ein starker allegorischer Bestandteil hinzu dabei war man aber im Vergleich mit der Stellung der attischen Tragödie zum Mythos und seiner freien Vielgestaltigkeit unfrei die attische Tragödie wollte das allgemein menschliche in idealen Gestalten sprechen lassen das Mysterium eigentlich Ministerium des Mittelalters war und blieb ein Stück des Kultus und an eine bestimmte Geschichte gebunden die Weltlichkeit der Schauspieler Bürger und Handwerker und der Zuschauer begnügte sich auf die Länge unmöglich hiemit es entstand die allegorisch satirische Moralität es kamen auch die Stücke aus dem alten Testament und aus der profanen Geschichte und in die heilige Geschichte selbst drängten sich Gore-Szenen selbst solche unflätiger Art hinein bis endlich der Schwank und so weiter sich als besondere Gattung lostrennen konnte währenddessen vollzog sich in Italien die Trennung vom Mysterium wesentlich durch Nachbildung der antiken Tragödie und durch eine äußerlich an Plautus und Terenz angelehnte Komödie und nun kam mit der Zeit überall der Übergang von der gelegentlichen festlichen Aufführung zur regelmäßigen geschäftlichen vom Spiel der Bürger zu dem der Schauspieler Wenn wir nun fragen wie weit und in welchem Sinne das Theater bei den verschiedenen Völkern des Oksidents national oder wenigstens populär geworden sei so hätten wir zunächst wieder an Italien zu denken aber den späteren Italienern war trotz der notorisch großen Schauspieler Begabung der Nation die Blüte des ernsten Dramas versagt an seine Stelle trat die Oper Anderswo blieb der Stand der Schauspieler unehrlich und daher auch die teilnehmenden Schichten im Publikum fraglich Das Beispiel der Höfe half nicht jedermann über die Bedenken hinweg Selbst Shakespeare's Stellung war nach Rümelins Resultaten außerordentlich bedingt Das englische Theater war auf London und den Hof beschränkt Womit schon der Anspruch auf den Terminus Nationalbühne wegfällt In London selbst aber vom besseren Bürgerstand gemieden Gehalten gehalten bloß von vornehmen jungen Herren und von den geringeren erwerbenden Klassen Tödlich gehasst von denjenigen welche bald den ganzen Staat in die Hände bekommen sollten und Shakespeare's eigene dramatische Richtung sollte noch vorher durch eine andere die Charakter Komödie des Beaumont und Fletcher verdrängt werden viel nationaler in allen seinen Richtungen mit Einschluss der Autos Sacramentales hierin das volle Gegenbild des Griechischen ist das spanische Drama so dass man sich die Nation ohne dasselbe nicht denken könnte der Hof hatte zwar auch seine Truppe aber das Theater hing nicht vom Hof auch nicht vom Luxus der großen Städte sondern vom Geschmack der Nation ab in welcher schauspielerische Begabung übrigens auch stark verbreitet ist ferner waren die Autos bleibend und zwar bis in unser Jahrhundert hinein mit dem Kultus verknüpft was nicht hinderte dass sie in ein sehr reichlich repräsentiertes Lustspiel moderner Gestalten ausmündeten was das europäische Drama und Theater im 18. Jahrhundert betrifft so fällt seine Depopularisierung und wachsende Beschränkung auf größere Städte in Frankreich fast nur Paris in die Augen zugleich aber treten jetzt berühmte Schauspieler bald von europäischem Rufe hervor die wirklichen Aufführungen und deren Bedürfnis fangen an von dem dramatischen Schaffen überwogen zu werden sodass das Drama eine Literaturgattung außerhalb der Szene wird wie ja auch das spätere Athen lese oder wenigstens rezitier Dramen gehabt hatte endlich meldet sich in der dramatischen Literatur mit Diderot und anderen das Tendenziöse im neunzehnten Jahrhundert und speziell in der Gegenwart stellt sich das Theater als Zerstreuungsort dar sowohl für die trägen als für die müde gearbeiteten Seine Konkurrenzen im Treiben der großen Städte sind das Spektakelstück die Fährie und besonders die Oper Die Theater werden riesig groß und feinere Wirkungen werden schon hierdurch oft verbannt Die grelleren dramatischen Effekte sind beliebt und werden noch übertrieben Das Drama ist zum Geschäft geworden wie jetzt der Roman und noch so vieles das noch Literatur heißt Dafür wissen wir aber theoretisch besser was in der ganzen dramatischen Poesie gut war und warum Fraglich ist aber heute überhaupt wie weit der Geist der modernen Nationen nach ihrem Bedürfnis zu beurteilen sei ein objektives Idealbild des Lebens von der Szene her in sich aufzunehmen Hier mögen nun noch einige Worte zur geschichtlichen Betrachtung der übrigen Künste angeschlossen werden wobei wir allerdings vom Verhältnis der jeweiligen Menschheit zur Musik absehen wollen das wieder eine Welt für sich ist eine solche ist aber auch ihr Verhältnis zu den bildenden Künsten und es erhebt sich die Frage wie spricht die Geschichte durch die Kunst es geschieht dies vor allem durch das baulich monumentale welches der willentliche Ausdruck der Macht ist sei es im Namen des Staates oder dem der Religion aber man kann sich mit einem Stonehenge begnügen wenn nicht in dem betreffenden Volke das Bedürfnis vorhanden ist in Formen zu sprechen durch dies Bedürfnis entstehen die Stile aber der Weg vom religiös monumentalen Wollen bis zum Vollbringen bis zu einem Parthenon und Kölner Dom ist ein weiter und dann meldet sich das monumentale in Schloss Palast Villa und so weiter auch als Lebensluxus es ist hier zugleich Ausdruck und wiederum Anregung bestimmter Stimmungen beim Besitzer jenes beim Beschauer dieses So spricht der Charakter ganzer Nationen Kulturen und Zeiten aus ihrem Gesamtbauwesen als der äußeren Hülle ihres Daseins Die Kunst ist in den religiösen monumentalen naiven Zeiten die unvermeidliche Form alles dessen was für den Menschen heilig oder mächtig ist und so prägt sich auch in Skulptur und Malerei vor allem die Religion aus und zwar erstlich in Typen in dem Ägypter orientalen Griechen Mittelalter und neuere Kunst das göttliche oder wenigstens das Heilige jedes Mal in der ihnen gemäßen Gestalt einer erhöhten Menschheit darstellen und zweitens in Historien wobei die Kunst zu dem Zweck entsteht das Wort in der Erzählung des Mythos der heiligen Geschichte und Legende gleichsam abzulösen Dies sind ihre größten dauernden unerschöpflichen Aufgaben an welchen sich ihr Maßstab überhaupt ausbildet wo sie kennenlernt was sie kann aber auch hier in Skulptur und Malerei wird dann die Kunst Lebensluxus es entsteht eine profane Kunst zum Teil weltlich monumental im Dienste der Macht zum Teil im Dienste des Reichtums Nebengattungen wie Porträt Gendre Landschaft lösen sich ab Besondern einzelnen Vermögen und Bestellern entsprechend Auch hier wird die Kunst Ausdruck von Stimmungen und Anregung zu solchen In den abgeleiteten oder Spätzeiten sodann glaubt der Mensch die Kunst diene ihm Er Er braucht sie zur Pracht und beutet bisweilen mehr ihre Neben und Zierformen als ihre Hauptformen aus Ja sie wird Gegenstand von Zeitvertreib und von Geschwätz Neben dem allem aber wird sie sich ihrer hohen Stellung bewusst als eine Macht und Kraft für sich welche nur der Anlässe und Flüchtiger Berührungen aus dem Leben bedarf dann aber von sich aus ein Höchstes verwirklicht Das Innewerden dieses gewaltigen Mysteriums ist es was uns die Person des großen Künstlers in welchem sich dies alles vollzieht in so gewaltige Höhe und Ferne rückt ob nun der Ausdruck der eines unmittelbaren Volksgeistes einer Religion eines Höchsten das einst geherrscht oder eine ganz freie Schwingung eines individuellen Geistes sei daher die magische Gewalt und heute die hohen Preise der Originale Ende von Viertens zur geschichtlichen Betrachtung der Poesie und Ende von von den drei Potenzen Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten und die Betrachtung der sechs Bedingtheiten erstens die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil I von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Die Betrachtung der Sechs Bedingtheiten Die Betrachtung der Sechs Bedingtheiten ist ohne systematischen Wert ja fachlich deshalb bedenklich weil bedingen und bedingt sein so rasch und unmerklich miteinander wechseln und das wesentlich Vorherrschende bisweilen kaum zu ermitteln ist zumal in längst vergangenen Zeiten allein diese Anordnung ist ein ganz geeignetes Gehäuse für eine Anzahl geschichtlicher Beobachtungen des verschiedensten Ranges und aus allen Zeiten welche einen gewissen Wert der Betrachtung haben und doch sonst nicht unterzubringen wären sie ist um ein anderes Bild zu brauchen nur derjenige Stoß an das Wasserglas der die Eiskristalle anschießen macht die Geschichte ist ja überhaupt die unwissenschaftlichste aller Wissenschaften nur dass sie viel Wissenswürdiges überliefert scharfe Begriffsbestimmungen gehören in die Logik aber nicht in sie wo alles schwebend und in beständigen Übergängen und Mischungen existiert philosophische und historische Begriffe sind wesentlich verschiedener Art und verschiedenen Ursprungs jene müssen so fest und geschlossen als möglich diese so flüssig und offen als möglich gefasst werden so mag denn gerade die systematische Harmlosigkeit diese Anordnung empfehlen gewährt doch der rasche Übergang von Zeit respektive Volk zu anderen Zeiten und Völkern wirkliche Parallelen was die chronologisch verfahrende Geschichtsphilosophie nicht gewährt diese legt mehr Gewicht auf die Gegensätze zwischen den aufeinander gefolgten Zeiten und Völkern wir mehr auf die Identitäten und Verwandtschaften dort handelt es sich mehr um das Anderswerden hier um das Ähnlichsein weit auseinander entlegen zeigt sich dasselbe Phänomen bisweilen in befremdlich genauer Wiederholung wenigstens dem Kerne nach wenn auch unter sehr verschiedenem Kostüm gar nichts hat je nicht bedingt existiert oder bloß bedingend und gleichzeitig herrscht in einer Beziehung das eine in andere Beziehung das andere vor und bestimmt das Leben es handelt sich überall um ein bloßes Apotiori um das jedesmalige Vorherrschende Scheinbar Sechstens Religion bedingt von Staat wobei der Vorteil wäre dass jedesmal die Sache ihren Umschlag in den Gegensatz mit sich hätte Allein größere Vorteile bietet diejenige Anordnung welche je die beiden Bedingtheiten einer Potenz zusammenstellt beginnend mit denjenigen der Kultur worauf die des Staates und endlich die der Religion folgen Es ist ein mehr chronologisches Verfahren wobei obwohl hierauf kein Gewicht zu legen ist wenigstens en bloc das frühere an den Anfang und das spätere ans Ende kommt Gerne begnügen wir uns dabei mit der einfachen Versetzung und lassen das gleichzeitige Doppelte bedingt sein von X durch Y und Z aus dem Spiel Wiederholungen aber sind bei unserem Thema die Anordnung mag sein welche sie will unvermeidlich Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten 1. Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil 1 Wir Wir sehen wieder von allen Anfängen ab und lassen selbst die Frage liegen ob Staat oder Kultur früher oder ob beide miteinander entstanden zu denken sind Auch können auch können die Frage wie weit das Recht ein Reflex des Staates in die Kultur hinein sei hier bloß aufwerfen Dass bei fast völliger Abwesenheit des Staates und ohne Trost von dieser Seite doch als bloße Sitte zum Beispiel bei den alten Germanen stark sein kann läge es nahe diesen nicht als seine einzige Voraussetzung zu betrachten Ferner wir beschränken uns auf wirkliche Kulturstaaten und sehen ab zum Beispiel von Nomaden welche sich stellenweise an einzelnen Tauschplätzen Küstenplätzen und so weiter mit der Kultur einlassen und ebenso von Gefolgstaaten mit einer Art Halbkultur wie sie zum Beispiel die Kelten hatten Das Hauptbild bietet für uns unstreitig Ägypten welches vielleicht Ur und Vorbild der übrigen alten asiatischen Despotien war und dann vergleichsweise Mexiko und Peru wo irgendeine vollständige bis zu verfeinertem Städteleben durchgedrungene Kultur sich findet da ist in solchen früheren Stadien der Staat immer der viel stärkere Teil ob auch der Ältere mag wie gesagt völlig auf sich beruhen bleiben Er Er hat vielleicht noch das deutliche Andenken für sich dass er mit ungeheurer Mühe durch tausendjährige Anstrengungen und unter schrecklichen Kämpfen zustande gekommen und durchaus nicht eine sich von selbst verstehende spontane Kristallisation ist Die Religion verstärkt ihn durch ein heiliges Recht und verleiht ihm eine ganz unbedingte Herrschaft Alles Wissen und Denken wie alle physische Kraft und Pracht ist in den Dienst dieser Doppelmacht gezogen Die höchste Intelligenz Priester Schaldeer Magier umsteht den Thron Das deutliche Kennzeichen der Herrschaft über die Kultur liegt nun in dem einseitigen Richten und Stillstellen derselben Soweit dies durch die Religion geschieht wird im nächsten Kapitel davon die Rede sein Allein auch der Staat als solcher hat seinen Teil daran Hierher gehört die Frage vom abgeschlossenen Verkehr Ist derselbe mehr Staatsgebot oder hat er seinen Grund mehr in nationalem Hochmut oder mehr in instinktivem Hass Furcht und Widerwillen die Kultur an und für sich hätte die Neigung sich mitzuteilen und auszugleichen aber der Kulturstaat hat so viel gekostet bis alles in leidlicher Ordnung war daß man von draußen nur Störung und nichts Gutes erwartet Wo diese Sinnesweise primitiv vorhanden ist wird der Staat sie mit der Zeit gewiss gesetzlich systematisieren Ihr deutlichstes Zeichen ist die Abwesenheit der Schifffahrt bei Küstenvölkern wie die Ägypter und Mexikaner waren während doch schon Naturvölker wie das der Antillen vor Kolumbus diese besitzen In Ägypten existierte dafür eine sehr vollkommene Nilschiffahrt Die Perser aber versahen sogar den ganzen unteren Tigris mit lauter künstlichen Katarakten damit keine fremde Flotte in ihr Land Dränge Was die Kasteneinrichtung betrifft so hat sie vielleicht doppelten Ursprung Priester und Krieger mögen gegeben gewesen sein und zwar schon bei Entstehung des Staates Die übrigen den anderen Beschäftigungen entsprechenden Kasten aber scheinen eine spätere Einrichtung zu sein und zwar hat das Entscheidende dass jeder an die Beschäftigung seines Vaters gebunden war wohl eher der Staat angeordnet als die Priester Denn käme es von diesen her so würden sie auch das Konubium zwischen den Kasten aufgehoben haben was abgesehen von den eine Art Auswurf vorstellenden Schweinehirten für Ägypten wenigstens nicht zu beweisen ist während in Indien diese Aufhebung allerdings besteht Aus dieser stärksten Verneinung des Individuellen geht dann vielleicht eine relativ hohe Partialkultur hervor welche im technischen in der ererbten Vollendung äußerlicher Geschicklichkeiten Recht haben kann obgleich auch Gewebe Tischlerei Glas und so weiter völlig stationär bleiben im geistigen aber mindestens Stillstand Beschränkung Dünkel gegen Außen mit sich führt denn bei der Freiheit des Individuums welche hier gebrochen wird handelt es sich ja nicht um die Willkür zu tun was jedem beliebt sondern um die Schrankenlosigkeit des Erkennens und Mitteilens und den freien Trieb des Schaffens und dies ist es was nun gehemmt wird damit damit ging freilich Hand in Hand dass ohne Zweifel die beiden oberen Kasten auch die höhere Kunst und Wissenschaft in Ägypten einst gewaltsam still stellten indem sie sie auf die bedenklichste Weise für heilig erklärten der Staat mit heiligem Recht fasste damit das erlaubte Wissen und die erlaubte Kunst in ein System und kassierte das Wesentlichste für eine bestimmte Kaste ein wobei die Kunst freilich fortfuhr dem Herrschertum auf alle Weise und mit höchster Hingebung zu dienen sie erzielte dabei die höchsten Äußerungen des Monumentalen und innerhalb des Einmal Stillgestellten die höchste Sicherheit des Stils aber allerdings verbunden mit langsamem innerem Absterben und Unfähigkeit der Verjüngung was mag der Staat auch bei den Assyrern Babyloniern Persern und so weiter alles getan haben um das Aufkommen des Individuellen zu verhindern welches damals für so viel als das Böse gegolten haben wird der höchsten Wahrscheinlichkeit nach hat es an allen Enden bald da bald dort emporkommen wollen und ist den bürgerlichen und religiösen Schranken Kasteneinrichtungen und so weiter erlegen ohne eine Spur hinterlassen zu können Die größten technischen und künstlerischen Genies vermochten an den ganz ungeschlachten Königsburgen von Niniveh nichts zu ändern Die Elende Anlage und die Knechtische Skulptur regierten die Jahrhunderte hindurch weiter Nicht ausgeschlossen mochte etwa auch positiver Zwang sein Es kam möglicherweise schon in den alten Weltmonarchien auch ein Phänomen im Sinne Peters des Großen vor in dem ein Despot seinem Volke gegen dessen Natur eine anderswoher erlernte Kultur auferlegte und es zwang eine Weltmacht zu werden Im Gegensatz zu diesen Despotien steht nach dem einmal ein tatsächliches wenn auch nicht auf ewig festgestelltes Kastenwesen und etwaiges heiliges Recht überwunden war die Freie Polis der klassischen Welt welche ihre einzig bekannten Vorgängerinnen in den phönizischen Städten hat in ihr kommt das viele und vielartige in Wandelung Begriffene sich selbst wissende vergleichende und beschreibende zur Geltung und es sind keine heiligen Bücher mit festgestellter Staatsdoktrin und Kultur vorhanden hier ist wenigstens die Beschäftigung unabhängig von der Geburt die bloß technische ist zwar als banausig gering geschätzt aber der Ackerbau und meist auch der Handel stehen in Ehren zwar noch relativ spät wirkt der Orient ein und sucht das Individuelle durch einen priesterlichen Bund zu bändigen indem er dabei auf den Gedanken des Jenseits in der Form der Metempsychose baut aber das Walten des Pythagoras in Kroton und Metapont hat nur kurzen Erfolg allein vom Staate wurde die Kultur doch in hohem Grade positiv und negativ bestimmt und beherrscht indem er von jedem Einzelnen vor allem verlangte dass er Bürger sei jeder Einzelne hatte das Gefühl dass die Polis in ihm lebe diese Allmacht der Polis aber ist wesentlich verschieden von der modernen Staats Allmacht diese will nur dass ihr niemand materiell entwische jene wollte dass jeder ihr positiv diene und mischte sich deshalb in vieles was jetzt dem Individuum überlassen bleibt neben neben draußen steht vollends Sparta welches den Zustand einer alten Eroberung künstlich und grausam aufrecht hält hier hiervon und von der inneren Aushöhlung bei künstlichem Pathos und bewusstem Stile des Lebens ist auch seine besondere Sorte von auswärtiger Politik bedingt bei der Entfesselung des Individuellen zeigt nun das griechische Staatswesen in Liebe und Hass eine ganz besondere Heftigkeit die Kultur erhält daher gewaltige Stöße jeder Bruch ist furchtbar und führt oft zu grauenvollen auf Ausrottung des Gegners gerichteten Parteikämpfen und zur Austreibung ganzer besonders höchst gebildeter Schichten der Bevölkerung allein der Glanz des Ruhmes und der Bildung überwiegt am Ende doch alles nur in einem griechischen Staatswesen erreichten alle Kräfte des Entfesselten Individuums jene Spannung und Schwingung welche überall das Höchste zu leisten gestattete immerhin aber ist zu sagen dass die ganze Kultur besonders Kunst und Wissenschaft unterhaltbaren Tyrannien so gut oder besser zu gedeihen pflegte als in der Freiheit Ja ohne solche bisweilen hundertjährige Haltepunkte hätte sie schwerlich ihre volle Höhe erreicht Auch Athen bedurfte seiner Pisistratiden Zeit Im Allgemeinen mag so viel gelten Die durch die Bürgerpflichten bedingte Kultur war jedenfalls dem Können und zwar einem unendlichen und sehr intensiven günstiger als dem Wissen welches auf ruhigem Sammeln beruht Für Letzteres kamen dann die Despotenzeiten unter den Diadochen mit ihrem stillgestellten politischen Leben und ihrer Muße Da Polyp hauptsächlich im Hinblick auf die Geografie sagen konnte Nachdem die Männer der Tat von der ehrgeizigen Beschäftigung mit Krieg und Politik freigekommen sind haben sie einen Anlass genommen sich der wissenschaftlichen Beschäftigung zu widmen Rom rettete dann vor allem die sämtlichen Kulturen der alten Welt soweit sie noch vorhanden und überhaupt zu retten waren Es ist vor allem Staat und bedarf keiner Anpreisung seines Studiums denn hier endlich ist die Polis erreicht welche nicht nur wie Athen im fünften Jahrhundert eine Klientel von 16 bis 18 Millionen Seelen sondern mit der Zeit die Welt beherrscht und und zwar nicht durch die Staatsform denn mit dieser war es in den 100 Jahren vor Cäsar Elend bestellt sondern durch den Staatsgeist durch das übermächtige Vorurteil des Einzelnen zur Weltherrscherei zu gehören Die ungeheure Kraft zu Angriff und Widerstand welche von den Samniter Kriegen bis zum Perseus Krieg sich entwickelt hatte und einen neuen Abschnitt der Weltgeschichte verkündete wirkte noch immer nach und schlug nicht bloß später wie ähnliches bei den Griechen in vereinzelten Flammen empor sondern ballte sich zu einem Cäsar zusammen welcher imstande war die großen Versäumnisse nachzuholen Rom vor der Völkerwanderung zu retten und es dann zu überwältigen und zu reorganisieren das Kaiserreich das dann folgt ist jedenfalls allen alten Weltmonarchien enorm überlegen und überhaupt die einzige welche bei allen Mängeln den Namen verdient es fragt sich hierbei nicht ob Weltmonarchien überhaupt wünschbar seien sondern ob die römische ihren Zweck die große Ausgleichung der alten Kulturen und die Verbreitung des Christentums welches allein deren Hauptteile gegenüber den Germanen retten konnte erfüllt habe oder nicht ohne die römische Weltmonarchie hätte es keine Kontinuität der Bildung gegeben höchst bedeutungsvoll ist dass auch das zerrissene Reich immer wieder zur Einheit hin strebt bei der Krise nach Neros Tode versteht sie sich noch von selbst bei derjenigen nach dem Tode des Komodus und Pertinax wird sie durch gewaltige Schlachten gerettet aber selbst nach den 30 Tyrannen wird sie noch einmal aufs glänzendste durch Aurelian hergestellt und durch seine Nachfolger gegen zahlreiche Usurpatoren gesichert als Prätension erhebt sie sich wieder bei Justinian als umgestaltete Wirklichkeit bei Karl dem Großen und dies sind nicht bloß Ergebnisse der Macht Sucht sondern die Teile selber streben wieder zum Ganzen Inzwischen ist die Kirche erwachsen und hat Rom von den Apostel Grüften aus in neuem Sinn als Weltherrin proklamiert Wenn Wenn wir nun nach Roms Vorbildung zu dieser gewaltigen Aufgabe in seiner früheren Geschichte fragen so finden wir ein Volk das fast ausschließlich in Staat Krieg und Ackerbau lebt mit sehr mäßiger Kultur Das unerhörte Glück für die Weltkultur lag in dem Phil Hellenismus der die Römer beherrschte Allerdings zugleich mit einer deutlichen Scheu vor dem auflösenden fremden Geiste Ihm verdanken wir ausschließlich die Kontinuität der geistigen Überlieferung Das Verhalten des römischen Reichs zur Kultur an sich war dann ein bloßes Geschehen lassen Der Staat wünschte gewiss eine allgemeine Tätigkeit schon um der Vectigalia Willen wusste sie aber nicht sonderlich zu fördern Rom gab sich nur mit dem eigentlichen Regieren ab und sorgte bloß dafür dass alles und alle ihm zinsbar blieben Es schaffte der müden Welt zur Zeit der besseren Kaiser ein ruhiges Privatleben verhielt sich gegen alle geistigen Dinge in Praxi liberal und gegen die Künste günstig soweit sie zu seiner Macht Verherrlichung dienten Schlechte Kaiser mordeten die Reichen in Rom und den Provinzen und raubten der Kultur ihre Sekurität aber doch nur zeitweise und wenn Domitian viele Reben ausreuten ließ so durfte man sie unter Trajan wohl wieder pflanzen so konnten sich unter der fast allgemeinen Toleranz die Kulturen und Religionen auf den weiten Territorien ausgleichen Kultur zerstörend wirkte das Reich erst im vierten Jahrhundert durch sein böses Finanzsystem der Haftbarmachung der Possessores für die Steuern ihres Ortes Folge davon war selbst Flucht zu den Barbaren während zugleich noch viele andere Übel Entvölkerung hervorbrachten Ende von die Betrachtung der sechs Bedingtheiten erstens die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil 1 Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten 1. Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil 2 von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten 1. Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil 2 Herrschaft von erobernden Barbaren über Kultur Völker dauert bisweilen sehr lang ja ewig wie das Beispiel der Türken lehrt Dass dies in den Staaten der Völkerwanderung nicht der Fall war hat seinen Grund in dem Umstand dass Eroberer und Eroberte nicht religiös geschieden blieben und dass somit das Konubium unter ihnen möglich war auf dessen Grad und Art in solchen Verhältnissen alles ankommt Der neue Staat retardierte nun aber doch die Kultur was nicht immer ein Unglück ist und zwar besonders durch Neugründung von Kasten Davon war die eine nämlich der Klerus gegeben und vererbt die andere der aus den Gefolgschaften hervorgegangene Adel neu Zwischen und neben diesen beiden die ihre aparte Kultur haben kommt nur mit röster Mühe der Hauptträger der neuen Kultur empor das Städtewesen welches seit dem Untergang des Römischen Reiches zuerst wieder alle Zweige der Kultur vertritt und seit dem 12. Jahrhundert den Hierarchen sogar die Kunst abnimmt denn die großen Werke des späteren Mittelalters sind von Bürgern geschaffen bald emanzipiert sich dann in Italien auch die Wissenschaft von der Kirche so kam eine Zeit da lauter einzelne Kleinstaaten nämlich die Kommunen die allseitige Kultur vertraten während die spezifische Bildungswelt von Adel und Klerus im Abnehmen begriffen und die Höfe nur der Sammelplatz des Adels waren Hier haben wir die Lichtseite der Zerstückelung und Kleinstaaterei vor uns welche das mittelalterliche Lehenswesen mit sich brachte Aus dem Karolingischen Staat hatte sich zunächst ein nationales und zugleich ein provinziales Staatstum und Leben in wunderlicher Verrechnung gebildet das zu preisen und zu tadeln gleichmäßig unnütz ist und dies war nun im Kleinen weitergegangen alle möglichen Rechte auf allen Stufen der Macht wurden gegen bestimmte Verpflichtungen verliehen sodass ein beständiges Vikarieren herrschte bei dem der Begriff des Amtes verduftete es war die erdenklich unsicherste und unbehilflichste Art von irgendeiner Gattung von Kapital Renten von Vergebung Leistungen zu beziehen eine Zerstückelung und Ableitung der Macht wie sie unserem machttrunkenen Jahrhundert als Torheit und Unglück erscheinen würde und regieren in jetzigem Sinne könnte man damit allerdings nicht aber Dinge die gar keine Bedeutung für die Kultur ihrer Zeit haben sind nicht von langer Dauer und das Lehnwesen ist von langer Dauer gewesen die damaligen Menschen entwickelten am damaligen Zustand ihre Tugenden und Untugenden die Persönlichkeit konnte sich frei zeigen und guten Willen betätigen und darin lag ihr Pathos und nun hat freilich auch in den Städten die Kultur ihre furchtbaren Schranken in der Ausartung des Zunft Wesens Allein da ist es doch wesentlich nicht der Staat sondern die Kultur selbst welche sich in Gestalt von Korporationen beschränkt Nun aber taucht mit Kaiser Friedrich dem Zweiten und seinem unteritalischen Reich der moderne zentralisierte Gewaltstaat auf beruhend auf normannischer Tyrannenpraxis und mohammedanischen Vorbildern mit furchtbarer Herrschaft auch über die Kultur besonders durch die Handelsmonopole die er sich vorbehält man denke nur an Friedrichs eigenen privilegierten Handel nach dem ganzen Mittelmeere hier mischt sich der Staat in alle Privatverhältnisse sodass die königlichen Bajuli sogar den Arbeitslohn regulieren zu der alten Besteuerung verschiedener Tätigkeiten kommt ein ganzer Haufe neuer und sehr quälerischer Wo die Einnehmer nicht hart genug sind setzt Friedrich als letztes Druckmittel Sarrazenische hin und bedient sich zuletzt sogar Sarrazenischer Justiziare Wer Wer nicht zu rechter Zeit zahlt muss auf die Galeren In steuerverweigernde Gegenden legt man deutsche oder sarazenische Garnisonen Dazu kommen ein genaues Katasterwesen geheime Polizei Zwangsanleihen Erpressungen Verbot der Ehe mit Fremden ohne spezielle Erlaubnis Studienzwang der Universität Neapel zuletzt Verschlechterung der Münze und Herauftreiben der Monopole sodass von Salz Eisen Seide und so weiter 75 Prozent an den Staat kommen Das große Generalverbrechen aber ist die kulturwidrige Absperrung unter Italiens vom Abendlande Man möge nur keine liberalen Sympathien mit diesem großen Hohnstaufen haben Friedrichs Nachfolger die italienischen Tyrannen müssen wenigstens behutsamer verfahren und die Verzweiflung ihrer Untertanen vermeiden Im ganzen übrigen Europa aber dauert es lange bis zu dieser Konzentration der Macht und wo sie eintritt hat man dann den einen sichern Maßstab dafür wie weit es ihr mit ihrer Hervorhebung des allgemeinen Interesses ernst ist das Kennzeichen ist dass der Staat das Recht von seiner Macht ausscheidet besonders das fiskalische objektiv behandelt und Prozesse gegen den Fiskus und Klagen gegen seine Beamten vor unabhängigen Gerichtshöfen zulässt nur beiläufig sei hier Spaniens als einer rein aufbrauchenden und zerstörenden ohnehin aus weltlichem und geistlichem anders gemischten Macht Erwähnung getan Die früheste Vollendung des modernen Staates mit höchster und stark geübter Zwangsmacht fast über alle Zweige der Kultur findet sich bei Ludwig dem 14. und seinen Nachahmern eigentlich schon eine gewaltsame Restauration gegen den wahren Geist der Zeiten der seit dem 16. Jahrhundert auf politische und intellektuelle Freiheit hinzudrängen schien war diese Macht entstanden durch das Bündnis des französischen Königtums mit dem römischen Recht seit Philipp dem Schönen und mit den bald auf demokratische Utopien bald auf den Absolutismus gerichteten Begriffen der Renaissance dazu waren die französische Neigung für Gleichförmigkeit die Gleichgültigkeit gegen Bevormundung und die Vorliebe für eine Allianz mit der Kirche gekommen Freilich wäre dies mehr mongolische als abendländische Ungetüm welches Ludwig der 14. heißt im Mittelalter exkommuniziert worden Jetzt aber konnte er sich als allein berechtigt und als allein Eigentümer von Leibern und Seelen gebärden Ein großes Übel ist das wo einer anfängt die anderen schon um ihrer Sicherheit willen nicht zurückbleiben dürfen Dieser Machtstaat wurde also nach Kräften überall im Kleinen und Großen nachgeahmt und wich dann auch nicht als Aufklärung und Revolution ihn mit ganz neuem Inhalt erfüllten und als er nicht mehr Louis sondern Republik hieß Erst im 19. Jahrhundert nimmt wie später gezeigt werden soll die Kultur ihn so weit als möglich in ihren Dienst und es beginnt der Streit darüber wer den anderen bedingen und bestimmen solle in welchem Streit sich die große heutige Krise des Staatsbegriffs vollzieht was was das Verhältnis zu Erwerb und Verkehr betrifft so wurde das System Kolbeers von Ludwig selbst zu reiner Ausbeutung gemissbraucht es gab Zwangsindustrien Zwangskulturen Zwangskolonien eine Zwangsmarine Dinge Dinge worin die deutschen Sultane dem Vorbilde nach Kräften nacheiferten Und doch wurde alles durch den allgemeinen Druck und die Erpressung mehr zurückgehalten als befördert Überall war die wahre Initiative abgeschnitten Reste dieses Treibens sind noch heute die Schutzzoll Industrien Scheinbar handelt der Staat dabei der Industrie zu gefallen Eigentlich aber meint er nur sich Dabei gewöhnte sich der Staat an eine gewaltsame auswärtige Politik an große stehende Heere und andere kostspielige Zwangsmittel aller Art kurz an ein separates Leben welches von seiner eigentlichen höheren Aufgabe völlig geschieden war Es wurde bloßer öder Machtgenuss ein Pseudo Organismus an und für sich Und nun das Verhältnis zum Geist Bei Ludwig dem Vierzehnten steht vor allem und als das große charakteristische Ereignis seiner Regierung da die Aufhebung des Edikts von Nort und die große Huguenotten Austreibung das größte Molochs Opfer das je einer Einheit oder eigentlich dem königlichen Machtbegriff gebracht worden ist Zunächst stellt dann der Staat mit dem Letat Semois eine Doktrin von sich auf welche mit der allgemeinen Wahrheit kontrastiert und im Gegensatz sowohl zur Kultur als selbst zur Religion steht Dann werden Ausschließung und Beförderung systematisch gehandhabt und erstere bis zur Verfolgung gewisser Gattungen von Gebildeten gesteigert und wen man nicht verfolgt dem verleidet man doch die freie Regung Dabei kommt der Geist der politischen Macht gefällig entgegen Was sie nicht erzwingt tut man ihr von selbst zu gefallen um ihre Gunst zu genießen Es wurde sich an dieser Stelle ein Wort über Wert und Unwert aller Akademien sagen lassen Literatur und Selbst Philosophie werden in der Verherrlichung des Staates wohldienerisch und die Kunst wohldienerisch monumental oder sie schaffen doch nur was hoffähig ist der Geist geht auf alle Arten an die Kost und schmiegt sich an das Gegebene neben der besoldeten und soldwünschenden Produktion hält hält sich die Freie nur noch bei den Exilierten und allenfalls noch bei den Belustigern des gemeinen Volkes zugleich werden die Höfe das Vorbild einer ganzen Geselligkeit ihr Geschmack ist der allein entscheidende Ferner hält der Staat mit der Zeit selber Lehranstalten jeder Art und duldet keine Konkurrenz soweit er nicht etwa die der Kirche dulden muss freilich kann er auch das Geistige nicht ganz der Gesellschaft überlassen weil diese zeitweise ermüdet und einzelne Zweige untergehen ließe wenn nicht ein stärkerer Wille sie aufrecht erhielte überhaupt kann er ja in müden späten Zeiten der Noterbe und Notschirmer von irgendetwas sein das zur Kultur gehört und ohne ihn stürbe wie denn in Amerika wo er sich diese Aufgabe nicht setzt manches fehlt dies ist die späte Bedingtheit vom Staat und ganz anderer Art als die primitive die allmähliche Gewöhnung an gänzliche Bevormundung aber tötet endlich jede Initiative man erwartet alles vom Staat woraus dann bei der ersten Verschiebung der Macht sich ergibt dass dass man alles von ihm verlangt ihm alles aufbordet von dieser neuen Wendung da die Kultur dem Staat seine Programme schreibt besonders solche die eigentlich an die Gesellschaft zu adressieren wären ihn zum Verwirklicher des sittlichen und zum allgemeinen Helfer machen will und seinen Begriff aufs Stärkste ändert wird später zu sprechen sein Diesem allem gegenüber behauptet sich einstweilen gewaltsam das Gewalt Staatstum und Herrschertum mit Hilfe seiner Tradition und mit seinen aufgesammelten Machtmitteln und baut auf die Gewöhnung Dieser dynastische Zentralwille ist und bleibt aber etwas ganz anderes als der mittlere Gesamtwille der Nationen sein würde indem er die Machtansammlung in einem ganz anderen Sinne versteht Das moderne Treiben der Völker zur Einheit und zum Großstaat der dann auch wenn er wie die amerikanische Union in seinem Bestande bedroht ist und der Trennung zuzusteuern scheint mit den äußersten Mitteln sein Beisammenbleiben behauptet ist einstweilen in seinen Gründen noch streitig und der Ausgang noch dunkel Zwar Zwar werden als Zweck unter anderem auch gewisse höchste Vollendungen der Kultur als wäre diese das leitende Prinzip namhaft gemacht Schrankenloser Verkehr Freizügigkeit Erhöhung aller Bestrebungen durch Hinzutreten einer gesamt nationalen Weihe Konzentration des Verzettelten großer Mehrwert des Vereinigten Vereinfachung des Komplizierten Ja es gibt Pfiffiki genug welche meinen sie würden dann dem einmal völlig geeinigten Staat das Kulturprogramm schreiben Allein in erster Linie will die Nation scheinbar oder wirklich vor allem Macht das kleinstaatliche Dasein wird wie eine bisherige Schande perhoriziert Alle Tätigkeit für dasselbe genügt den treibenden Individuen nicht Man will nur zu etwas Großem gehören und verrät damit deutlich dass die Macht das Erste die Kultur höchstens ein ganz sekundäres Ziel ist Ganz besonders will man den Gesamtwillen nach außen geltend machen andern Völkern zum Trotze Daher Daher zunächst die Hoffnungslosigkeit jeder Dezentralisation jeder freiwilligen Beschränkung der Macht zugunsten des lokalen und Kulturlebens Man kann den Zentralwillen gar nicht stark genug haben Und nun ist die Macht an sich böse gleich viel wer sie ausübe Sie ist kein Beharren sondern eine Gier und Eo Ipso unerfüllbar daher in sich unglücklich und muss also andere unglücklich machen Unfehlbar gerät man dabei in die Hände sowohl ehrgeiziger und erhaltungsbedürftiger Dynastien als einzelner großer Männer und so weiter Das heißt solcher Kräfte welchen gerade an dem Weiterblühen der Kultur am wenigsten gelegen ist Aber wer die Macht will und wer die Kultur will vielleicht sind beide blinde Werkzeuge eines Dritten noch Unbekannten Ende von Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten Erstens Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil Zwei Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten Zweitens Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch die Religion von weltgeschichtliche Betrachtungen Dies Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Fußnoten fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten Zweitens Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch die Religion Hohe Ansprüche haben die Religionen auf die Mutterschaft über die Kulturen Ja die Religion ist eine Vorbedingung jeder Kultur die den Namen verdient und kann sogar geradezu mit der einzig vorhandenen Kultur zusammenfallen Zwar entsprechen sie zwei wesentlich verschiedenen Bedürfnissen dem metaphysischen und dem geistig materiellen allein in der Wirklichkeit reißt das eine das andere mit sich und macht es sich dienstbar eine mächtige Religion entfaltet sich in alle Dinge des Lebens hinein und färbt auf jede Regung des Geistes auf jedes Element der Kultur ab Freilich reagieren dann diese Dinge mit der Zeit wieder auf die Religion Ja deren eigentlicher Kern kann erstickt werden von den Vorstellungs- und Bilderkreisen die sie einst in ihren Bereich gezogen hat Das Heiligen aller Lebensbeziehungen hat seine schicksalsvolle Seite Jede Religion würde wenn man sie rein machen ließe Staat und Kultur völlig dienstbar Das heißt zu lauter Außenwerken ihrer selbst machen und die ganze Gesellschaft von sich aus neu bilden Ihre Repräsentanten das heißt ihre Hierarchie würden vollkommen jede andere Herrschaft ersetzen und wenn dann der Glaube Tradition geworden und versteinert ist dann würde es der Kultur nicht mehr helfen wenn sie fortschritt bleiben und sich ändern wollte sie bliebe gefangen diese Gefahr ist besonders groß in den Staaten des Heiligen Rechtes hier ist es die vereinte Macht von Staat und Religion welche die Kultur im Zaum hält Außerdem aber kann schon der Inhalt einer Religion ihre Lehre der Kultur und selbst einer hoch angelegten sehr strenge und scharfe Schranken anweisen Vor allem kann die Beschäftigung mit dem Jenseits das Diesseits völlig überschatten Am Anfang der Geschichte begegnet uns schon die ägyptische Gräberreligion die den Ägypter zu so großen Opfern für sein Grabwesen genötigt hat und dann finden wir trübe Kontemplation und Askese bis zur Verleidung des Erdenlebens erst recht wieder am Ende des Altertums So fing das Christentum an die römische Kultur nicht bloß zu durchdringen sondern sie zu ersetzen Im vierten Jahrhundert überwindet die Kirche die arianische Spaltung und seit Theodosius sind Imperium und Orthodoxie Synonym Und nun ist nicht nur die Kircheneinheit der Reichseinheit überlegen sondern die Kirche verdrängt fast alle andere Literatur Wir erfahren fast nichts mehr von den profanen Gedankenkreisen Die Askese färbt äußerlich das ganze Leben Alles stürzt sich in die Klöster Die gebildete alte Welt auch vom Staate übel gequält scheint ehelos ausleben zu wollen Kirche und Barbaren führen allein das Wort Hierarchen sind die mächtigsten Personen Kultus und Dogmen Streit selbst im Volk die Haupt Beschäftigung Doch hatte die Kultur dabei das unaussprechliche Glück das wenigstens nicht im Abendlande während es in Byzanz allerdings bis zu einem gewissen Grade der Fall war Staat und Kirche in ein erdrückendes Eins zusammenrannen und das dann die Barbaren weltliche zunächst meist arianische Reiche errichteten Dies Zusammenrinnen geschah im Islam welcher seine ganze Kultur wesentlich beherrscht bedingt und färbt er hat nur einerlei unvermeidlich despotisches Staatswesen nämlich die vom großen Kalifat auf alle Dynastien wie selbst verständlich übergegangene weltlich geistliche theokratische Machtvollkommenheit auch auch alle Stücke also wiederholen nur das Weltreich im Kleinen das heißt arabisiert und despotisch alle Macht stammt in dem gleichen Sinne von Gott wie bei den Juden der Islam der eine so furchtbar kurze Religion ist ist mit dieser seiner Trockenheit und trostlosen Einfachheit der Kultur wohl vorwiegend eher schädlich als nützlich gewesen und wäre es auch nur weil er die betreffenden Völker gänzlich unfähig macht zu einer anderen Kultur überzugehen die Einfachheit erleichterte sehr seine Verbreitung war aber mit derjenigen höchsten Einseitigkeit verbunden welche der starre Monotheismus bedingt und aller politischen und Rechtsentwicklung stand und steht der elende Koran entgegen das Recht bleibt halbgeistlich das beste vielleicht was vom Kultureinfluss des Koran sich sagen ließe wäre dass er die Tätigkeit als solche nicht proskribiert die Beweglichkeit durch Reisen veranlasst worauf die Einheit dieser Bildung vom Ganges bis Senegal beruht und ganz wüste orientalische Gaukelmagie ausschließt aber auch die trübste christliche Kontemplation und Askese war der Kultur nicht so schädlich als der Islam sobald man folgendes erwägt abgesehen von der allgemeinen Rechtlosigkeit vor dem Despotismus und seiner Polizei von der Ehrlosigkeit aller derer die mit der Macht zusammenhängen wofür die Gleichheit aller die Abwesenheit von Adel und Klerus keinen Ersatz gewähren entwickelt sich ein diabolischer Hochmut gegenüber dem nicht islamischen Einwohner und gegenüber anderen Völkern bei periodischer Erneuerung des Glaubenskrieges Ein Hochmut wodurch man gegen den noch immer unverhältnismäßig größten Teil der Welt und dessen Verständnis abgesperrt ist Die einzigen Ideale des Lebens sind die beiden Pole der Fürst und der zynisch-asketische Derwisch-Sufi zu denen allenfalls noch der Landstreicher in Art des Abuseit kommt In die Satire das Landstreichertum und Büßertum mag sich das Freie und Individuelle noch allenfalls flüchten In der Bildung fällt auf das Vordrängen der Sprache und Grammatik über den Inhalt die sophistische Philosophie an der nur die heretische Seite frei und bedeutend ist dann eine erbärmliche Geschichtswissenschaft weil alles außerhalb des Islam gleichgültig und alles innerhalb des Islam Partei oder Sektensache ist und eine im Verhältnis zu ganz ungehemmter Empirie doch nur mangelhafte Pflege der Naturkunde Sie haben lange nicht so viel geforscht und entdeckt als sie frei gedurft hätten Es fehlte der allgemeine Drang zur Ergründung der Welt und ihrer Gesetze Die Poesie kennzeichnet hier vor allem der Hass des Epischen weil die Seele der Einzelvölker darin fortleben könnte für du sie ist nur per Konterbande da dazu kommt noch die für das Epos tödliche Richtung auf das Leerhafte die Tendenz das Erzählende nur als Hülle eines allgemeinen Gedankens als Parabel wert zu achten der Rest flüchtete sich in das figurenreiche aber gestaltenlose Märchen Ferner gibt es kein Drama der Fatalismus macht die Herleitung des Schicksals aus Kreuzung der Leidenschaften und Berechtigungen unmöglich Ja vielleicht hindert schon der Despotismus an sich die poetische Objektivierung von irgendetwas und eine Komödie ist unmöglich schon weil es keine gemischte Geselligkeit gibt und weil Witz Spott Parabel Gaukler und so weiter die ganze betreffende Stimmung vorweg nehmen In der bildenden Kunst ist nur die Architektur ausgebildet zuerst durch persische Baumeister dann mit Benutzung des byzantinischen und überhaupt jedes vorgefundenen Stiles und Materials Skulptur und Malerei existieren so gut wie gar nicht weil man die Vorschrift des Koran nicht nur innehielt sondern weit über den Wortlaut übertrieb was dabei der Geist überhaupt einbüßte lässt sich denken Daneben besteht freilich das täuschende Bild von blühenden volkreichen gewerblichen islamitischen Städten und Ländern mit Dichterfürsten edelgesinnten großen und so weiter wie zum Beispiel in Spanien unter und nach den Omajaden aber über jene Schranke hinaus zur Totalität des Geistigen drang man auch hier nicht durch und Unfähigkeit zur Wandelung zur Einmündung in eine andere höhere Kultur war auch hier das Ende Wozu dann noch die politisch militärische Schwäche gegen Almoraviden Almohaden und Christen kam Die Wirkung der Religionen auf die Kulturen hängt natürlich sehr von ihrem Geltungsgrad im Leben überhaupt ab Allein nicht bloß vom Gegenwärtigen sondern auch von den ehemaligen Geltungsgraden Eine Religion knickt im entscheidenden geistigen Entwicklungsaugenblick eine Falte in den Geist eines Volkes die nie mehr auszuglätten ist Und wenn dann später auch alle Pforten in die freie Kultur hinein geöffnet werden so ist die Neigung oder doch die beste Neigung für das früher Verwehrte vorüber Denn derjenige Moment kehrt nicht wieder da der betreffende Kultur im Zusammenhang mit sonstiger Erhöhung des nationalen Lebens geblüht haben würde Wie große Wälder einmal und dann wenn ausgerottet nicht wieder wachsen so besitzen oder erwarben Mensch und Volk gewisse Dinge in der Jugend oder nie Übrigens ließe sich in Betreff der Kultur überhaupt fragen ob wir berechtigt sind ihre unbedingte Ausbreitung von irgendeinem Stadium aus für wünschbar zu halten ob nicht das was hier geknickt wird und unentfaltet stirbt bestimmt ist bei künftigen Völkern und Kulturen als völlig neues und zum ersten Mal geborenes an den Tag zu treten damit es einmal naiv vorhanden sei Am wenigsten hemmend für die Kultur waren die beiden klassischen Religionen als Religionen ohne Hierarchie ohne heilige Urkunden und ohne sonderliche Betonung des Jenseits Die griechische Götter und Heroenwelt war ein idealer Reflex der Menschenwelt mit göttlichen und heroischen Vorbildern für jedes hohe Streben und für jeden Genuss Es war eine Vergötterung der Kultur und doch keine Versteinerung derselben Wenn aus dem Feuergott der vielkundige Schmied aus der Blitz- und Kriegsgöttin die Schützerin jeder Kultur und Kunst und der klaren und besonnenen Menschen aus dem Herdengott der Herr der Straßen aller Botschaft und alles Verkehrs wurde Die Römer vergöttlichten vollends jedes irdische Treiben bis auf die Pulchra Laverna hinab Bei den Alten setzte die Religion dann jeder weiteren Entwicklung der Gedankenwelt nur geringen Widerstand entgegen Da wo die Poesie als Erzieherin den Menschen entließ durfte ihn die Philosophie in Empfang nehmen und zum Monotheismus Atheismus Pantheismus führen Unvermeidlich höllte sich dann wohl die dennoch fortlebende Religion zum bloßen Massenglauben zur verkommenen Mantik und Goetie aus und diese schlug dann seit dem zweiten Jahrhundert ihre schwarzen Fittische wiederum die ermattete Kultur Die späte Konkurrenz dieser Religion mit dem eindringenden Christentum musste zur Niederlage führen Gesondert ist nun noch in ihrer Bedingtheit durch die Religion die Kunst zu betrachten Die Künste Welches auch ihr Ursprung sei haben jedenfalls ihre wichtigste entscheidende Jugendzeit im Dienste der Religion zugebracht Schon vorher müssen oder können existiert haben Nachbildungen des Wirklichen in plastischer wie in flacher Darstellung mit der Farbe Aus Schmückungen des Gebauten Anfänge von erzählendem Dichten und von Seelenausdruck im Gesang vielleicht auch schon ein sehr künstlicher Tanz Wenn auch eine Art von Religion schon daneben existierte so waren diese Dinge doch noch nicht in deren Dienst Allein nur Religion und Kultus brachte diejenigen feierlichen Schwingungen in der Seele hervor welche imstande waren in dies alles das höchste Vermögen hineinzulegen Sie erst brachten in den Künsten das Bewusstsein höherer Gesetze zur Reife und nötigten den einzelnen Künstler der sich sonst hätte gehen lassen zum Stil das heißt eine einmal erreichte Höhenstufe wird festgehalten gegenüber dem daneben weiter lebenden Volksgeschmack welcher vielleicht von jeher für das süßliche bunte grauenvolle und so weiter wurde gestimmt haben zugleich ergab sich dabei eine entbindung von der religiösen angst die gestaltung der götter sicherte vor dem grauen bild der hymnus läuterte die seele auch auch die despoten mochten dann die priesterlich entstandene kunst wohl für sich ausnützen allein die kunst wird dann mit der zeit nicht bloß auf einer gewissen höhe erhalten sondern auch nach oben fest gehalten das heißt die weiteren höheren Entwicklungen werden einstweilen abgeschnitten durch hieratische Stillstellung das einmal mit enormer Anstrengung erreichte gilt als heilig wie besonders am Anfang und am Ausgang der alten Kulturwelt Ägypten und Byzanz lehren Ägypten ist dabei geblieben hat die Schritte zum Individuellen nie machen dürfen und ist unfähig geworden überhaupt in ein neues auszumünden und überzugehen sind 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 muss man von seinen Künstlern sagen die allergrößte Knechtung einer ehemals großen und vielleicht bei Freiheit immer noch großer Dinge fähigen Kunst aber findet sich in Byzanz hier ist fast nur das Heilige erlaubt und nur in patentierter Auswahl und Darstellungsweise mit feststehenden Mitteln die Kunst wird typischer als sonst je anderswo wie im Islam wird die Kunst durch die Religion gewaltsam reduziert ja völlig verneint wie dies der Kalvinismus und Puritanismus tun wo die kirchliche Bilderflucht sich unvermeidlich auch auf das Leben überhaupt ausdehnt die Griechen aber durchbrachen während der hieratische Stil noch immer fortdauerte die Schranken und zwar noch immer im Dienste des Kultus es kamen der große freie Stil der höchsten Blütezeit so dann eine reiche Geschichte der künstlerischen Wandelungen zugleich die Überleitung der Kunst auch auf das Profane und endlich die auf die Verherrlichung des Individuellen und Momentanen Die Ablösung der einzelnen Künste vom Kultus möchte nach ihren Stadien aber etwa folgende gewesen sein Zuerst macht sich die Poesie im Wesentlichen los und entwickelt eine neutrale heroische lyrische Welt des Schönen Ja bei Hebräern und Griechen auffallend früh auch eine didaktische Dichtung Die Religion kann sie am frühesten entbehren und entlassen Denn mit den ihr nötigen Ritualien wird sie längst versehen sein und vielleicht die in ihrer Urzeit Entstandenen am liebsten beibehalten Woneben sich dann noch eine freie Poesie erbaulichen Inhalts behaupten mag Indem ein freies Walten der Fantasie über das Heilige keine Bedenken hat Ein Gefäß des Mythos wo er existiert bleibt außerdem noch das Volks Epos weil der Mythos von der bloßen Volkssage nicht zu trennen ist Die profane Poesie aber wird nun umso mehr Bedürfnis als alle für Haltbarkeit und Überlieferbarkeit bestimmten Aufzeichnungen überhaupt auf die poetische Form angewiesen sind Dann trennt sich ein Gebiet der Erkenntnis nach dem Anderen von der Religion Wenn diese nicht durch ein heiliges Recht Herren bleibt und endlich entsteht eine ganz profane Wissenschaft und doch spricht eine Ahnung dafür dass alles Dichten und aller Geist einst im Dienste des Heiligen gewesen und durch den Tempel hindurch gegangen ist Länger dagegen und für einen wichtigen Teil ihres Schaffens auf immer bleibt die bildende Kunst im Dienste der Religion oder doch eng mit ihr verbunden denn die Sache hat wie wir später sehen werden zwei Seiten Die Religion bietet der Architektur ihre höchste Aufgabe und der Skulptur und Malerei einen anerkannten überall verständlichen Gedankenkreis eine homogen über weite Lande verbreitete Beschäftigung enorm ist aber der Wert des Gleichartigen in der Kunst für die Bildung der Stile es enthält die Aufforderung im längst dargestellten ewig jung und neu zu sein und dennoch dem Heiligtum gemäß und monumental woher es denn kommt dass die tausendmal dargestellten Madonnen und Kreuz Abnahmen nicht das müdeste sondern das beste in der ganzen Blütezeit sind keine profane Aufgabe gewährt von Ferne diesen Vorteil an ihnen die EO Ipso stets wechseln würde sich nie ein Stil gebildet haben die jetzige profane Kunst lebt mit davon dass es heilige Stile gegeben hat und noch gibt man kann sagen dass ohne Giotto Jan Sten anders und vermutlich geringer wäre endlich bietet die Religion der Musik einen unvergleichlichen Gefühlskreis freilich kann was die Musik innerhalb desselben schafft in seiner Halbbestimmtheit die Religion selber lange überleben Ende von die Betrachtung der sechs Bedingtheiten zweitens die Kultur in ihrer Bedingtheit durch die Religion Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten drittens der Staat in seiner Bedingtheit durch die Religion Teil eins von weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Fußnoten fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhard Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten drittens der Staat in seiner Bedingtheit durch Religion Teil 1 Soweit es noch spät anerkannt wird, dass die Religion das hauptsächliche Band der menschlichen Gesellschaft sei, indem nur sie eine genügende Hüterin desjenigen moralischen Zustandes sei, welcher die Gesellschaft zusammenhalte, so ist gewiss bei den Gründungen der Staaten vermutlich nach furchtbaren Krisen die Religion mächtig mitbestimmend gewesen und hat von daher einen dauernden Einfluss auf den ganzen Lebenslauf des Staates beansprucht. Durch diese Verflechtung erklärt sich die Entstehung eines Heiligen von den Priestern befestigten Rechtes. Der Staat sollte dadurch eine größtmögliche Haltbarkeit bekommen. Herrschern und Priestern war war damit anfangs gleichmäßig gedient. Das Unglück dabei war, selbst wenn die jetzt verdoppelte Macht nicht schon von selbst zu doppeltem Missbrauch eingeladen hätte, die Hemmung alles Individuellen. Jeder Bruch mit dem Bestehenden wird zugleich ein Sakrilegium und daher mit höchst grausamen Strafen und Henkers Erfindungen geahndet. Eine weitere Entwicklung ist bei dieser heiligen Versteinerung nicht möglich. Die Lichtseite ist, dass in Zeiten, wo das Individuelle gebändigt wird, durch die Staats- und Priestermacht wirklich Großes geschehen kann. Dass große Zwecke erreicht werden, viel Wissen gewonnen wird und dass die ganze Nation darin ihren Ausdruck, ihr Pathos und ihren Stolz gegenüber anderen Völkern zu finden vermag. Die Völker des heiligen Rechts sind wirklich für etwas dagewesen und haben eine mächtige Spur zurückgelassen. Es ist höchst wichtig, wenigstens ein solches zu studieren und zu betrachten, wie hier die Individualität des Einzelnen gebunden und nur das Ganze individuell ist. Das heilige Recht gehört im höchsten Sinne zu den Schicksalen der Völker, die ihm je gedient haben. Zur Freiheit allerdings taugen sie nie mehr. Die Knechtschaft der frühesten Generationen wirkt dem Geblüt bis heute nach. Wie aber die geistige Kultur bei diesem Zustande gehemmt wird, haben wir früher am Beispiele des alten Ägyptens gesehen. Lehrreich im höchsten Maße sind die heiligen Bücher nämlich nicht allein, sondern erst in Verbindung mit der Gegenrechnung dessen, was bei einem solchen Volke verhindert und unterdrückt worden ist. Dazu kommt noch, dass über kurz oder lang unfehlbar die Despotie meistert zu werden und die Religion als ihre Stütze zu missbrauchen pflegt. Besondere Schattierungen stellen die Tempel und Orakel Staaten vorder Asiens eingerechnet das Ammonium dar. Hier ist freilich für einen nur kleinen Kreis die Religion das gründende allein herrschende. Eine Bürgerschaft besitzen sie selten, meist aber Tempelsklaven, teils durch Schenkung, teils aus Stämmen, welche dem Gott irgendwie durch heilige Kriege oder auf andere Art dienstbar gemacht worden sind. Auch Delphi und Dodona mögen als kleine Orakelstaaten ähnlicher Art hier genannt werden. Die Verfassung Delphis war so, dass aus einer Anzahl von Familien, die von Deukalion abstammten, die fünf regierenden Hauptpriester durch das Los gewählt wurden. Und dazu kam dann noch als obere Behörde der Amphiktionenrat. Mit einem Worte wollen wir hier auch des interessanten diodorischen Berichtes von der in Meroe von Ergamenes durchgeführten Säkularisation eines solchen Priesterstaates gedenken. Und endlich möge noch die um 100 vor Christus blühende dasisch-getische Theokratie erwähnt sein, in der neben dem Könige noch ein Gott, das heißt ein Mensch als Gott, waltete. Die größten geschichtlich bedeutendsten stärksten Theokratien fanden fanden aber überhaupt nicht bei den Polytheismen, sondern bei solchen Religionen, die sich vielleicht mit einem heftigen Ruck dem Polytheismus entzogen haben, welche gestiftet, geoffenbart und durch eine Reaktion entstanden sind. So sieht man die Juden durch alle Wandlungen ihrer Geschichte hindurch beständig wieder der Theokratie zustreben, wie sich am deutlichsten aus ihrer späteren Restauration als Tempelstaat zeigt. Sie hoffen nicht sowohl Weltherrschaft ihrer Nation als ihrer Religion. Alle Völker sollen kommen, auf Moria anzubeten. Freilich schlägt mit David und Salomo auch die jüdische Theokratie zeitweise in weltlichen Despotismus um. Aber periodisch suchen die Juden wieder von ihrem Wesen alles das auszuscheiden, was Staat und was Weltkultur hineinzumischen trachten. Durch Umstülpen des arischen Polytheismus zum Pantheismus entstand die Braminen Religion, die Zehnt Religion dagegen durch dessen große Veränderung zu einem Dualismus ohne gleichen. Und zwar kann diese nur eine einmalige und plötzliche von einem großen, sehr großen Individuum getragene gewesen sein, weshalb denn Ansardus Persönlichkeit nicht zu zweifeln ist. Sie ist im stärksten Sinne theokratisch gemeint gewesen. Die ganze sichtbare und unsichtbare Welt, auch die vergangene Geschichte, Scharnahme, wird den beiden Prinzipien und ihren kaum mehr individualisierten Gefolgreihen zugeteilt. Und zwar in vorwiegend pessimistischem Sinne, sodass der früher gottgeliebte Herrscher als Böser in den Netzen Arimans endigt. Aber gerade hier ist das leichte Umschlagen der Bedingtheit zwischen Religion und Staat wieder zu beachten. Dies alles hat das tatsächliche persische Königtum, wenigstens das achemenidische, nicht gehindert, die Vertretung des Ormuts auf Erden für sich einzukassieren und sich unterdessen besonderer und permanenter Leitung zu glauben, während es selbst ein scheußlicher orientalischer Despotismus wurde. Ja, gerade aus diesem Wahn heraus hält es sich alles für erlaubt und verfügt die infamsten Quälereien gegen seine Feinde. Die Magier, deren Macht im Leben ungleich geringer als die der Braminen ist, erscheinen nur als Besorger dieser und jener Hof Superstition, nicht als Lenker und Warner. Im Ganzen sind hier Staat und Religion zu ihrem großen Verderb verbunden gewesen. Überhaupt sieht man nicht, dass die Sittlichkeit von diesem Dualismus den geringsten Vorteil gehabt hätte. Sie scheint schon a priori nicht als eine freie Gemeind gewesen zu sein. Denn Ariman betört die Gemüter der Guten, bis sie böse handeln. Und dazu kommt dann gleichwohl ein vergeltendes Jenseits. So mächtig war aber diese Religion um die Perser zu hochmütigem Hass gegen alles Götzentum zu stacheln. Überhaupt war sie kräftig mit dem nationalen Pathos verflochten und daher auch stark genug, um es zu einer Renaissance zu bringen. Auf Makedonier und Pachter folgen die Sassaniden, welche mit jenem Pathos ihr großes politisches Geschäft machen und die alte Lehre scheinbar rein herstellen. Freilich hält dann der Dualismus auch nicht Stand gegen den Islam. War er schon eine gewaltsame Vereinfachung gewesen, so erlag er logisch der noch gewaltsameren. Eine Abstraktion machte dabei einer anderen, noch einfacheren Platz. Im Anschluss an die Renaissance der Zehntreligion in der Sassanidenzeit möge nun aber im Vorübergehen von derartigen Restaurationen überhaupt kurz die Rede sein. Hierbei scheiden wir völlig aus, die Restaurationen nach bloßen Bürgerkriegen. Auch kommt die Wiederherstellung Messeniens zur Zeit des Epaminondas in Abrechnung. Ebenso die Restaurationen von 1815, wo der Staat erst die Kirche herbeiwinkt und ferner die noch zu vollziehenden Restaurationen, die der Juden, welche nach zweimaligem Verlust ihres Tempels ihre Sehnsucht an einen dritten Tempel gehängt haben und die der Griechen, welche sich auf die Aja Sophia bezieht. Die Restaurationen aber, die wir meinen, sind fast immer Wiederaufrichtungen eines vergangenen Volkes und Staatstums durch die Religion oder doch mit ihrer Hilfe und die Hauptbeispiele sind neben der genannten Sassanidischen, die der Juden unter Zyrus und Darius, das Imperium Karls des Großen, von welchem die kirchliche Vorstellung einen Zustand wie unter Konstantin und Theodosius postuliert zu haben scheint und die Herstellung des Königreichs Jerusalem durch den ersten Kreuzzug. Was die Größe dieser Restaurationen betrifft, so liegt sie nicht im Erfolg, denn dieser ist meist geringer als die anfängliche optische Täuschung hoffen ließ, sondern in der Anstrengung, welche dazu gemacht wird, in der Kraft etwas Ersehntes Ideales, nämlich nicht die wirkliche Vergangenheit, sondern ihr verklärtes Gedächtnisbild herzustellen. Dies fällt denn freilich, da sich ringsum alles geändert hat, sehr eigentümlich aus. Was übrig bleibt, ist etwa eine geschärfte alte Religion. Und nun müssen wir nochmals auf den Islam zurückkommen mit seiner Ertötung des Vaterlands Gefühls und seiner auf die Religion gefropften Elenden Staats- und Rechtsform, über welche seine Völker niemals hinauskamen. Höchst uninteressant als politisches Bild ist hier der Staat, wo sich beim Kalifat fast von Anfang an und dann durch eine ganz unlogische Operation auch bei seinen Abtrünnlingen der nach oben und unten garantielose Despotismus wie von selber versteht. Höchst interessant aber ist, wie dies so kam und kommen musste und wie es vom Islam selber und von der Herrschaft über Giauers bedingt ist. Daher denn die große Ähnlichkeit der Islamitischen Staaten vom Tacho bis an den Ganges, die nur hier mit mehr, dort mit weniger Stetigkeit und Talent regiert werden. Nur beim Seltschukischen Adel schimmert eine Art von Teilung der Macht durch. Es scheint, dass es bei den Moslemin fast von Anfang an mit dem Jenseitsglauben nie weit her war. Kein Bann auf abendländische Manier hat Kraft, Keine sittlichen Beängstigungen kommen dem Despoten an den Leib, und sich bei der Orthodoxie oder der eben herrschenden Sekte zu halten, ist ihm leicht. Freilich besteht dazwischen eine große Zärtlichkeit für gerechte Despoten. Diese aber können doch nur in ihrer Nähe etwas wirken. Und nun mag die Frage sein, inwieweit der Islam ähnlich dem älteren Parsismus und Byzantinismus überhaupt ein Staatstum vertritt. Sein Stolz ist, dass er eben der Islam ist. Und es ist dieser einfachsten aller Religionen, selbst durch die eigenen Leute gar nicht beizukommen. Sakramente kann man dem Bösen nicht entziehen. Sein Fatalismus hilft ihm über vieles hinweg. An Gewalt und Bestechung ist alles gewöhnt. Wer die Moslemin nicht ausrotten kann oder will, lässt sie am besten in Ruhe. Ihre leeren, ausgesogenen und baumlosen Länder kann man ihnen vielleicht nehmen, ihren wirklichen Gehorsam aber unter ein nicht koranisches Staatstum nicht erzwingen. Ihre Sobrietät schafft ihnen einen hohen Grad individueller Unabhängigkeit. Ihr Sklavenwesen und ihre Herrschaft über Giauos hält die zum Pathos nötige Verachtung der Arbeit, soweit diese nicht Ackerbau ist, aufrecht. Eine eigentümliche Stetigkeit zeigt das Osmanische Staatstum. Sie ist vielleicht damit zu erklären, dass die Kräfte zur Usurpation aufgebraucht sind. Aber jede Annäherung an die okzidentalische Kultur scheint für die Moslemin unbedingt verderblich zu sein. Anzufangen von Anleihen und Staatsschulden. Im vollen Gegensatz zum Staats- und Religionswesen des Alten Orients steht in der Zeit ihrer völligen Entwicklung die griechische und die römische Welt. Hier ist die Religion wesentlich vom Staat und von der Kultur bedingt. Es sind Staats- und Kulturreligionen und die Götter Staats- und Kultur Götter, nicht der Staat, ein Gottes Staat. Daher es denn hier auch keine Hierarchien gibt. Nachdem also hier die Religion durch den Staat bedingt gewesen war, weshalb wir auf das klassische Altertum später werden zu sprechen kommen, schlug dies alles mit dem christlichen Imperium um. Und man kann sagen, es ist dies der größte Umschlag der jemals vorgekommen. Wie sehr in der nun folgenden Zeit der christlichen Kaiser und ihrer Explikation in der byzantinischen Zeit, die Kultur durch die Religion bedingt wurde, haben wir früher gesehen. Bald wurde es der Staat fast ebenso sehr, und seither treffen wir bis auf die Gegenwart die Einmischung des Metaphysischen in alle Politik, alle Kriege und so weiter irgendwie und an irgendeiner Stelle. Und wo es nicht Hauptursache ist, wirkt es doch mit zur Entschließung und Entscheidung. Oder es wird nachträglich hineingezogen. Ende von Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten Drittens Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Religion Teil 1 2 1 2 3 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12